So, da wären wir wieder, Chad, in der wundervollen Welt von Final Fantasy 3. Unsere vier Abenteuer sind die Auserwählten der Kristalle, die Auserwählten des Lichts und sie sollen wieder die Balance dieser Welt zurückbringen, denn momentan ist die Welt aus der Balance geraten und die Dunkelheit übernimmt wieder Kraft, übernimmt wieder die Überhand. Und zuletzt war es das Licht, was Überhand genommen hatte, aber dann kamen Krieger der Dunkelheit und haben die Dunkelheit zurückgebracht und so wurde die Balance gewährt und die Welt war wieder im Lot und in Frieden. Doch in den letzten Jahren wurden die Kristalle, die die Welt im Balance halten, von Dunkelheit angegriffen und überseht und die Dunkelheit übernimmt wieder die Kraft, die Erde verrottet, das Wasser überflutet die Lande, die Stürme toben. Und vier Auserwählte des Lichts sind nun losgezogen, um die vier Kristalle von der Dunkelheit zu befreien und die Welt wieder zurück ins Lot zu bringen, in die Balance zwischen Licht und Dunkelheit. Und wir haben schon zwei der Kristalle, drei der Kristalle, drei der Kristalle geheilt, von Dunkelheit befreit, den Windkristall, den Feuerkristall und den Wasserkristall. Und bei jedem dieser Kristalle haben wir coole neue Jobs bekommen und Jobs sind in dem Spiel Klassen. Ja, sind einfach Klassen, so wie man es aus anderen Spielen kennt. Klassen, die man seinen Charakteren ausrüsten kann. Ähm, ich würde gerne die Frösche loswerden. Moment. Boah, die Musik ist so gut! Ähm, warte, Beruf. So. Konnte ich hier nicht Wicht? Also ich hatte kein Mana, ich muss kurz schlafen gehen. Ich muss kurz schlafen, ich schlafe hier, damit ich wieder Mani-Mani habe und dann kann ich heilen. Ja, wir haben jetzt letzte Woche neue Berufe bekommen. Den Dragoon, den Dark Knight. Ähm. Den Geomancer. Den Beschwörer. Und den Karateka. Und Dragoon und Karateka nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann habe ich mich letzte Woche nicht mehr entscheiden können, ähm, was wir mit den anderen beiden machen. Weil die anderen beiden bei uns waren immer Weißmagier und Schwarzmagier. Ja, also ganz simpel, der eine heilt, der andere, äh, zaubert und macht Damage. Und irgendwie finden wir für die keinen richtigen Ersatz. An neuen Berufen. Weil ich will an sich neue Berufe spielen, ja. Weil ich will natürlich irgendwie coole Abwechslung und so haben. Aber, ja, es ist ein bisschen schwierig. Weil für einen Schwarzmagier und Weißmagier gibt es immer noch keinen vernünftigen Ersatz. Es gibt später halt Klassen, die dann die theoretisch ersetzen könnten. Aber bisher haben wir noch keine richtig gute Alternative. Deshalb habe ich überlegt, ähm, bis wir halt da ankommen, bis zum nächsten Kristall, wo es halt die nächsten Klassen gibt. Die stärker sind als Schwarzmagier und Weißmagier, aber quasi so ähnlich sind wie Schwarzmagier und Weißmagier, ähm, dass wir denen irgendwelche anderen Klassen geben, äh, für ein bisschen Variety, für ein bisschen Abwechslung, ähm, die aber trotzdem irgendwie so halbwegs diese Rolle irgendwie einnehmen können, ja. Wie zum Beispiel, dass wir Cutie Pie, unserer Weißmagierin, äh, den Beruf des Baden geben. Hier, Bade. Weil Bade kann mit seinen Songs auch heilen und buffen und so. Und das würde dann eigentlich auch ganz gut reinpassen. Die Heilung ist zwar nicht so stark vom Baden, wie zum Beispiel jetzt vom Weißmagier, aber vielleicht reicht das ja. Und deshalb gehen wir vielleicht einfach mal auf den Baden. Äh, und sobald wir halt die neuen Klassen haben, dann können wir wieder zurückgehen. Weil das Ding ist, wir wissen ja, dass es Berufe gibt später, die besser sind als Weißmagier und Schwarzmagier. Das heißt, jetzt Schwarzmagier und Weißmagier die ganze Zeit weiter zu leveln, würde jetzt auch nicht so viel bringen, wenn wir eh die wechseln, ne. Das sind ja eben nicht quasi nicht die finalen Klassen. Die werden wir ja eh wechseln, deshalb ist es jetzt auch nicht so wichtig, die ganze Zeit zu leveln. Ähm, deshalb, ja. Machen wir Cutie Pie vielleicht Bade? Gucken mal, wie wir damit klarkommen. Vielleicht muss ich zwischendurch wieder zurückwechseln auf Weißmagier. I don't know, mal schauen. Ähm, das Doofe ist halt nur, wenn du die Berufe wechselst, dass dein Mana komplett resettet wird. Weil, äh, der Bade hat gar kein Mana, er spielt ohne Mana, er spielt halt nur mit Musik. Und hallo, Radiant Hero of Time, was geht ab? Äh, der spielt ja nur mit Musik und sobald er auf den wechselt, ist seine ganze Mana weg. So, und wir können nicht on the fly, so irgendwie, wenn wir unterwegs sind und feststellen, oh scheiße, Digga, wir brauchen jetzt vielleicht doch einen Weißmagier. Ja, ähm, dann können wir theoretisch auf den Weißmagier wechseln, aber wir haben keinen Mana. Und in dem Spiel gibt es keine, wie es aussieht, keine Äther. Und Äther sind normalerweise in Final Fantasy Items, mit denen du dein Mana heilen kannst. Ja? Ähm, und in dem Teil gibt es irgendwie keinen Äther. Sprich, du kannst nicht unterwegs, äh, so easy dein Mana heilen, außer du bist irgendwie auf der Overworld Map und dann gehst du in eine Stadt oder baust ein Zelt auf. Aber wenn wir in einem Dungeon sind und ich stelle fest, ah, jetzt vielleicht doch ein Magier, ne, äh, Weißmagier, dann geht das nicht. Das ist halt ein bisschen das Doofe da dran. Wir können nicht einfach so switchen. Genauso auch bei dem Schwarzmagier. Wenn wir feststellen, okay, wir brauchen doch irgendwie geilere, stärkere Magie, wenn wir wechseln, hat er halt keinen Mana. Deshalb, also ich würde gerne Geomante oder Beschwörer bei unserem, äh, Katzendiemen machen. Das Ding ist aber, für den Beschwörer müssen wir halt Beschwörungen sammeln. Für den Geomanten, den können wir direkt jetzt schon benutzen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal irgendwo Beschwörungen herbekommen. Dann können wir auf Beschwörer wechseln. Geomante ist interessant. Ja, Geomante ist einfach nur, hey, ich mache random Zauber. An sich ist Geomante ganz lustig, aber... Er ist halt ein Randomizer. Wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie einen Gegner hast, den du bekämpfst und du willst jetzt einen starken Zauber auf den einsetzen. Äh, und nicht auf die ganzen Gegner, sondern du willst einen bestimmten direkt ausschalten. Dann kannst du halt Pech haben, dass er die ganze Zeit Gruppenspells ballert, die halt wenig Damage machen. Oder irgendwie einen Spell macht auf einen Gegner anstelle auf die ganze Gruppe. Ist halt so ein bisschen randomart. Aber irgendwie auch ganz lustig. Mana ist kein Instrument, ja. Äh, noch was aufgefallen. Im Shop gab es noch eine Waffe für den Karateka, glaube ich. Äh, der Karateka funktioniert ohne Waffen besser. Also generell die Mönchklassen, die sind ganz weird irgendwie. Ich weiß nicht, also du kannst denen Waffen kaufen. Ähm, dem Monk und dem Karateka. Aber die sind stärker ohne Waffen. Base Damage ohne Waffen basiert auf deren Level. Okay. Beschwörer ruft Ifrit und so. Ja, ja, genau. Aber wir müssen halt erst Ifrit finden. Deshalb, ich weiß gar nicht, Chat. Könnte man jetzt schon, ähm, Final Fantasy 3 Pixel Remaster Beschwörungen. Könnte man jetzt schon Beschwörungen holen? Sind die schon irgendwo verfügbar? Ja, die kann man kaufen in Städten. Die kann man wohl kaufen in Städten. Äh, im Dogasdorf kann man die meisten kaufen. Also die ersten wohl. Kann man kaufen. Aber da sind wir noch gar nicht gewesen, ne? Äh, äh, ähm. Warte, ich geh mal kurz auf die Karte. Hatten wir schon Dogasdorf gehabt? Ne, ne? Wir müssen das erst finden, das Dorf. Ich denke mal, das ist irgendwo hier. Kannst schnell mit dem Schiff hin. Welches davon ist das? Also wo ist die Stadt? Hier oben rechts oder hier? Oh, ihr seht die Maus wieder nicht. Oben rechts oder eher hier so? Hey, Shining Flame. Deswegen ist auch Monk Early Game so insane, ja. Ja, 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 ja. Wir können ja mal kurz nach der Waffe schauen. Äh, aber ich hab das Gefühl auch, also auch wenn da steht immer, hey, die Waffe ist stärker als die bloße Hand. Ne, hier zum Beispiel jetzt zeigt Fall nach unten, ist schlechter. Äh, wir haben schon zwei Speere, ne? Und wir haben halt für den Geomanden noch keine Waffe. Also wir können trotzdem mit ihm zaubern. Aber wir haben keine Waffe für ihn. Zu Dogas kommst du noch nicht, aber bei dem anderen kannst du was kaufen. Äh, ja, da standen Dogas und Eureka. Wo ist Eureka? Findest du irgendwie wild, dass man Beschwörungen kaufen muss. Ja, die sind halt hier quasi wie normale Zauber. Ganz oben links auf der World Map. Okay, dann checken wir mal das ab. In der Mitte, glaube ich. Okay, jetzt haben wir zwei verschiedene. Ich bin angekettet. Äh, was war letztes Mal los? Also wir können theoretisch noch, äh, hier rumlaufen. So zu Fuß. Ähm, ich glaube, wir müssen irgendwie erst was machen, dass unser Schiff frei wird. Wir können auch nicht weg. War Eureka nicht auf der Early-Game-Insel? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich kann mich an die Namen nicht erinnern von letzter Woche. Du hast noch mit keinem geredet, nur Jobs angeschaut. Oh, okay. Dann machen wir das mal kurz. Da ist ein Pong. Der André. Nee, es ist Tobias. Wart ihr schon in der Schenke? Da kann man mit ein paar brauchbaren Gerüchten aufschnappen. Okay, gehen wir Schenke. In der Schenke kriegen wir Geschenke. Was wollt ihr von mir? Er ist einfach Gil. Gil ist, by the way, die Währung in Final Fantasy. Okay, wird mit einem L geschrieben. Gil. Wir möchten in die Kanalisation, um uns dort Levi-Grass-Schuhe zu holen. In die Kanalisation? Seid ihr von Sinnen? Dort wimmelt es nur so von Monstern. Der Zugang ist deshalb gesperrt. Aber ohne die Schuhe kommen wir nicht zum vierten Kristall. Wollt ihr damit andeuten, dass ihr die vier Krieger aus der Legende seid? Okay, 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 okay. Die vier legendären Krieger? Das sind ja wohl wir. Die geben sich einfach als uns aus. Unerhört. Jetzt hielt es die Kanalisation. Dann kommen wir hin zuvor. Aber hallo. Ist das der Keggy, den ich damals mit echt 16 geschaut habe? Hast du auf YouTube Mario Maker Videos gemacht? Mach ich immer noch. Willkommen zurück. Dark Vince TV. Checkt meinen neuen YouTube-Kanal ab. Auf mit dir, rostiges Schloss. Klonk. Die Kanalisation befindet sich unterhalb dieses Wasserweges, in denen ihr, wie ich betonen möchte, auf keinen Fall hättet hineinspringen können. Passt gut auf euch auf, da unten. Ja, ich kann eh noch nicht hier weg. Habbeldabbel. Wie es aussieht. Ich muss erst mich hier kümmern, um die Stadt hier. Weil wir können... Das Schiff ist wohl gerade angekettet. Ich weiß nicht mehr, was letzte Woche passiert ist, dass es angekettet ist. Weil wir haben letztes Mal einfach nur das Wasser weggespült. Indem wir den Kristall gerettet haben. Und sonst... Was kann ich für dich tun? Schilder Baum. Ich habe hier schon eingekauft letzte Woche. Ein paar Nachrichten über dir. Hat Nightbot den Link gepostet zu meinem YouTube-Kanal. Kannst mal reinschauen. Kam erst vor ein paar Tagen ein neues Video raus. Ich versuche momentan, jeden Monat ein Video zu machen. Um wieder so ein bisschen auf YouTube zurückzukommen. Dieses Jahr. Und ja, bisher geschafft jeden Monat. Also ja, das April-Video kam am 1. Mai, aber es ist immer noch April, okay? Irgendwo. Weil 1. Mai, da fängt ja noch nicht der richtige Mai an, weil da ist ja noch ein Feiertag. Erst am 2. Mai geht der Mai erst richtig los. Oh, ich habe das hier vergessen. Da möchte ich meinen Fuß in den Boden drücken, als würde ich gerade eine Kippe ausdrücken und mit meiner Hüfte hin und her schwingen. Den Twister, ja. Guck mal, die machen jetzt den Twister. Yo. Die machen den Chat-Dingens. Die machen den Gritty. Die hitten gerade den Gritty einfach. Uh. 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 Was mit NoDeaf passiert? Das ist durch. Vor 2 Jahren oder so. Fabulös. Stark. Was mit deinem alten YouTube-Kanal passiert? Äh. Nichts, das ist noch da, aber ich mache da keine Videos mehr. Äh. Da kommt irgendwann dem nächsten Video, wo ich nochmal alles aufkläre und erzähle und Tschüss sage und so. Aber ja. Ich habe neue Kanäle. Goldor war hier und hat euer Schiff angekettet. Ah. Hier jetzt kommt's. Es kommt mir vor, als wäre ich aus einem sehr langem Traum erwacht. Es scheint sich niemand an das Erdbeben zu erinnern oder daran, dass alle in Stein verwandelt waren und das Land unter Wasser lag. Die Legende spricht von 4 Kriegern der Dunkelheit, die das Licht der Kristalle in seine Schranken wiesen, als es zu stark geworden war. Goldor glaubt anscheinend, dass ihr ebenfalls 4 auserwählte Krieger seid und damit ihr nicht an sein Kristall kommt, hat er euer Schiff angekettet, der miese Goldor. Goldor hat nur Gold im Kopf. Ach. Habe ich gar nicht erwartet. Heißt es. Sein ganzes Anwesen soll voll davon sein und damit keiner rankommt, hat er es sorgsam weggesperrt. Goldors Anwesen befindet sich in den Bergen südlich von hier. Um es zu erreichen, muss man allerdings bodenlose Sümpfe überqueren. Nicht gerade ungefährlich. Okay. Ja, deshalb brauchen wir die Schuhe. Wir stehen tief in eurer Schuld. Vielen Dank. Aber nicht doch. Bodenlos. Ein bodenloser Sumpf. So, ja, dann lasst uns mal in die Kanalisation gehen und die Schuhe snacken, bevor die anderen 4 auserwählten sie sich snacken. Die Fake auserwählten. Gibt es was zu klauen? Gizerkraut? 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 Uäh. Ach ja, stimmt. In dem Spiel kriegt man ja Schaden von Wasserfällen. Ein bisschen in einem Köddelbach hier rumspringen. Nostalgie. Damals als Kind auch immer im Köddelbach rumgesprungen. Habt ihr auch bei euch in der Stadt solche Köddelbecher gehabt, Chat? Diese komischen Abwasserbecher. Wo immer so ein Schild ist von wegen Gefahr. Man kann reinfallen. Immer früher als Spielplatz benutzt. Und dort irgendwie die ganze Zeit so rumgesprungen, hin und her gesprungen. Oh, da wartet er raus. Diebeshandschuhe. Schwarze Kapuze. Dunkelrobe. Okay, cool. Ja, ich bin da auch reingefallen. Und dann gab es zu Hause mies Ärger von Mama. Er war halt auch nicht so tief. Er war halt irgendwie nicht mal knietief für damals für unser Kind. Also, die gibt es halt in Tief natürlich auch. Wo du schon etwas, ne, fast mit dem ganzen Körper tief reingehen kannst. Aber es gibt halt auch welche, die sind so ganz, keine Ahnung, so ein paar Zentimeter tief oder so. Und so einen hatten wir halt gehabt. Und den haben wir meistens irgendwie so zum Ballspielen benutzt. Zum Beispiel so was wie unsere eigene Version von Völkerball gemacht. Und der Bache in der Mitte war halt quasi die Grenze. Ne. Aber ich glaube, das ist nicht so ein Scheißbach. Ich glaube, da schwimmen nicht irgendwelche Kackehaufen und Binden oder sowas. Ich ging aber auch in einem Bach, in einem Wald. Ja, das wäre halt geiler. So in irgendeinem Bach, in einem Wald oder sowas. Dort irgendwie spielen gehen oder so als Kind oder so. Das wäre ja irgendwie idyllisch und schön oder so. Und wir so mitten in der Großstadt in dem Scheiß-Kackhaufen-Ding da, Alter. Das auch noch gestunken hat nach Pisse und Scheiße und nach Chlor oder so. Ah, ich hatte ausgemacht. So, wie funktioniert unser neues Team? Wir haben den Dragoon. Wir können singen. Ba-bam. Und dann machen wir Torrent. Ah, ich habe gerade neue Items. Die muss ich mal kurz abchecken. Kraftschub. Kraftschub plus Treten beim Karateka war okay. Und ich muss den Karateka nach vorne stellen. Der steht gerade hinten. Ich meine, der kann auch springen, aber ich glaube, bei dem brauchen wir keinen Sprung. So, jetzt kommt der Tritt-Chat. Ach, Kraftschub kann man sogar stacken. Er fliegt einfach in die Menge rein mit seinen Füßen. Einfach Bing-Bong. Formation. Stell mal den Boy nach vorne. So. Er sieht auf dem Bild so aus, als hätte er eine Träne, oder? Als würde der Karateka weinen. Ich habe als Kind immer im Winter an der Regentonne mit dem Eis darin gespielt. Bin dann auch reingefallen. Ich hoffe, es war nicht zu tief. Es war wahrscheinlich ziemlich tief. Kamst du noch raus, oder musst du in Mama kommen? Also, ich bin auch mal in so eine sehr, sehr tiefe Pfütze, mal als Kind, im Winter auch eingebrochen. Aber zum Glück war es nicht so tief. Ach, weil ihn die Reise so berührt. Ah, deshalb. Deshalb weint er. Äh, ich wollte Ausrüstung. Nichts für ihn. Wir haben doch gerade irgendwann irgendwie eine Robe oder sowas bekommen. Liebeshandschuhe. Auch Handschuhe will er nicht tragen. Mama kam fünf Minuten später von der Arbeit. Du warst da fünf Minuten drin, in diesem eisigen Wasser, als Kind. Katzenkralle. Miau. Nois Rächer. Jo, was ist das denn? Hilfe, rettet uns. Die vier Schluffen von vorhin. Was ist eine Schluffe? Fäschieren es einfach. Sieht aus, als würde hier echte Helden gebraucht. Ja, da kommen die echten Helden. Jo. Junge, der flitzt da gleich so geil mit seinem Kick rein, ne? Starke Goblins auf jeden Fall. Gegen die kommen die Goblins nicht klar. Äh, die Schluffen kommen gegen die Goblins nicht klar? Schwach. Einfach deleted. Nicht mal Damage gemacht. Komplett gelöscht einfach. So, jetzt der Tritt. Rein in die Masse. Boah, tausend Damage. Boah, boah. Boah. Tja, ähm, vielen Dank, Kinder. Vielleicht sind wir doch nicht ganz so legendär, wie wir dachten. Aber so ist das halt manchmal. Beißt man den Goblin und manchmal wird man von Goblin gemissen. Hä? Genau, das sag ich auch immer. Die vier legendären Krieger seid also wirklich hier. Wie kann das sein? Ich war mir so sicher, dass wir das sind. Schönen Dank nochmal. Ich glaube, unsere alten Knochen brauchen erstmal etwas Erholung. Wir werden hier ein wenig verweilen. Das sind einfach die... Kennt ihr dieses Baldur's Gate 3 Video? Von den, äh, von den vier Gnomen. Von den vier glatzköpfigen Gnomen. Die alles, die ganze so halbnackt rumlaufen. Und alles und jeden damit töten, indem sie Dinge werfen. Das sind einfach die hier. Die sind super. Okay, die sind nicht alle glatzköpfig. Okay. Das sind die vier, das sind die vier hellen Freunden. Die kämpfen nicht, die werfen nur. Die beste Stelle kommt. Warte, die beste Stelle, Chat. Nein, Junge. Sieht so kacke aus. Hier, hier sind sie wirklich gerade. Da fehlen auch die Goblins drumherum eigentlich. Junge. Das ist so dumm. Ähm. Ja, hier ist es. Er grinst voll mit Blut im Gesicht. Das ist, by the way, so eine Base von so, von, von den, von den Bösen im ersten Akt, wo man sich entscheiden kann, entweder für die zu sein und halt die Guten alle abzuschlachten oder für die Guten zu sein und die alle abzuschlachten. Und das ist wohl eine Möglichkeit, wie man die Bösen auch besiegen kann. Und das ist, wie man die Bösen auch besiegen kann. So wäre Final Fantasy 3 geendet, wären das die vier Ritter des Lichts. Ja, das zählt quasi als ein Turn, ja. Die haben ja nur, bevor sie gekämpft haben, haben sie halt die Fässer platziert, ne. Haben sich halt mit denen angefreundet, haben die Fässer platziert und dann die Bombe reingeworfen und dann eine Kettenreaktion. Das ist quasi ein Turn, ja. Aber das Eulenbeer-Baby. Bei mir war das Eulenbeer-Baby verbuggt, ey. Mach gleich mal gezielt dreimal Kraftschub und schau die Werte des Tritts. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Bis dahin sind alle tot. Aber aussicht mal mit den anderen die ganze Verteidigung. Ihr habt was gut bei uns. Viel steht fest. So viel steht fest. Wir müssen wohl noch etwas trainieren. Aber sich nur ein ganz kleines bisschen. Bugs in Baldus G3. Ach, Quatsch. Ja, da gibt es keine Bugs, ne. Early Access. Ich meine, wir können, ähm, wir können drei, zwei töten und dreimal jetzt Kraftschub ballern. Ich zeige dir Baldus G3 und du hast Bock auf Divinity. Fandest du Baldus G3 scheiße? Jo, 162. Ist Baldus G3 eigentlich ein sehr großes Upgrade zu Divinity oder kann man Divinity 2 noch spielen, ohne dass man gehatet wird? Es ist nicht wirklich ein Upgrade oder Downgrade, weil Baldus G3 ein ganz anderes Regelset hat. Das basiert ja auf Dungeons & Dragons und Divinity halt nicht. Also es ist das einzige, die einzigen Gemeinsamkeiten, die du hast, sind halt, ähm, wie das Spiel aufgebaut ist von der Story her und die Entscheidungsmöglichkeit und so weiter. Aber Gameplay-wise sind das zwei komplett unterschiedliche Spiele. Und mir gefällt Gameplay-wise Divinity ein bisschen besser. Äh, weil du bist bei Baldus G3 schon ziemlich schnell durch eigentlich mit dem Gameplay und dann machst du die ganze Zeit nur dieselben, selben Fähigkeiten. Äh, während bei Divinity noch bis zum Ende hin eigentlich dein Charakter sich immer weiter und weiter entwickelt. Was cooler ist, haben wir ja. Ach, scheiße. Ja, ich wollte... Ne, verfehlt! Okay. Jetzt müssen wir kurz verteidigen. So. Abschub. Und jetzt normaler Schlag, ne? Ich denke mal kein Treten. Zu stark? Er hat sich zu stark geboostet, er hat selber Damage bekommen, was? Okay, ne. Ich glaube, das wurde zurückgesetzt oder so, weil ich zu viel geboostet habe. Dafür kann man bei Baldus G3 umskillen und neue Sachen ausprobieren. Ja, das Ding ist, bei Baldus G3 umskillen ist jetzt auch nicht so spannend, weil alle Mages haben dieselben Skills. Alle Melee-Klassen haben dieselben Skills. Also... Und das Ding ist halt, bei Divinity... Bei Divinity kannst du halt theoretisch einem Charakter alles beibringen, was es gibt. Oh, Geheim... Geheimgang. Auricalkum. Uh! Kraftarmschutz. Uh! Alle Mages haben dieselben Skills. Also, das Ding ist ja, das ist ja... Dragons... äh... Dragons Dogma. Das ist ja Dungeons... äh... Dungeons & Dragons System. Und Dungeons & Dragons System ist ja... Du hast dann irgendwie einen Haufen Skills, einen Haufen Damage-Skills, einen Haufen Kleriker-Skills, einen Haufen Necromantie-Skills und so weiter, bla, bla, bla. Ähm... Und die Klassen an sich, die haben dann so kleine Twists, wie zum Beispiel der Hexenmeister kann dann irgendwie, äh, Dual-Casten, der, äh, Zauberer, ähm, kann seine Spells nochmal boosten oder sowas, so ein Kram, so ein Shit. Die haben so einzelne Mechaniken, aber im Endeffekt benutzen die alle dieselben Zauber. Das heißt, wenn du dann einen Magier gespielt hast, dann kennst du eigentlich die Spells von allen anderen Magiern. Wenn du den Kleriker gespielt hast, dann weißt du auch, wie der Paladin funktioniert und so, ne? Also, die haben alle dieselben Fähigkeiten quasi. Wenn du den Krieger gespielt hast, dann weißt du auch, wie der Barbare funktioniert und so. Sondern halt, die haben dann halt... Einzel... die haben halt... Mechaniken, spezielle Mechaniken auf den Charakter bezogen, äh, auf die Klasse bezogen, aber die Spells sind halt die gleichen. Kraftarmschutz, okay. Jetzt Katzenkralle doch besser? Ne. Klingt eher, als ob die alle noch so ein paar Signature-Sachen haben, äh, welche nur ein bisschen was ändern. Ja, ja, genau das. Die Spells sind nicht die gleichen. Doch, sind sie. Ja, ich sag doch nicht der Kleriker. Mann, ich hab doch gerade unterschieden. Der Paladin und der Kleriker haben zum Beispiel dieselben Zauberspells. Die Zauberer unter sich haben dieselben Spells. Die Krieger unter sich haben dieselben Spells. Das meine ich. Nicht der Krieger kann zaubern wie der Magier. Sondern halt die einzelnen Gruppen. Also du hast dann irgendwie zwölf verschiedene Klassen zur Auswahl, aber du kannst sie theoretisch runterzählen auf vier oder so. Weil da sind quasi einfach nur irgendwie drei, vier Gruppen, die alle einzeln dieselben Sachen benutzen. So, das meinte ich. Bei Divinity kannst du quasi mit jedem alles lernen. Aber bei Baldur's Gate 3, ne, so meine ich das halt, ne. Ja, es ist halt wie beim Tabletop, D&D, genau. Und das, 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 das doofe bei Baldur's Gate 3, was halt so das Gameplay angeht. Ähm. Es gibt halt Überschneidungen. Ja, die Überschneidungen sind halt insane. Die sind halt sehr krass. Ähm, was, ähm, bei Baldur's Gate 3 im Gameplay so doof leider ist. Max Level ist halt Level 12. Das Spiel ist halt irgendwie so ein 100 Stunden langes Spiel. Und du hast nur zwölf Level, die du leveln kannst. Also, du hast nicht dieses typische, ne, looten und leveln Ding. Das ist leider irgendwie lame. Weil aufleveln in RPGs ist ja immer so ein kleines Highlight. Und du hast halt nur zwölf Level, die du hast. Das war's. Also, die sind dann eher, also, das, das erste Problem ist schon, dass die natürlich, dass du seltener Level-Ups hast. Ne? Dadurch hast du halt diese, diesen, 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 wow, ich bin jetzt stärker, ich krieg jetzt neue Skills, ich krieg jetzt neue Fähigkeiten, meine Stats sind besser. Dieser Effekt kommt seltener. Und die zwölf Level, die reichen auch gar nicht für die 100 Spielstunden aus. Also, wir waren irgendwie nach 50 Stunden oder so waren wir schon auf Level 12 und haben die letzten irgendwie 30 Spielstunden keine Level-Ups mehr gehabt. Und das ist halt so ein bisschen downer, leider. Und das ist bei Divinity halt nicht so. Bei Divinity levelst du halt bis zum Ende die ganze Zeit. Vor allem, weil du ja die ganzen Spells auch einzeln levelst und sowas. Ja, die haben halt, die haben halt irgendwie gesagt, von wegen, also normalerweise D&D geht ja, glaube ich, bis Level 21 oder so, ne? Oder 22, irgendwie sowas. Geht auf jeden Fall über 20 irgendwie, normale, bis 20 geht's normalerweise bei D&D. Aber die haben gesagt, wenn wir über 20 gehen, dann können wir das nicht mehr richtig balancen und bla, bla, bla. Und ja, die wollten halt nah am Original des Regelwerks bleiben. Aber das Regelwerk funktioniert dann vielleicht nicht so gut in einem 100-Stunden-Spiel. Aber ja. Wer seid ihr und was wollt ihr von mir? Delilah. Wir sind hier, weil wir uns deine Levi-Grass-Schuhe laden möchten. Hat er eine sicke Brille auf? Hihi, ihr drei Käsehochs, wollt ihr vier legendären Helden sein? Dass ich nicht lache. Aber egal. Hier habt ihr die Schuhe, fangt sie und haltet sie ganz dolle fest. Jetzt klauen sie mir doch. Vorsicht in Deckung! Das ist eine Falle. Das war eine Bombe. Das war ein falscher Hase. Auf falschen Hasen angelehnt. Woher wusstet ihr das? Legendäre Kriegerintuition. Natürlich. Ist doch klar. Nee, Spaß beiseite. Ich hatte die echten Schuhe schon mal gesehen. Stark. Ja, aber Delilah. Diese Jungspunde hier sind wirklich die Helden. Ist das so? Das tut mir aber schrecklich leid. Wärst du so nett, ihnen die Schuhe zu leihen? Wie könnte ich euch eine Bitte abschlagen? Also gut, hier sind die guten Stücke. Kein Bosskampf? Okay. Eine sicke Brille und einen sicken Zinken. Ja, Mann. Sehr schön. Damit kommen wir über die bodenlosen Sümpfe. Vielen Dank. Ihr mögt vielleicht nicht die auserwählten Krieger des Lichts sein, aber die Herzen, äh, die Herzen wahrer Helden habt ihr. Keine Frage. Oha. Ach was, das war doch gar nichts. Jetzt aber nichts wie zurück an die frische Luft. Haltet euch gut an mir fest. Ich werde euch, äh, uns nach draußen teleportieren. Die können sogar teleportieren. Stark. Die scheiß Freaks, Alter. Deren Begründung dazu war, by the way, Balancing, was absolut Bullshit ist. Die könnten einfach die problematischen Spells rausnehmen. Ja, die haben ja auch an sich, äh, ich weiß nicht mehr, was es war, aber im Spiel selbst gibt's ein Spell, wo dann irgendwie so ganz viele Magazine geschrieben haben, äh, bei diesem Spell musste, mussten die Entwickler, ähm, ähm, hatten die Entwickler Angst, dass das ganze Spiel zusammenbricht, weil dieser eine Spell, äh, würde das ganze Spiel zusammenbrechen oder sowas und dann war der Spell im Spiel drin. Ähm, aber ich weiß nicht mehr, was das für ein Spell war. Ich hatte den auf jeden Fall gehabt und ich hab gar nicht gecheckt, was so krass an dem ist. Irgendwie sowas. Hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, das war so ein bisschen, äh, ein bisschen Kreisgewichse. Und dass man hätte das teilweise eigentlich ganz gut auch umschreiben können, dass das immer noch reingepasst hätte, aber ja. Ja, genau, Divine Intervention, irgendwie sowas. Dass das irgendwie, äh, ganz krass ist oder so. Ich hab Baldur's Gate angefangen, bin, äh, dann in eine Gaming-Krise gefallen, seitdem nicht weitergespielt. Was ist eine Gaming-Krise? Ich weiß nicht mehr, was es mit dem Spell war, aber als ich das durchgelesen habe und ich hab den Spell gehabt, auf meinen Charakteren, und ich dachte mir, hä, okay. Der ist jetzt so krass, dass man das ganze Game jetzt, äh, dass die Angst hatten, dass das ganze Game zusammenbricht. Hä? Hä? Die Entwickler sind schon eine Spezies für sich, ja. Wie lange spielst du schon? Äh, noch nicht so lange. Also Final Fantasy 3 an sich schon sechs Stunden oder so, seit letzter Woche, aber auch heute haben wir gerade nur einen kleinen Dungeon gemacht, sonst noch nichts. Was ist Slop-Spieler? Ist doch meistens so, die Sachen, die ein Game komplett zerstören, äh, lesen sich für Otto Normalverbraucher wie unspektakulärer Crap. Ja. Ja. Also ich hatte beim, beim Lesen von den ganzen, auch generell wegen diesem Balancing-Problem, dass man bis Level 20 nicht leveln kann und so, äh, da haben die die ganze Zeit darüber gesprochen, dass es ja so krass wäre und das war ja so schwierig zu balancen, zu balancen. Keine Ahnung, ich hab, das hat sich irgendwie alles angelesen wie so ein D&D-Kreisgewichser. I don't know. Dachtet ihr wirklich, ich hätte uns raus teleportiert? Nee, nee, das war bloß ein Notausgang. Aha, der Schummler. Wir sind vielleicht nicht vier auserwählte Helden, aber nichtsdestotrotz gewählte Heldenhaft. Jawohl. Ich mag die Entschlossenheit in euren Augen, aber ich könnte es vielleicht wirklich gelingen. Okay, dann lass uns kurz mal schlafen gehen. Oh. Und. Dann können wir in den Sumpf gehen. Ja, wir ziehen heute durch, bis zu den Credits, ja. Auch Builds in dem Game sind nicht so deep. Ja, du hast schon viele Buildmöglichkeiten, so ist das nicht. Aber das Ding ist halt, dass, also, viele Builds natürlich auch darauf basieren, dass du bestimmte Items haben musst, also bestimmte Rüstungsitems haben musst. Und dann ist das teilweise, die Builds auch ein bisschen schwierig nachträglich aufzubauen, nachzubauen, weil die sind ja dann teilweise Quest-gebunden oder so, und dann kannst du diese Items nicht mehr holen. und, ja, also du hast schon viele Buildmöglichkeiten, ja. Aber ich hatte das Gefühl, bei Divinity hat das irgendwie mehr. Aber ich habe beide Spiele jetzt nicht irgendwie so tief gespielt, dass ich nach irgendwelchen Builds gegoogelt habe oder irgendwelche Guides mir angeschaut habe oder so. Eine D&D-Campaign zu balancen ist nicht so einfach und besonders geht das mit Max Level von 12, ja noch danach wird das immer schlimmer. Ja, aber eine Kampagne D&D, so wenn du dann auf Papier spielst, auf Pen Paper spielst, wo natürlich sehr viel Fantasie mit reinkommt von den Spielern selbst und so weiter, da ist es natürlich dann ein bisschen schwierig zu balancen. Aber es ist das, also Baldus Gate 3 ist ja ein Videospiel. Da kannst du ja alles als Entwickler viel besser anpassen und viel besser regulieren als halt bei einem Pen Paper unter Freunden, wo dann jemand sagt, äh, ich habe jetzt hier den Spell, ähm, äh, Flammenwurf und mit dem will ich jetzt einfach die ganze Schenke niederbrennen. So in einem Videospiel kannst du nicht die ganze Schenke niederbrennen, sie wird ja nicht brennen. Das Haus wird nicht brennen und einstürzen. In einem Videospiel. Deshalb, schon allein da hast du ja schon eine Grenze gesetzt als Videospielentwickler. In D&D, also in D&D auf dem Papier unter Freunden oder so, geht das. In Baldus Gate 3 geht das nicht. Du kannst dich ein Haus anzünden, das Dach bricht zusammen und alle Gegner sterben. Das geht nicht. schon, also das heißt ja, da ist ja schon eine Grenze gesetzt. Und deshalb finde ich das dann so ein bisschen weird, dass sie dann gesagt haben, äh, ähm, wir können das nicht balancen, weil das ja viel zu krass und zu viele Möglichkeiten und so. Es war Bullshit. Keine Ahnung. Klang da noch Bullshit-Ausrede. Aber ja, ich bin jetzt auch nicht so tief in dem Thema drin, dass ich das komplett nachvollziehen kann. Aber ja, so bezogen auf Videospiele habe ich das Gefühl, das ist ein Bullshit-Take gewesen. 214 Damage. Windklinge. Äh, ich hätte Items kaufen müssen, Chat. Ja, Baldus Game 3 war trotzdem Banger Game. Eine 10 von 10, aber, äh, ja. Es gab auf jeden Fall einige Dinge, die mir nicht gefallen haben und gab einige Dinge, die ich mir gewünscht hätte, dass es so wären bei Divinity. Aber ja, äh, ich wollte Items kaufen. War trotzdem Banger Game, ne? Und bald kommt ja, also was ist bald, bald, irgendwann soll ja die Deluxe Edition kommen, wo der Entwickler hat gesagt, spielt lieber das Spiel erst, wenn die Deluxe Edition kommt. ist geil, oder? ist geil, Soll es dort neue Quests geben? I don't know. Ähm, ja, es wird wahrscheinlich so was wie mit Divinity sein, dass es so eine Definitive Edition kommt, aber ich weiß nicht, wie groß der Unterschied zwischen der normalen Version war und zwischen der Definitive Edition. Da weiß ich gar nicht, wie krass der Unterschied war. Das ist halt, kann ich schlecht beurteilen, ähm, wie sehr sich so eine Definitive Edition lohnen würde. Aber ja, der Entwickler hat, wie gesagt, hat gesagt, der Entwickler hat gesagt, spielt lieber die, die, die Definitive Edition, die in zwei Jahren oder so kommt. Niemand hat behauptet, dass der Sumpf im Norden ist, aber die haben doch gesagt, im Norden liegt das Schloss von Goldor und ich muss doch zu Goldor im, und der hat ja mein Chat, äh, mein Chat, mein Schiff angebunden. Aber es sieht so aus, als wäre das hier der Sumpf. Ja. Ich glaube, das war der Sumpf. Goldos Anwesen. Ja, sieht ziemlich goldig aus. Ja, aber haben die nicht gesagt, Goldos Anwesen ist im Norden? Ich dachte auf der Karte, das ist irgendein random Dorf und ich gehe da hin. Nein, doch, irgendjemand hat doch davon gesprochen, im Norden ist Goldos, äh, anwesen und um dahin zu kommen, muss man erst durch den Sumpf. Jo, der Goldbär einfach. Haribo macht Kinder froh und erwachsen ebenso, Digger. also der Geomancer macht auch nie das, was ich will, ne? Er macht nie das, was ich will. Goldor ist einfach gleich Gottschalk. Five Fights at Goldor. Die Tür ist verriegelt. Oh, wir brauchen den Deep Chat, der kann hier einbrechen. Goldadler. Junge, was ist denn hier los? Der, der Goldor hat die Goldfrucht gegessen. Der kann alles und jeden in Gold verwandeln. Und Freight, Dankeschön für zehn Monate. Jo. Wir haben den Dragoon, den Barden, den Geomancer und den Treter. Das sind unsere Klassen. Goldroja ist das, glaube ich, auch. Chat, apropos Goldroja in One Piece, also an die One Piece Freaks hier unter euch. Ich bin so verwirrt, irgendwie. Es ist alles versiegelt. Irgendjemand meinte gerade im Chat, ich habe schon den Schlüssel. Ich habe schon den Schlüssel. Es gab auf jeden Fall so einen Shop, wo man einen Schlüssel kaufen konnte, der recht teuer war. Holen wir später, wenn wir wieder Schlüssel kaufen können. Und zwar, keine Spoileronies. Also es wird jetzt ein bisschen Spoilerie sein. Also wenn ihr noch nicht mit Dressrosa durch seid, dann kann es ein bisschen vielleicht Spoilerie sein. Und zwar, und zwar, bei dem Dressrosa-Akt wurde ja erklärt, woher dieses D kommt, bei Monkey D, Ruffy oder sowas. Woher das kommt. und ähm und ähm doch, wurde es erklärt. Und Gold Roger ähm Gold Roger wurde dann plötzlich, vielleicht ist es nur in der deutschen Version, aber er heißt ja Gold, es hieß ja immer Gold Roger, Gold Roger, Gold Roger. Und in der deutschen Version heißt er ab einer Folge im Intro sagen die plötzlich nicht mehr Gold Roger, sondern sagen die plötzlich Goldie Roger. Und ich habe das Gefühl, das wurde gar nicht so thematisiert. Ja, ja, das würde dann Sinn ergeben, also der, der Name D, das würde ja dann auch reinpassen. Aber das ist halt so weird, dass ja in der Serie wurde das gar nicht thematisiert, dass er Goldie Roger eigentlich heißt. Die Charaktere selbst in der Serie, wenn sie über ihn reden, sagen sie alle immer Gold Roger. Aber im Intro ab einer Folge plötzlich wird gesagt Goldie Roger. Und dann war ich, das war irgendwie während dem, so zum Start vom Phantominsel-Arc, vom Zoo-Arc, wurde das so plötzlich gewechselt. Und ich dachte mir, hä, wieso sagen die plötzlich auf einmal Goldie Roger? Dann habe ich ein paar Folgen zurückgespult und die Intros mir nochmal angeschaut und in ein paar Folgen davor im Intro sagt der Sprecher wieder Gold Roger. Und dann ab, wie gesagt, während der Phantominsel-Arc ab einer Folge im Intro sagt der Erzähler plötzlich Goldie Roger. Und ich dachte mir, hä? Also mir war schon klar, dass das halt, seit Restrosa war mir das klar, aber sie haben das gar nicht so im Team, gar nicht thematisiert. In der Story wurde das gar nicht thematisiert, dass Gold auch dieses D in seinem Namen hat. Die Charaktere selber nennen ihn immer noch Gold Roger, aber das Intro sagt einfach Goldie Roger, als würde das Intro einfach spoilern. Das ist weird irgendwie. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nur in der deutschen Version so ist. Für mich ist er immer Gold D. Roger. Eigentlich nicht richtig bekannt sein soll, was? Es wurde mal gesagt, dass es eigentlich nicht richtig bekannt sein soll, dass Gold Roger das dem Namen hat, deswegen Gold und nicht Goldie. Ich erinnere mich, dass Nico Robin mal gesagt hat, nachdem Ruffy Crocodile besiegt wurde, ihr, die ein D im Namen tragt. Ja, und da hieß es ja immer noch Gold Roger. Und wie gesagt, die Charaktere sagen immer noch Gold Roger. Und es wurde in der Serie selbst bisher auch gar nicht thematisiert, dass Gold Roger auch einen D im Namen hat. Aber das Intro sagt das einfach. Das Intro sagt das einfach. Aber so fängt es halt immer mehr in die tiefere Lore zu gehen, deshalb auch schon so Goldie Roger. Dann hat die Synchro einfach verkackt, das Intro spoilert. Ja, ja, das ist ja das Weirde. Das Intro sagt das einfach. Also, es gibt ja immer wieder diese Intro, wo die so immer so ein bisschen Rückblick machen, sowas wie Ruffy und seine Gruppe wollen die König der Piraten werden oder so und sie ziehen nun los. Immer mal wieder, alle paar Folgen gibt es ja immer so einen kleinen Flashback, worum es eigentlich in One Piece geht. Und ab und zu wird immer mal wieder Gold Roger erwähnt. Und wie gesagt, ab einem Punkt haben sie ihn einfach nur noch Goldie Roger genannt. So als würde die Serie das einfach spoilern. Weißt du, welche Folge das war? Ich weiß nicht. Es war irgendeine recht am Anfang des Phantominsel-Arcs. Ich glaube auch, das liegt einfach an der Synchro, weil meistens werden Teile ja einzeln aufgenommen und vielleicht dann einfach eine Person andere Anweisungen bekommen. I don't know. Das D wurde in Dressrosa dafür erklärt, dass das quasi irgendwie der Name dafür steht, dass das die sind, die gegen die Götter kämpfen, gegen die Großen, gegen die Regierung kämpfen oder so, gegen die Götter kämpfen oder so. Dafür steht wohl das D. Und deshalb heißt Monkey D, Ruffy und so. Und Gold Roger heißt auch nicht eigentlich Gold Roger, sondern wohl Gold D Roger oder so. Aber ja, und Dressrosa wurde das erwähnt, weil der Flamingo-Typ, der gehört wohl zu dieser Gott-Rasse oder so. Und deshalb hat er so ein bisschen auch Angst gehabt vor Ruffy, weil Ruffy das Dem-Namen hat und so ein Shit. Okay, lasst uns weiterspielen. Dann haben wir das geklärt. Es ist wohl eine random werte Übersetzung, die ein bisschen spoilert. Nein, es ist nicht. Ja, wie? Doch? Auch im ersten Manga-Chapter spoilern die neueren Auflagen. Im Englischen steht noch Gold Roger, im Deutschen wurde es aber Gold D Roger geendet. In Marineford wurde gesagt, dass da ein D ist. Okay. Ja, das ist schon ein bisschen länger her. Ich fand es halt nur weird, dass die in einer Folge immer noch selber Gold Roger nennen. Im Intro wird er immer noch Gold Roger genannt und dann plötzlich von einer Folge auf die nächste wird er im Intro Gold D Roger erwähnt. Obwohl in der selben Folge die Charakterien wieder doch Gold Roger nennen. Also wir sind wie ein ganz komplettes Durcheinander. Ich habe keine Ahnung, was Drum Island ist. Gold Ritter Gold D Ritter Gold D Ritter Ja, ja, ja. Einfach Duel Wheels. Die sehen ein bisschen aus wie so Insekten aus Digimon. So Insekten. Irgend so ein Insektkrieger. Ja, die kommen mit ihrer Heilung absolut nicht hinterher. Auch wenn ich die ganze Zeit die spame, die kommt absolut nicht hinterher. Mal gucken, ob das für einen Bosskampf gleich reichen wird. Der chillt mit White Bits und sagt, hey, die nennen mich Gold Roger, aber ich heiße Gold D Roger. Die Welt verschleiert seinen Dänen im Namen, weil sonst eine Verbindung mit allen, die Dänen im Namen haben, hergestellt werden kann. Ah, okay. Ja, das ist länger her. Das weiß ich nicht mehr. So, so, okay. Schau mal, ist da da, wo der Chopper herkommt. Ach so, okay. Goldschwert? 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 Ich frage mich mal, was wohl in den anderen Kisten drin sein wird. Ich habe nachgeschaut am Anfang und Ende von Su wird im Intro Gold Roger gesagt. Ja, ja, und irgendwo mittendrin gibt es im Intro plötzlich eine andere Ansage. Plötzlich heißt es Gold D. Deshalb war ich so verwirrt. Wir haben einen Kraftschuh. Aber ja, lasst uns das Thema beenden. Genug gespoilert. Das ist Feinfenstil 3, ja. Ach, ich habe schon wieder Kraftschut gemacht. Ich wollte Treter machen. Scheiße. Krasses Foreshadowing, ja. Ja, wie es aussieht, weiß ich kein Foreshadowing. Man wusste es ja schon vorher. Nur ich habe es vergessen. In der deutschen Übersetzung machen die einfach, machen die einfach random. Mal so, mal so. Wie die Bock haben. Ich bin im deutschen Manga wieder sogar Golden Roger genannt. einfach der Goldene. Goldschwert, 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 Goldschwert. Okay. Kann jemand was mit Goldschwertern anfangen? Vielleicht sind das Schlüssel, Leute. Elf Goldschwerter. Ein Schwert aus reinem Gold, das ein stolzes Sümmchen einb... Verkaufi! Aber sonst ist hier eine Sackgasse. Also muss es ja irgendwo nicht einen Secret-Weg geben, oder? Oder wir brauchen wirklich erst mal Schlüssel, die wir uns holen müssen. Ne, vom goldenen Roger möchte ich keine Dusche bekommen. Das ist mir egal, ob ich das Geld brauche, oder nicht. Es ist Geld. Geld ist Geld, und Geld stinkt nicht. Ja, I guess, wir brauchen hier Schlüssel, ne? Dann gehen wir mal raus, gehen wir wieder zurück. Ich weiß nicht, ob man das in der Stadt kaufen konnte. Hey, Lavaherz. Irgendwo konnten wir magische Schlüssel kaufen, aber ich meine, das war nicht hier. Das war, glaube ich, in einer anderen Stadt. Ich glaube, das war woanders. Ne, das war nicht hier. Können wir mal in die obere Stadt dann mal gehen, ob es da war. Aber hier ist der Wasserfall, da komme ich hier nicht hoch. Aber hier komme ich wahrscheinlich weiter. Hey, Chris. Ne, hier war der Shit. Ja, war der Wassertempel. I am confusing. I am confusing. Oder das ist wirklich irgendwo ein geheimen Gang in der Festung bei ihm. Woanders kann ich nicht hin. Ich kann halt noch außen, oben in die Wüste hoch. Das geht auch noch. Oder ja, Dieb, hatte ich auch vorhin gesagt. Großartes Sushima für PC, ich habe es nicht gespielt. Aber die Leute lieben das. Ich denke mal, wenn du Open World Spiele magst, dann wirst du, denke ich mal, auf deinen Genuss kommen. So, Berufe. Da muss kurz Katzen-Dämon zum Dieb werden. Okay, hier ist was. Warte, ich check mal kurz die anderen ab. Ja, mag ich sehr. Bin immer nur sehr vorsichtig wegen Kampfsystemen, weil ich wollte kein Souls-like. Ne, ich glaube, Ghost of the Shima war kein Souls-like. Das war, glaube ich, ein ganz normales Action-RPG, so Assassin's Creed-mäßig. Oh, die Stirn werden immer wieder geschlossen. Wow. Katzen-Dämon hat als Dieb ein Schnauze einfach. Oh, hier. Die Tarnung einfach, ja, Mann. Äh, nein, warte, ich wollte noch mal schauen, ob hier was war. Gleich ist nichts. Auch in der Mitte nicht? Nö. Bist du also auch ein Dieb, weil du unsere Herzen stiehlst und weil ich eine Schnauze habe? Nein. Nein. So, machen wir Zukunftskämpfe wieder an. Der Schnauze ist ganz wichtig, ja. Oh, geil, ey. Erdbeben. Das ist der beste Angriff, habe ich das Gefühl, bei so, ähm, wenn viele Gegner da sind. Hier? Moment. Wenn ich in den Secret-Gang gehe, oh, verlorenes Gold. Wenn ich in den Secret gehe und dann die Karte aufmache, sehe ich dann andere Secret-Wege vielleicht? Da wäre ein Bell-Sturm. Äh, Cutie Pie ist Bade. Ne, man sieht nichts. Vielleicht ist hier auch einfach gar nichts. Ui, da ist er ja schon. Mal gucken, ob das hier mit der Heilung klappt. Mit der Heilung von Cutie Pie. Ansonsten kannst du immer noch Items benutzen, ne? Da ist schon der Erdkristall! Ihr werdet den Kristall nicht bekommen. Ihr kriegt höchstens eine Tracht Prügel. Ach du Scheiße, die Drohung. Jo, wie cool ist der denn? Sprung, singen, Terrain, Kraftschub. Wir one-hitten den jetzt gleich mit dem Karateka. Stark. Halbe Jojo-Pose. Das ist der Goldkristall. ein Damage mit Windmagie. Okay, physisch machen wir aber eben Damage. Scheinbar sehr Magieresistenz zu sein. Blitz Ray. Das heißt, unser Geomancer ist komplett useless an der Stelle. So, dreimal Kraftschub und dann geht's ab. Stille. Selbstzerstörung. Okay, dann war Hubble Double hat mich dann verarscht. Ich hab mich doch nicht verzählt. Das waren doch dreimal. Blind. Scheiße. Er macht halt nur Wirbelsturm. Wirbelsturm setzt normalerweise die HP auf den niedrigen Wert. Bei Bossen funktioniert er. Ah, okay. Deshalb. Ja, er könnte halt auch mal vielleicht was anderes machen. Warte, ich mach mit dem hier Augentropfen. ist jetzt Kraftschub weg. Kraftschub ist jetzt weg, oder? Bin mir nicht sicher. ich weiß nicht, ob man quasi der Geomancer sich auf einem Spell festlegt, wenn er reinkommt in den Kampf. oder ob er auch im Kampf das wechseln kann, weil er macht, okay, doch, er kann wechseln. Erdbeer macht auch einen Damage. Ist das auch irgendwie ein besonderer Angriff, der was Besonderes macht und bei Bossen nicht funktioniert? Wieso entscheidest du nicht, was er macht? Bin verwirrt. Das ist so ein Geomancer. Er macht, er kontrolliert die Umgebung, aber er hat wohl nicht die Kontrolle, was genau er von der Umgebung kontrollieren kann. Nicer Damage. Blitz Ga 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 Er ist ein schlechter Erdbändiger. Ne, der kann ja alle Elemente bändigen. Erdbeer, mein Damage. Kapschub, die Stärke verdoppelt sich bei der ersten Anwendung und verdreift sich bei der zweiten Anwendung. Jedoch schädigt den Anwender mit 50% der aktuellen LP bei der dritten Anwendung. Okay, die dritte Anwendung kann also theoretisch funktionieren. Kann nicht funktionieren. Achso, du meinst, mit 50% meinst du, dass der 50% Leben verliert, nicht 50%, dass es klappt oder nicht klappt. Bisher überzeugt der Geomant nicht. Ja, im Bosskampf hier hat er jetzt nicht so viel gebracht, aber draußen bei den normalen Kämpfen ist ganz nett. Er macht soliden Damage und verbraucht halt kein Mana. Und wenn wir Glück haben, macht der Erdbeben, was auf die ganze Gruppe geht und das macht auch soliden Damage auf die ganze Gruppe, ohne Mana zu verbrauchen. Ihr Verdammten! Aber wir wechseln eh auf Beschwörer, sobald ich Beschwörungen kaufen kann. Wenn ich den Kristall nicht haben kann, dann ihr erst recht nicht. Ah, okay, wir kriegen den Kristall nicht. Ich dachte schon, als ob wir jetzt schon wieder neue Klassen bekommen, so schnell. Der Kristall zerbricht in 1000 Stücke. Oh nein, er hat ihn zerstört. Jetzt wird er euch niemals gehören. Power's down! Goldor lässt den Schlüssel für die Kette zurück, mit der das Schiff angekettet ist. Als die Gruppe ihn aufheben will, löst er sich in Luft auf. Goldors Fluch ist aufgehoben. Das Luftschiff kann wieder geflogen werden. Okay. Jetzt können wir uns Beschwörungen holen und Katzendämon wechseln. Unser Schiff haben wir befreit, aber der Kristall ist zerstört. Jetzt ist gut. Guter Rat teuer. Ja, wir sammeln jetzt die Splitter wie bei Inuyasha. Jo, wo kam der Damage her? Erdbeben bei fliegenden Gegnern. Not bad. Dumme Vögel. Ich mag seine Bommelmütze. Ja, generell. Der Geomancer-Design ist sehr hübsch. Sehr cute. Sieht aus, als würde er so ein Ding uns tragen. Udi. Ah ne, warte, wir brauchen keinen Gietzerkraut. Der Oversized-Rip. Wir können theoretisch nochmal in die Stadt reingehen, mal fragen, was die Leute dazu sagen, was wir Goldau besiegt haben. Kanalisation. Ihr solltet unbedingt Saronia einen Besuch abstatten, falls ihr es noch nicht getan habt. Die Burgstatt macht ziemlich was her. Okay, Saronia. Moki Moxen, Dankeschön für den Primesab. Und hi. Schon mal in Sanoria gewesen? Eine verdammt große Stadt. Der König dort soll das schnellste Luftschiff der Welt besitzen, erzählt man sich. Okay, ich denke mal, das wird unser nächstes Ziel sein. Ich mag die Entschlossenheit. Okay, die holen sich wahrscheinlich alle. Warte, ich schon in der Schenke. Ja, ich denke mal, Sanoria wird unser nächstes Ziel sein. Aber wir gehen erst mal die Beschwörungen holen. Und erst mal schlafi. Schlafi, schlafi. Ach. Ist Oversize noch immer im Trend? Joa. Ich glaube schon. Ich bin jetzt zwar nicht der Mode-Guru, aber was ich so sehe, was die Leute so tragen, würde ich schon sagen, ist immer noch irgendwo irgendwie ein Trend. So. Irgendjemand meinte oben rechts, irgendjemand meinte in der Mitte, irgendjemand meinte oben links. Wie findest du raus? Warte, ich kann ins Wasser gehen. Duster! Zappen Duster, Digga, ist es hier. Im Südosten dieser Insel liegt der Kontinent Dalk. An seinem Zugang jedoch ist der Wind so stark, dass er alles und jeden hinfortbläst. Ich bin auf der Suche nach der sagenumwobenen Dunkelklinge, einem Schwert, das aus purer Dunkelheit geschmiedet worden sein soll. Geomanden machen sich die Natur zur Waffe. Sie nutzen die Energie ihrer Umgebung, um mit magiegleichen Kräften anzugreifen. Lauscht meiner Weise. Ein dunkler Schatten tief, drunten im See, in Ketten gelegt und untertan. Nach Freiheit düstern klagt er sein Weh, der mächtige Lindwurm Leviathan. Wir waren in seinem Bauch, den kennen wir. Lauscht meiner Weise. In längst vergangenen Zeit der Menschheit wird das Licht zuteil. Sein Einfluss stetig weitend, die Welt brach beinah dran in zwei. Jedoch vier tapfere Helden entsandt die hehre Dunkelheit, dem Licht Herr zu werden. Auf das Herrschaft wieder Einigkeit. Amen. Und jetzt alle? Odin, der behutsame Ritter fürcht um den Missbrauch seiner Macht, verbarg sich hinter sicherem Gitter. wart auf den Helden in Bedacht. Okay, Odin? Welch liebliche Melodie er klingt, wenn man ein Item in sich trägt? Okay. Jillance. Yeah. Er droppt einfach noch das hier hinten dran. Yeah. Oh, hier war was. Eine Trommel? Ist das eine Tommel? Ich habe eine Trommel gefunden. Ah, okay. Damit kann man Zauber wirken. Lauscht meine Weise. Der Drachenkönig Bahamut entlohnt nur wahren Heldenmut. Wer seine Eignung ihm beweist, dem große Stärke erweist. Bahamut gibt es ja auch. Bahamut, Odin, Schmodin. Es heißt, dass in Saronia ein unglaublich stainless Luftschiff geben soll. Aber uns ist das schon eigentlich doch ganz nett. Federhut steht uns gut. Badentunika, Gaia-Weste. Was? Da, die Diamantglocke. Drei verschiedene Harfen. Madura-Harfe trägt Silamia-Harfe. ein Seiteninstrument, das Konfus beim Ziel bewirkt. Ein Seiteninstrument, das nach einem Gott benannt wurde. Ich meine, sie greift eh nie an. Deshalb nehmen wir, denke ich, Malamia. Weil wenn sie dann mal angreift, dann kann sie vielleicht Konfus machen. weil ihr Damage ist eh egal. Sie ist eh nur am Zaubern, äh, am Singen. Diamant heißt Shiva-Action? Nee, Diamant ist eine Glocke aus Diamant. Noch eine Trommel? Äh, das ist eine Geomancerwaffe. Keine Beschwörerwaffe. Äh, ja. Okay. Da haben wir ein paar kleine Infos bekommen, ein bisschen Upgrades bekommen, ne? Die Federhüte nicht vergessen. Nein. Moment. Der hat jetzt mit beiden Krallen 96 Attacke. Ohne Krallen. Okay, mit Doppelkrallen ist er gerade stärker. Okay. Nee, nee, ist keine Beschwörung. Beschwörung ist, glaube ich, hier einfach ganz normal wie auch Spells, die man im Shop kauft. Nicht irgendwie in den Waffen drin oder so. Ne Seeschlange! Okay, one hit. Jo, du hast dich zerfetzt. Halt wirklich. Ähm. Also, das ist wahrscheinlich sein... Fuck, ich bin reingeflogen. Nein, ich werde angegriffen. Nein! Ich wollte da noch nicht rein. Ja, wir werden keinen Beschwörer haben. Ich hab das Schiff verloren. Aua! Ich hab das Schiff verloren. Wow! Warum müssen wir uns gegenseitig bekämpfen? Okay. Wir sind hier mitten in der Schlacht gelandet. Ja, wir holen den Beschwörer noch. Eines Tages. Gesinne, wie ihr hat im Schloss nichts zu suchen. Macht, dass ihr fortkommt. Wann hab ich letztes Mal gespeichert? Ah, vom Bosskampf. Vielleicht komme ich zu Fuß dahin? Nee, ich glaube nicht. Es soll hier irgendwie oben links sein. Ich glaube, ich komme oben links nicht hin. Können wir in die Stadt rein? Ja, ne? Der Turm in der Mitte dieses Bezirks wird Drachenturm genannt. Er soll die Schätze der Dragoons beheben. Uuuuh, wir haben einen Dragoon. Schau mal, was von dem legendären Monstervogel Garuda gehört. Angeblich ist das nur den Dragoons gelungen zu bezwingen. Uuuuh. Die Chocobus da am Baden gerade. Ihr wollt den Drachenturm besteigen? Seid ihr des Wahnsinns? Da drin hausen gefährliche Ungeheuer. Das wahre Ungeheuer bin ich. Angeblich wurde Prinz Alus aus dem Schloss verbannt. Wenn der Krieg nicht gestoppt wird, ist Saron ja bald nur noch Schutt und Asche. Das ist schon der Drachenturm. Okay. Warte, wir gucken uns mal kurz noch mal draußen um. Ob es da noch irgendwelche interessanten Shops gibt oder so? Äh, ja, Garuda wird erst zu einer sexy Frau. Erst mit 14, ne? Also nicht mit dem Alter von 14, sondern mit Final Fantasy 14, ne? Vor 14 war sie immer noch ein Vogel. Also ich erinnere mich noch in FF7, ihr Design. In 9 war es auch ein Vogel. Ich weiß nicht, ob es... In 10 war es auch nur ein Vogel. Ich weiß nicht, ob es in 12 schon eine Garuda-Frau gab oder in 13. In 11 war sie schon eine geile. Ah, okay. Das klang wild ohne den... Wer für 14, ne? Shiba war schon immer eine Frau, ja. Okay, das ist das Gleiche. Oh mein Gott. Auf einer Insel östlich von hier liegt das Dorf Duster. Dort leben vornehmlich Baden und Geomanten. Ein seltsames Völkchen. Ja, da war ich. War schön. Der König hat seine Armee in zwei Lager geteilt und lässt sie gegeneinander kämpfen. Freak. Fest verschlossen. Nicht für unseren Diebesmeister Katzendiemen. Okay, doch. Auch für ihn. Der König seine Armee More like Katzendiebin. Ja, genau. Gib's ihm. Gib's ihm, Draghi. Einst gab es einen Tunnel unterm Schloss Saronia, der die unterirdische Gewölbe mit dem Ozean verbannt. Doch heute ist er von hier nicht mehr zugänglich, wie es von der Meeresseite aussieht, vermag ich nicht zu sagen. Schau mal, was von dem legendären Monstervolger Garuda gehört. Ja, 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 habe ich tatsächlich. Der König hört auf nichts und niemanden mehr. Wer einen gut gemeinten Rat, an ihn er heranträgt, wird er auf der Stelle exekutiert. Ich habe es selbst gesehen, der Schatten des Ministers sah aus wie ein riesiger Vogel, so wie Garuda aus der Legende. Ja, Habir ist auch cooler, Garuda. Vor allem in 9, in 9 sah Garuda so scheiße aus. Ich glaube, das war 9. Ja, genau, das war FF9. Junge, wer ist der hier, ey? Wer ist der? Wer ist der, Mann? Ein trauriger, komischer Vogel, der irgendwie im Kopf mit Flügeln ist und dann hängt da unten irgendwas komisches dran oder so? Sieht aus wie ein Digimon, ja, schon. So, ich denke mal, hier sind alle Shops zu, ne? Ich denke mal, wir können nirgendwo rein. Wir müssen jetzt wahrscheinlich die Story hier, die Story hier erstmal angehen, bevor wir irgendwas hier kaufen können. Hey, Bananenjoy, was geht ab? Oh, schön, schön fort mit euch. Die Bibliothek ist gesperrt. Oh, Bibliothek. Lore? Schau mal, was von dem legendären Monstervogel, ja. Ja, ich hoffe, ein Dragoon reicht uns, um Garuda zu bekämpfen. Ja, die werden alle über Garuda reden und keine Shops sind zugänglich. Wir gehen zu Garuda. Sieht aus wie ein Traumfänger. Garuda in FF7 hat ein Schneebesen? Ne, das war doch so ein stinknormaler Vogel. Oh, ne, ich verwechsel den gerade. Ähm. Keine Ahnung, was er da in der Hand hat. Ne, ich glaube, das ist so eine Stabwaffe. Das ist, glaube ich, eine Stabwaffe. Smash! Ja, die FF7-Monster, die sehen alle ein bisschen weird aus. Also, die Gegner-Designs in der FF7 im OG, die sind's nicht. Drachenhelme halten, Drachenpanzer, Blitzspeer, Drachenpanzer, Drachenhelm. Okay. Quark-Magier! Und der Zauberer, okay. Machen wir Sprung hinten drauf. Terrain. Ist das Spiel irgendwie langsamer gerade geworden? Wann lernt ihr eigentlich ihre neuen Songs? Ah, ich wollte treten, scheiße. Wann du released Cutie Pie einen neuen Song, Digger? Ich hoffe mit Feature, ja, hoffe mit Ken Reclama Feature. Es gab übrigens im Discord eine Diskussion über Kedrick Lamar und dass er gerade einen Disstrack gegen Drake gemacht hat. Ich habe von der ganzen Thematik gar nichts mitbekommen, dass da gerade irgendwelche Disses gemacht werden gegen Drake oder so. Hat mir das angehört? Schon echt Arsch, ey. Ich musste erneut feststellen, dass ich damit so absolut gar nichts anfangen kann. Oh, die hat einen neuen Song gelernt! Manuet! Steigert die Attacke Intelligenz aller Gefährten? Mit Rap? Ne, nicht mit Rap per se, aber dieser Rap, der momentan so aus Amerika, dieser Black Rap, der so bekannt ist, der so gerade gehyped wird. Mit so Kendrick Lamar oder Playboy Carty und so ein Shit, keine Ahnung. Und was da an uns auch so viele Leute unterwegs sind. Keine Ahnung, ich höre mir das an und es gibt mir irgendwie einfach gar nichts. Ich habe nicht mal irgendwie Spaß dabei, das zu hören. Und ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, ich fühle keinen Rap, ich mag keinen Rap oder so. Aber ja, diese Art von Rap fühle ich halt so gar nicht. Das gibt mir gar nichts. Zu cool für Rap? Ne, das habe ich nicht gesagt. Aber ja, sowas wie Travis Scott, die ganzen großen Travis Scott, Drake, Kendrick Lamar, jetzt in den letzten Jahren Playboy Carty und sowas. Keine Ahnung, boah, gibt mir gar nichts. Immer wenn irgendwie so ein neuer Song von denen aufploppt und mega gehypt wird, durch TikTok unter anderem, dann höre ich mir den an und denke, Kann man machen. Äh, Leute! Ich habe jetzt hundertmal von denen gesagt bekommen, dass Garuda im Turm ist. Aber Garuda ist nicht im Turm. Ich wollte den Drachenturm besteigen, seid ihr des Wahnsinns? Mhm, ich bin schon fertig. Ich bleibe auf Geoman, bis ich Beschwörer habe, ja. Äh, bis ich Beschwörungen habe. Äh, angeblichstens nur den Dragoons gelangen, ihn zu bezwingen. Mhm. Okay, die reden doch nur von Schätzen des Reguns. Ich dachte, da ist auch gleichzeitig auch Kendrick Lamar. Garuda. Auf einer Insel östlich von hier liegt das Dorf, nee. Geht mir ähnlich, höre sogar fast nur Rap, aber diese Art von Rap fühle ich leider auch absolut gar nicht. Ja. Zwei Lager. König. Oder wir müssen halt wirklich den Untergrund, äh, Weg finden. Hier, das hier. Einst gab es einen Tunnel unter dem Schloss Saronia, der die unterirdischen Gewölbe mit dem Ozean verbannt. Doch heute ist er von hier nicht mehr zugänglich, wie es von der Meeresseite aussieht, vermag ich nicht zu sagen. Das müssen wir wahrscheinlich machen. Ich denke mal, Garuda ist eigentlich im Main-Schloss und, ähm, hat irgendwie die Kontrolle über den König übernommen oder so und ist super böse. Oh, ich komm gar nicht raus. Moment. Ich komm gar nicht raus. Brauchst du einen Tipp? Nee, ich hab grad Spaß beim Rätseln. Okay, ich muss dich mal rätseln. Ich muss wohl den Prinzen suchen. Die gehen alle nicht auf, ne? Die sind wirklich alle zu. Oh, der ist offen. Blitzschbeer, Windschbeer. Uh, neue Waffen für den, äh, Dragoody. In irgendein Haus kann man rein oder so. Und dann ist er dort versteckt. Der Prinz hat sich zurückgezogen. Und irgendeiner wird uns einen Tipp dafür geben. Der ist in der Bibliothek eingesperrt. Leider geschlossen. Der ist bestimmt in der Bibliothek. Der sagt auch nichts über die Bibliothek. Kann sein, dass es wieder irgendwie so, aus der, irgendwie so einen Geheimgang gibt oder so. Der redet auch über den Geheimtunnel. Ist ne Schnitzeljagd, ja. Auf welchen Teil freust du dich am meisten? Äh, ich freu mich eigentlich auf alle. Ziemlich. Aha, aha, aha. Hier ist er. Ich bin zertifiziert als Schokobo-Forscher. Ich kann sogar einen fetten Schokobo herbeirufen. Pass mal auf. Bibi. Das kann ich auch. Ich bin nicht mein Schokobo-Forscher. Anfänger. Kann ich auch. Äh, zwei Lager. König angeordnet, Schäfte zu schließen. Nur ein Waffenladen widersetzt sich Stand auf seinem Befehl. Ja, da waren wir. Vielleicht ist ja in dem Waffenladen was versteckt. Ähm. Ja, hier der Schatten des Ministers sah aus wie ein riesiger Vogel. Ja. Oh, weh. Ich hoffe, ich finde den Prinzen bald. Wo mag Prinz Alus stecken? Giggidigig. Giggidigig. Da ist er, da oben. Ist der Alus. Giggidigig. Bei dem anderen alten Mann. Ich habe einen Jungen gesehen, der dem Thronerben zum Verwechseln ähnlich sah. In dieser Schenkel hier. Ich bin mir ganz sicher. Verräter. Der trägt sogar eine fucking Krone. Was ist los, kleiner Prinz? Hast du dir die Sprache verschlagen? Lasst ihn in Ruhe. Oh, Freunde des Lügenprinzen. Stoppen wir ihnen, ihr vorlauten Mäuler. Jo, es sind Goldritter einfach von Goldor hergeschickt. Ich werde keine Frösche hier küssen. Ich habe schon gefunden. Thron, Erdbeben, stark. Thron! Gelöscht. Aua! Ist das schon gut? Wir haben nichts gesagt, Alter. Ich bin Prinz Alus, Sohn König Gorns. Danke für eure Hilfe. Bitte erklärt uns, was hier vor sich geht. Wenn ich das bloß wüsste. Mein Vater hat seinen Soldaten angeordnet, sich gegenseitig zu bekämpfen. Und als ich versucht, ihn davon abzubringen, hat er mich aus dem Schloss verbannt. Bitte leid mir eure Kraft, Reisende. Begleitet mich zurück zum Schloss, auf das ich meinen Vater zur Rede stellen kann. Selbstverständlich, eure Hoheit. Vielen Dank! Prinz Alus hat sich der Gruppe angeschlossen. Let's go! Oh! Schicke Schleife, was ist die Wirkung? Ähm, ich bin mit dieser Schleife geschützt gegen jede Zustandsveränderung. Deshalb trage ich ne Schleife. Immer Final Fantasy, immer aufpassen. Die Ritter sehen aus wie Tobi, gestern im Frauentausch hier. Ja, hab ich auch vorhin gesagt. Die Punks. Prinz Alus, lasst uns ein. Verzeiht eure Hoheit, aber der König hat euch ausdrücklich aus dem Schloss verbannt. Ich kann euch keinen Zutritt gewähren. Was, der König hat angeordnet ihn einzulassen? Jawohl! Vergebt mir Prinz Alus, bitte tretet ein! Okay, holen wir uns Garudas Kopf. Eure Audienz, beim König ist für morgen anberaumt. Ruht euch heute hier aus. Das ist ne Falle. Wir wachen gleich im Kerker auf. Schlaft ihr schon? Nein, eure Hoheit. Ich bekomme vor Sorge kein Auge zu. Was, wenn mein Vater mich nicht mehr liebt? Ich meine, er hat mich schließlich aus dem Schloss verbannt. Keine Angst, eure Hoheit. Alle Eltern lieben ihre Kinder. Ganz sicher auch euer Vater. Es muss andere Gründe für all das geben. Vielleicht. Wenn wir den König treffen, wird sich sicher alles klären. Ich hoffe es. Doch irgendwie beschleicht mich ein ungutes Gefühl. Der König zieht ein Messer. Ich glaube, der liebt dich nicht mehr. Tote Prinzen! Vater, was ist mit dir los? Minister Gigamath. Was für Gigamath. Der Junge ist komplett drauf. Das ist gar nicht Garuda, die ihn kontrolliert. Der ist komplett von Sinnen, weil er unter Drogen steht. Ganz recht. Was ist mit dir los? Warum tötest du alles nicht? Schick! Urk! Der König rammt sich das Messer selbst in den Leib. Vater! Jetzt bin ich eigentlich wieder frei. Verflucht, wie konntest du meinen Zauber brechen? Lieber sterbe ich selbst, als meinen Sohn zu töten. Du hast versagt. Gigamath! Elender! Dann gehen wir jetzt zum Teil über, wo ich euch alle töte. Moment, da haben wir auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ha, elendes Geschmeiß. Ihr solltet die Ersten sein, an denen ich ein Example stätuiere. Gigamath greift die Gruppe an. Oh shit. Juhu! Papagai! Da ist Garuda-Chat. Singen! Kraftschub! Blitzgewitter, oh scheiße, der kann Gruppenangriffe, ich bin Game Over Chat. Ohne Weißmagier schaffe ich hier nichts mehr. Wir müssen Cutie Pie gleich wechseln. Also, wenn die beiden jetzt die ganze Zeit Potions spammen... Woah! Woah! Schnell weg! Hallo! 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 Wahoo! Wahoo! Er ist tot! Alle sind tot, bis auf einen! Scheiße! Game Over! Oh! 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 Alles oder nichts? Okay. Okay, alles oder nichts. Ja, ähm, auch wenn wir Cutie Pie wieder zurück wechseln auf Weißmagier. Ähm, ich habe ein besseres Strat, Chat. Äh, der Geomancer wird ein Dragoon. Also, Katzendemon ist auch in der Dragoon. Ähm, Cutie Pie bleibt. So. So, let's go. Ja, Cutie Pie bleibt, ähm, äh, Sängerin, Bade, weil die, ähm, die bufft kurz. Damage buffen und so. Alles Quereinsteiger, ja. Ach, gleich kommt wieder Gigamef. Fuckin' Garuda ist einfach ein Drogenbaron. Benutzt die Burg hier als sein Mev-Labor. Joey! 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 Die wurden nicht geheilt durch Schlafen? Okay, gut, wir haben nicht komplett durchgeschlafen, ne? Bubu! 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 Junge! Ich war halt nicht vollgeheilt, ey. Scheiße. Ich kann halt die anderen nicht anwählen, ne? Wenn sie nicht da sind. Bubu! Ja, easy! Hahaha. 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 Vater, vergib mir alles, mein geliebter Sohn. Gigamef hat mich viel zu lange korrigiert. Ich hatte keine Hoffnung mehr, dass du mir je verzeihen könntest. Doch du hast mich nicht aufgegeben und bist zu mir zurückgekehrt. Deine Liebe hat mich von Gigamers Fluch befreit. Drum bitte ich dich alles, übernehme mein Amt und bringe auch Saronia wieder. Einen meffreisten freien Frieden. Vater, ich liebe dich. Ah, los. Oh, er liebt den Scherb. Er hat sich selbst geopfert für seinen Sohn. Eure Hoheit. Danke, Habeldabel. Ich war ihm nah, an meinem Vater zu zweifeln. Nein, eure Hoheit. Ihr habt ihn zweifelsohne inne immer geliebt. Ich werde meinen Vater, für meine Vatersstufe, gewünscht. Ohne euch hätte ich die Pläne von Gigamef nicht durchkreuzen können. Ich bin euch auf ewig dankbar. Lange Liebe, König Alus. Danke, meine tapferen Krieger. Kriege ich jetzt dein Schiff? Und wir holen uns endlich den Beschwörer? Alus hat die Gruppe verlassen. Ich darf mich meiner Trauer nicht ergeben. So gut ich es kann, will ich versuchen, den Wunsch meines Vaters zu erfüllen. Und Saronia, wenn möglich, der ganze Welt wieder Frieden zu bringen. Lange Liebe, König Alus. Wenn es etwas in diesem Königreich gibt, das ihr gebrauchen könnt, gestatte ich es, an euch zu nehmen. Ja, dein fucking Flugschiff, Digi. Im Erdgeschoss dieses Turms gibt es einen Geheimgang, der zur Schatzkammer führt. Lauscht meine Weise. Noahs Leute, deren lieblicher Klang selbst die Träume erreicht, ruht nun still und leise im Tempel der Zeit. Tempel der Zeit? Okay. Ihr habt Saronia gerettet, Krieger des Lichts. Vielen Dank. Im Süden Saronias, zwischen den Zangen, liegt ein Tempel am Grunde des Meeres, durch göttlichen Zorne untergegangen. Zwischen den Zangen. Okay. So, Erdgeschoss. Geheime Kammer. Hier. Rostiger Panzer. Kohlenstab. Junge, was für rostiger Panzer. Main Gauche einfach. Main Gauche. Thor ist Hammer. Okay. Zwischen rostigen, rostigen Panzern einfach Thor ist Hammer. Erdglocke, rostiger Panzer, Wikingerhelm, Drachenhelm, Wikingerrüstung, Gaia-Wester. Gigamaths Loot, ja. Kann ich hier starten? Buch lesen? Ne. Das können wir jetzt wahrscheinlich auch in die Bibliothek und auch generell in die ganzen Shops rein. Geh doch rein. Wer seid ihr denn? Als der Großmargus Noah starb, vermachte er seine Kraft seinen drei Schülern. Xande, Doga und Une. Die Lore. Die einzigen, die mächtig genug sind, eine Katastrophe heraufzubeschwören. Wie wir sie gerade erleben, sind die drei Magier auf dem Kontinent Dalk. Der Antrieb der Nautilus sollte stark genug sein, um euch diese Stürmer am Kreuzkapp durchqueren zu lassen. Dalk, wartet auf euch, Krieger des Lichts. Ja, jetzt können wir Crimshemsworth in unserer Gruppe haben. Wir sind Saronias Ingenieure. Ihr könnt gerne die Nautilus benutzen. Ein Luftschiff, das wir in Ruinen gefunden und wieder flott gemacht haben. Wir werden es für euch bereitstellen. Ja, das sollte auch das Signature-Schiff dieses Spiels sein, ne? Hey, warte auf mich. Okay. Schiff repariert. Der war im Kopf. Bei den Mages. Habe ich nicht gesehen. Die Nautilus wartet vor den Toren des Schlosses auf euch. Ihr Antrieb ist so stark, dass ihr selbst den Sturm von Dalk durchqueren könnt. Okay, nice. Die haben es schnell aufgebaut. Ach, Knopf. Ich habe Kropf verstanden. Oh, da ist Odin. Früher soll es hier mal einen Tunnel gegeben haben. Aber jetzt geht der Weg nicht mehr weiter. Da ist das, das ist Odin-Chat. Odin, komm raus. Ich kann damit auch nicht interagieren. Ne, wobei ist noch tot. Wahrscheinlich müssen wir irgendwo was in einer Festung finden oder so. Und dann öffnet sich da was. Aber ja, ich denke mal, das wird Odin sein. Ihr habt seine Ruhe. Es gibt eine versteckte Kammer in diesem Schloss. Untersucht die zweite Wand von rechts im Zimmer der Magier. Also der Knopf. Die zweite Wand von rechts im Zimmer der Magier. Ist das der Knopf? Die rechte Wand. Eins, zwei. Ich denke mal, das ist der Knopf, oder? Ich denke mal, das war der Knopf. Ich habe den Knopf ja schon benutzt. Dann konnte ich ja hier rein. Moment, sagen die hier vorne irgendwas noch? Ja, aber... Wir haben eh noch keinen Beschwörer. Und wir haben immer noch einen toten Boy am Start. Den müssen wir noch wieder beleben. Und wir können jetzt über welche shoppen gehen. Wo kann ich jemanden wiederbeleben? Bitte. Ja, Magie brauchen wir eigentlich, ne? Analyse, Konfus, Stille, Stein, Eis, Galähmung. Brauchen wir alles nicht. Wir haben keinen Schwarzmagier und keinen Weißmagier. Ohlem, Runen. Brauchen wir auch alles nicht. Wir haben keinen Magier. Keinen Weißmagier. Aber drei Dragoons. Ja, die wechseln wir gleich. Blitzspeer, Windspeer. Aber ja, der einzige Waffenshop, der funktioniert hat, der hat der Speer reinverkauft. Perfekt für... An sich kann ich die Spells auch jetzt schon mitnehmen für später, ne? Wenn wir wieder wechseln. An sich kann ich ja schon mitnehmen. Wiegra, Engel und so. Alles super stark. Ich muss nur die ganzen Goldschwerter verkaufen. Davon ein paar noch kaufen. Notausgang. Ne, brauchen wir nicht. Wobei. Wenn wir keinen Magier haben, der uns rausportet. So, wo sind die Goldschwerter? Wie teuer sind die? Nicht, dass ich Geld brauche, aber sonst Interesse. 2500. So fast 30k. Ja, ich suche gerade einen Platz, wo ich dich wiederbeleben kann. Ich meine, ich kann dir auch eine Phönixfeder reinschieben, aber... Ich kann die Phönixfeder auch sparen und dich einfach so wiederbeleben. Wir müssen nur kurz das Gebäude finden mit dem Brunnen. Und in die Bibliothek können wir rein. Vitra hatten wir ja schon gehabt, ne? Teleport, das hatte ich schon alles gehabt, ja. Da im Gang? Ja. Bucht es Owen, Band 2. Ey, ich will aber Anfang anfangen. Wo ist eins? Da. Es ist mir gelungen, einen Kontinent schweben zu lassen. Der Antrieb, der dies vollbringt, soll fortan meinen Namen tragen. Ich taufe ihn Turm des Owen. Aha. Die Lichtflut kam überraschend. Ich muss mich verkalkuliert haben. Ich werde meinen Sohn in den Kälteschlaf versetzen, damit er notfalls eingreifen kann. Sollte der Turm in Gefahr schweben, wird er erwachen und den Schaden hoffentlich beheben können. Das war Deschke, ne? Ich baue auf dich, mein Sohn. Das war Deschke. Vermächtnis der Alten. Die scheinernen Wächter setzen alles in Brand, was an ihnen vorbeizulangen versucht. Nur wer die vier Zähne trägt, ist vor ihr gefeit. Okay. Irgendwelche vier Zähne brauchen wir? Die Experimente mit dem schwebenden Kontinent waren von Erfolg gekrönt. Jetzt müssen wir ihn nur noch westlich des Kreuzkapps von Dalk platzieren. Okay. Westlich von Dalk. Weil wir haben schon zwei oder drei Zähne, haben wir schon, ne? Wir haben die Kraft des Lichts über Gebühr genutzt. Gebühr? Nun ist sie außer Kontrolle und selbst wir werden ihr nicht mehr her, wenn uns keine Lösung einfällt, ist die Welt dem Untergang geweiht. Vier Krieger aus der Welt der Dunkelheit brachten die Rettung und stoppten das Licht. Wer sie genau sind, wie sie zu uns kamen, vermögen wir nicht zu sagen. Doch die Welt ist gerettet und das ist alles, was zählt. Die Kunst der dunklen Klinge. Wenn du die dunkle Klinge führen willst, dann begib dich nach Falgabrard, ein Dorf in den Bergen westlich von Saronia. Dort wirst du Antwort finden, nicht ohne Seife waschen. Links. Das Perpetuum mobile und die thermodynamische Hauptsätze. Die Prinzipien der Theorie des Perpetuum mobile Antriebs, wie sie im Rad der Zeit zur Anwendung kommen, fußen auf dem Gleichgewicht von Antimateria als Gegenpol. Alba nach der Luftschifffahrt, die besten Luftschiffe des Jahres. Die tauchenden Nautilus, die kolossale Invincible, die unbezwingende Enterprise. Oh, doch nicht. Das sind alles bekannte Namen. Okay. Ich dachte, der Nautilus wäre das Signature-Schiff des Spiels, aber nee. Da kommen noch einige. Nee, die hatten wir doch schon, ne? Die Enterprise, damit haben wir den Stein kaputt gemacht? Oder mit der Invincible? Die hatten wir schon alle gehabt, ne? Die Nautilus ist jetzt die letzte. Äh, die anderen hatten wir schon alle. Die anderen hatten wir schon alle. So. Hier gibt es noch Rüstung. Warte, ich wechsle mal kurz die Berufe, damit wir die richtigen Rüstungen sehen. Evo-Boy wird jetzt unser Beschwörer, denke ich. Moment, wie Junge, wie sein Sprite, wenn er tot ist. Er hat einfach so den Mund offen. Oh, nee, warte. Ich bin falsch. Karate-Kaiser. Nicht ich. Du wirst beschwören. Katzen-Diemann wird beschwören. Was benutzt er für Waffen? Okay, Routen. Da müssen wir gleich nochmal kurz Routen shoppen gehen. So, hier sollte ich dich wiederbeleben können. Hier war es, ne? So, da lebt er wieder. Ah, so. So, wir sind eigentlich fast ready, um loszuziehen, ne? Boah, Jungs. Ich muss hier raus. Gehen wir mal kurz Stäbe shoppen. Die waren oben rechts, ne? Stäbe shoppen, kurz schlafen gehen. Und dann holen wir endlich Beschwörungen für den Beschwörer. Äh, Waffen. Sicherlich drei Standard-Summons. Das ist das erste Mal, äh, im Marathon, dass wir Beschwörungen haben. Deshalb müssen wir auf jeden Fall zelebrieren. Feuer ist cool. Und Eis ist cool. So, okay. Junge, ist das Ding schnell. Jo, ist das schnell. Boah, Junge. So. Replito. Boah, da sind sie, Chat. Quä, Stufe 1, beschwört Chocobo. Glatienz, Stufe 2, beschwört Shiva. Fulgur, Stufe 3, beschwört Rahm. Ignis, Stufe 4, beschwört Ifrit. Und Stufe 5, beschwört Titan. Juhu. Oh, ich muss Zauber wieder verlernen. Ja, hier machen wir Schlaf weg. Hier machen wir Blind weg. Boah, jetzt, ich will gar nichts 3 davon weglegen eigentlich, ne? Können wir die Lähmung wegmachen? Ja, machen wir Eisra weg, weil ich hab Eisgar. So. So. Nee, nee, wir machen, Evo-Boy ist immer unser irgendwie Magier, Zauberer, Beschwörer. Die anderen haben ja schon ihre Klassen. Äh, Katzendämon mein ich. So, okay. Jetzt können wir beschwören. Jetzt geht's ab. Ich bin gespannt, wie die aussehen. Oh, Baum. Krötenpanzer. Eins soll es einen Großmagus namens Noah gegeben haben, der über alle unglaublich mächtigen Zauber geboten haben soll. Beschwörungszauber richten selbst dann Schaden an, wenn der Gegner einen Barrierenwechsel durchführt. Hm, ich könnte mal sehen, oder? Auf dem Kontinent Dijk soll einst ein mächtiger Magus namens Noah gelebt haben, aber angeblich ist er längst verstorben. Eine Schülerin von Noah soll in den Fjörden im Süden schlummern, um die Welt der Träume zu beschützen. Es heißt, der große Noah hätte sich auf das Beschwören von Leviathan und Bahamut verstanden. Die Wesen, die Evokatöre herbeirufen können, sind noch einmal mächtiger als die magischen Gefährten einfacher Beschwörer. Evokatöre, Digga. Junge, man sieht jemand da im Haus rumlaufen. Hä, wie cool ist das denn? Es gibt eine kleine Insel, die wie ein Dreieck geformt ist. Doch, das ist nicht ihre einzige Besonderheit. Darunter soll sich nämlich eine Höhle voller Schätze befinden. Ich mag Schätze. Elixier, stark. Hieß es nicht Sohn und plötzlich Schülerin? Nee, das ist ja jemand da auch anderes. Der große Noah, so heißt es, hat Bahamut und Leviathan an Orte auf dem schwebenden Kontinent gebannt. Die Schülerin, wie hieß sie gerade, Syldiana oder so? Das ist ja die Schülerin von Noah. Aber der Sohn, um den es vorhin ging, das war ja Sohn Dash, der Sohn von Owen. Hm, wie komm ich da rein? Ich gehöre dem Volk der Gulganer an. So wie einst die Kraft des Lichts überhanden haben, droht nun die Dunkelheit alles zu vertilgen. Irgendjemand ruft sie herbei. Doch er scheint eines nicht zu wissen. Mag die Dunkelheit auch kurzzeitig herrschen? Am Ende wird alles aus dem Gleichgewicht geraten. Dann würden sowohl die Welt des Lichts als auch die Welt der Dunkelheit untergehen. Okay, wir sind hier fertig, ne? Hier vielleicht noch Krötenpanzer und noch eins. Okay. Ob er den Turm reparieren könnte, der Dashker? Müssen wir mal Sid fragen, ne? Sooo, okay. Äh, wo ist die Dreikiginsel? Ganz links. Ganz links unten. Wo sind meine Schätze? Hier sind meine Schätze irgendwo versteckt, Chat. Hier ist kein Schatz. Okay, dann gucken wir uns mal die Beschwörungen an. Beschwören. Wir machen Que. Sind jetzt alle tot? Nein, es leben noch welche. Choco, wo sprint? Okay, Choco-Boo-Sprint ist wohl ein Fluchtskill. Okay, Shiva? 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 Mesmerisieren, nicht Diamantenstaub Jo, wie sieht die denn hier aus? Oh, das ist ein Insta-Kill-Angriff, ne? Fulgur? Oh, das wollte ich gar nicht. Okay. Ne, ich kann noch nicht tauchen mit der Nautilus. Ähm... Okay, dann checken wir mal hier im Süden ab. Ne, hier waren wir schon im Süden. Oder sie meinten den anderen Kontinent im Süden. Und wir können jetzt irgendwo auch durch den Wind durchrasen mit dem Schiff. Hier waren wir nicht, oder? Ne, hier haben wir doch doch, hier haben wir angefangen. Hier haben wir heute angefangen. Ähm... Öh, wie bin ich hier wieder hier gelandet? Ich bin so schnell. Ich bin aber viel zu schnell. Hier. Aber ich kann immer noch nicht über Berge fliegen. Hier sieht halt so aus, als könnte man später irgendwie drunter tauchen. Als wäre das hier ein wichtiger Ort, ne? Und hier Spastete. Äh, Dankeschön. Für zwei Monate. Hi. Hier ist was. Äh, Schlafzauber oder Eiszauber benutzen. Aber nie Diamantstaub. Äh, haben generell alle Beschwörungen mehrere Spells? Oh, die Musik-Chat. Die gibt's auch in FF14. Das Lied gibt's auch in Neun. Wie hört sich das in, äh, Dingens an? In den Originalen? Wow, voll gut, ey. Was da Nobu Ematsu damals aus dem NES-Chip rausgekitzelt hat, Chad, oder? Stark. Uli bewacht die Welt der Träume. Während sie schläft. Ich kann krächzen, wie ich will. Sie wacht einfach nicht auf. Kaa, ob sie für ihn bei Ihnen der Traumwelt gefangen ist. Kaa. Okay. Wir brauchen für sie ein Item. Zahn des Windes. Zahn des Wassers. Levi-Grass-Schuhe. Ich hau sie einfach mit dem Kanu. Bup. Schade. Okay. Ja, wir brauchen hier einen Wecker oder so. Okay. Ich komme später nochmal vorbei. Junge, ich bin so schnell-ellell. Hier ist noch eine Höhle. Alte Ruinen. Untergeschoss. Okay, mal schauen, was hier ist. Und wie sehr ich das auf den Maul bekomme. Zombie-Drache, jo. Wie cool sieht der denn aus? Fulgur. Jetzt Ramo. Nee, Zombie-Drache hat 1600 ATK. Da ist er. Jo, der hat die Sonnenbrille aufgett. Juhu. 1700 ATK. Ja, okay. One-Hit. Okay, ich bin, glaube ich, ein bisschen zu früh hier. Hier wird erst später wichtig. Ey, die kam jetzt gar nicht. Okay, ich mache die stärkste Beschwörung, die ich habe. Titan! Titan! Komm schon, er macht den One-Hit. Jo, er hat Haare in dem Spiel. Okay. Es scheint wohl Blitzer eine Schwäche zu sein. Ja. Junge. Ja, ich glaube, wir gehen hier weg. Wir gehen woanders hin. Aber merken wir uns. Hier ist noch eine Höhle. Wie? Warte, warte, warte. Wie hieß die nochmal? Irgendwas mit Ruine. Alte Ruine heißt die einfach nur. Okay. Wenn das mal irgendwie zum Thema mal wird. Hier waren wir schon mal. Da gehen wir nochmal kurz rein zum Schlafen. Ist die nicht mehr, lieber es geht ab. Läuft gut. Ich hoffe, bei dir läuft es auch gut. Also, wenn du denselben Zombie-Drachen meinst, Kloppi, wie ich, dann 1600 ATK, ja. 1600 ATK und 0 Defense. So ein lila Drache. FF3 bin ich als Kind leider nie weit gekommen. Oh no, wieso? Zu schwer gewesen? Oder wieso? Das sieht auch so aus, als könnte man hier irgendwas später, irgendwie was Wichtiges holen, vertauchen. Ich hätte keine Ahnung, wohin. Oh no. Berge immer noch unpassierbar, ja. Sonst könnte man halt auf der Karte ja nichts mehr verstecken. Ich höre gerade irgendwas. Irgendwie X drücken. Gibt mir FF3 auch eine Stelle, einen miesen Schwierigkeitsgradanstieg. Ja, dem Kristallturm, oder? Da kriegen wir mies aufs Maul, mies aufs Maul. Äh, One-Peace-Boiler sind schon lange vorbei, ja. So vor zwei Stunden. Ja, guck mal, hier sind mehrere von solchen Pfützen. Die sind safe später zum Tauchen. Moment, vielleicht kann ich da auch jetzt schon rein. Mit normalem Kano oder so. Und dann passiert da was. Nein. Die sehen so aus, wenn die wichtig später. Ja. Junge, das Ding ist so schnell, ey. Ha. Kann ich hier zu Fuß laufen? Ähm. Die Wächterstatuen, an denen kommen wir nur vorbei, wenn wir alle Zähne haben, hieß es, ne? Ja, ich dachte auch kurz für ein Game Over. Ich glaube, die haben über Zähne gesprochen, oder so, ne? Was ist hier mit dieser Insel? Oh, Junge. Was ist das hier für ein Anwesen? Doga-Schloss? Uh. Wer wagt das? Sorry. Ich bin auserwählt, ich darf das. Niemand setzt ungestraft, unerlaubt, in seinen Fuß in die Hallen des Magiers Doga. Er greift sie. Kupo. Mogis-Chat. Das erste Mal, ne? Warte. Sind das etwa... In der Tat. Ihr seid die vier Krieger des Lichts. Ja, das ist jetzt einer der drei Magier, die nachfahren von Noah-Chat. Der ist richtig krass, ey. Das ist ein richtig krasser Magier. Äh, hey, Gottverdammend Deutschland. Was geht ab? Äh, wir zocken Fall-Fanzen 3. Die Kristalle haben also Menschen erwählt. Dann solltet ihr dieses erfahren. Dass die Dunkelheit über unsere Welt hereingebrochen ist. Xandes Schuld. Er war, wie ich, äh, wie auch ich, einst einer der drei Schüler des Großmagus Noah. Als Noah starb, vermachte er uns seine Gaben. Mir wurde die Magie zuteil Unay, die Welt der Träume, und Xande, die Menschlichkeit. Okay, Droga hat die Magie bekommen, Unay hat die Träume bekommen, und Xande hat die Menschlichkeit bekommen. Mitsamt der damit einhingeenden Sterblichkeit. Xande hat ja mies die Arschkarte gezogen, oder? Der hat einfach... Der hat einfach nichts bekommen. So, Droga kriegt einfach die Magie, seine Magie, seine krasse Magie. Äh, Unay kann jetzt diese Träume kontrollieren, die Traumwelt kontrollieren. Und Xande, ja, du bist halt jetzt ein Mensch, ne? Und deine besondere Fähigkeit ist, du bist nicht unsterblich, du wirst sterben! Doch Xande wusste das Geschenk unseres Lehrers nicht zu schätzen, und stapfte Wut entbrannt davon. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Mit der Technologie des Volkes der Alten kanalisierte er die Kraft des Erdkristalls, um die Lande mit dem großen Beben zu erschüttern. Aber der Erdkristall befand sich doch in Goldors Händen. Goldor? Nein, nein, das war bloß ein Stein, den ich erschaffen hatte, um Gold zu produzieren. Oh, Junge! Doga! Der Erdkristall muss sich noch irgendwo befinden. Xande hat die Kraft des Lichts gebannt und die Dunkelheit herbeigerufen. Ihre Macht will er sich zu eigen machen. Ein Jammer, wie tief er gefallen ist. Xande muss unbedingt aufgehalten werden. Ich werde an eurer Seite kämpfen. Hm. 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 Sein Gesicht ist einfach in Schatten gehüllt. Wir sehen nur seinen Bart, der raushängt. Ja, Xande ist der Böse hier jetzt. Von den Dreien. Ach so, hier können wir den dicken Chocobo darauf beschwören. Okay. Meister Doga hat mir gesagt, dass Xande das große Erdbeam verursacht hat. Kupo? Xande war nicht immer böse, doch als Groß-Marcus-Noah ihm die Sterblichkeit vermachte, wurde er wütend und verließ uns, Kupo. Was kann ich für euch tun? Ähm... Ae-Ora-Ga-Steiner. Hast. Oh, endlich hast. Jetzt auf Weißmagier wechseln. Das wäre geil, oder? Meisterin Une schlummert in einem Schrein südlich von Saronia und wacht dort über die Welt der Träume. Aber Xande kann nicht... Äh, kann... Xande dann nicht theoretisch gesehen nicht das beste Geschenk bekommen? Wenn die anderen unsterblich sind, müssen die ja ihre Aufgabe bis in alle Ewigkeit ausführen. Er hat die Möglichkeit, ein normales Leben zu leben. Ja, aber... Das ist ja Arschlame, oder? Also, das ist ja quasi wie, als hätte er gesagt, du kriegst nichts. Das ist ja kein Geschenk. Der hat ihm einfach quasi nichts gegeben. Ihr wollt doch wohl nicht in die Höhle des Kreises, oder? Meister Doga, das dürft ihr nicht tun. Das ist viel zu gefährlich, Kupo. Die Höhle des Kreises führt in die Welt der Dunkelheit. Und dort sind Kupo viele schreckliche Ungeheuer unterwegs. Passt bitte auf, dass euch nichts passiert, Meister Doga. Diese Urnen enthalten Zauberwasser, Kupo. Da ihr den Segen der Kristalle empfangen habt, solltet ihr euch an ihnen heilen und wiederbeleben können. Okay. Okay, noch Heiwbrüche gefunden. Okay, let's go. Fynn ist es halt, du hast weniger Zeit und wirst irgendwann weg sein. Ja, während die anderen halt irgendwie so Superkräfte haben, kriegt er halt einfach nichts. Da passen höchstens Wichtel durch. Ich muss mich wieder klein machen. Ähm. Dann muss ich ja jetzt auf Weißmagier wechseln. Wir müssen noch Weißmagier wechseln, Chat. Cutie Pie darf wohl nicht mehr singen. Dann geben wir noch Hast, Engel, Protes, Wigra. Analyse hat sie schon, oder? Sie kann es nicht mehr lernen. Das ist Stufe 4. Ähm. Was haben wir denn auf Stufe 4 bei ihr? Stufe 4. Ach, die hat schon Analyse. Konfus und Stille. Okay. Die kann aber die hohen Zauber gar nicht benutzen. Merke ich gerade. Die kann die zwar lernen, aber nicht benutzen. Ähm. Hier. Die hat Stufe 5 und Stufe 6 Zauber. Null Mana. Das wird wahrscheinlich erst der Weiß Magus oder wie auch immer die nächste Klasse heißt. Äh. die auch Weiß Magie benutzen kann. Oder wir müssen halt bei ihr einfach nur Weiß Magier weiterleveln und dann kann sie es benutzen. Aber ja, die geilen Zauber Protes, Hass kann ich leider nicht benutzen. Gehen wir eigentlich auch in die optionalen Dungeons? Äh. Es gab hier optionale Dungeons? Äh. 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 Kann mich nicht mehr erinnern. Aber I mean, why not, ne? Okay, wir können hier auch nicht wieder groß werden. Für drei Beschwörungen. Oh. Also Bahamut, Odin und Leviathan bestimmt, ne? Ich hab Kämpfe aus. Die sind by the way ja auch winzig wie wir, oder? Weil wir sind ja gerade so geschrumpft hier in dieser Höhle. Die sieht man ja hinten im Hintergrund die riesigen Pilze. Das heißt, das sind Mini-Mini- Mini-Minotauren. Bestimmt funktioniert konfus bei denen. So, wir probieren mal Ifrit. Yawki geht halt alle auf einen. Ui. Wie das aussieht. Das ist ein Single-Target-Angriff. Äh. Der Einzige, der hier Damage machen kann, ist Katzendemon. Dann gucken wir uns, äh, Titan kennen wir schon, ne? Ja, ja, ja. Diese riesige Kralle, ey. Gewire. Gewire ist auch ein Single-Target. Ach, der Scheiße. Einfach nur Que-Spammen und immer abhauen. Okay, das ist Schlaf, ne? Also, der rechts oben, der, der, der ist sehr anfällig für Statuseffekte. Ein Damage, ja, weil wir gerade Wichte sind. Wir sind ganz, so ganz kleine und ganz, ganz klein hat man halt keine Kraft mehr, weil man super klein ist. nur mit Magie hat man halt immer noch guten Damage. weil Feuer brennt trotzdem, ne? Feuer tut trotzdem weh. Ja, wir sind ja keine Ameisen. Ameisen ist, also, eine Ameise ist was anderes. Ameise, der Ant-Man, bei Ant-Man ist er so stark, weil ja, Ameisen immer, irgendwie, das Hundertfache von ihrer Größe an Kraft haben und dadurch, dass er ja ein Mensch ist und wenn er klein wird, hat er halt die Hundertfache Stärke eines Menschen. Tolle Ameise. Ameisen-Lore. Ist das wirklich so? Schau, kein Marvel-Trash. Einfach direkt Marvel-Trash, direkt Judgen. Also, Ant-Man hat, der ist recht stark, ja. Auch in kleiner Form. Ist Terra ein Gruppenangriff? Oder sind das alles nur Single-Targets? Auch Single-Targets. Yeah. Boah, noch versteinert. Ich habe einfach gelandet, Alter. Gold-Nadel. Gold-Nadel. Ja, scheinen wohl alles Single-Targets zu sein. Kann sein, später, wenn der stärkere Beschwerer kommt, der Evokate höher, dass seine Angriffe dann alles Gruppenangriffe sind. Noch nicht der schon wieder. Diesmal in grün, Leute. Ja. Ja. Nee, das ist nicht, Geruder. Warte, by the way, ähm, Final Fantasy 3, äh, Ramu. Wie sehen die alle in, in die ganzen Beschwörungen in der DS-Version aus? Okay, das ist Ramu in der DS-Version? Also hier sieht er nicht so aus, als hätte er eine Sonnenbrille. Tier hat dann normale Augen. Ähm, Final Fantasy 3, Shiva. Das Shiva? Tier hat ja einen wilden BH, der hat gar keine Träger-Chat, weder seitlich, noch, noch oben? Das ist einfach so ein Klebe-BH. Dieser Mini-Zopp, ja, Mann. Ähm, Ifrit. Wer ist der denn, Alter? Ah! und Titan hatten wir gehabt, ne? Was haben die mit Titan gemacht? Hä? Hä? Was ist der denn? Aber ist das ein Boss-Kampf? Ist das eine richtige Beschwerung? Ne, das ist der Boss. Es gibt noch einen Titan-Boss in dem Spiel. Twink. Äh. Titan Summon. Wer ist denn der? Wer ist denn der? Junge? in dem Teil hat er so eine richtig krasse, äh, Löwen-Mähne, Alter. Der Schlübbi. Der Schlübbi. Das ist der erst Ifrids Gigamap-Dealer. Da wären wir. Nun ist, äh, Eile geboten, denn, äh, mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Hust, Hust. Doga liegt im Sterben. Zuerst will ich euer Luftschiff, die Nautilus, so verzaubern, dass er unter Wasser fahren kann. Hokus pokus, Schiffikus. Dank Doga's Magie kann die Nautilus jetzt unter Wasser fahren. Titan wurde mit jedem Ableger immer breiter. Immer breiter und weniger Haare. Bis er dann in 14 wieder Haare bekommen hat. Dank Doga's Magie kann die Nautilus jetzt unter Wasser fahren. Begebt euch zum Tempel der Zeit, der sich auf dem Grund der See südlich von Saronia befindet, zwischen den zwei Zangen. Dort werdet ihr Noah's Laute finden. Und was stellt man damit an? Sie ist ein magisches Instrument, dessen Klang selbst die Träumenden erreicht. Mit ihr könnt ihr Unay zurück aus der Traumwelt holen. Weckt Unay und holt euch die unbezwingbaren Invincible. Ich werde in der Zwischenzeit den Eureka-Schlüssel besorgen. Und nun brecht auf. Wir sehen uns wieder, wenn ich den Schlüssel habe. Bis dahin. Gehabt euch wohl. Euer Herr Newstime. Ja, in Final Fantasy 14 sieht Titan aus wie so ein Grone, Alter. Ich werde euch zurück nach draußen teleportieren. Bestellt Unay mein aufrichtige Grüße, Krieger des Lichts. Kann ich noch mal rein und mich heilen? Die Kleinen, Alter. Nee, Doga ist nicht der. Der hat doch gesagt, der zieht jetzt los und sucht den Schlüssel für Eureka. Ein geheimer Ort der Macht. So, okay. Dann würde ich jetzt noch mal gerne zu der Dreiecksinsel fliegen, jetzt wo wir tauchen können. Was war hier? Gar nichts. Oh, was ist denn hier? Da können wir bestimmt auch irgendwie durchs Tauchen rein. Dieses Spiel, ne, ist so riesig, ne? Jetzt gibt es auf einmal noch eine Unterwasserwelt. Und jetzt gibt es schon eine dritte Map. Doga's Dorf. Dies ist Doga's Dorf. Alle Zauber, die hier verkauft werden, wurden von Meister Doga persönlich aus Schriften des Volkes der Alten rekonstruiert. Äh, falsche Richtung. Ja, hier sind wir wahrscheinlich noch zu früh. Ich denke mal, wir werden hier nur krasse Zauber bekommen, die wir eh nicht benutzen können, weil unsere Magie alle noch zu low sind, oder? Vitarga. Ja, Stufe 7. Es gibt hier noch einen stärkeren Zauber als Vigra. Es gibt noch Vitarga einfach. Medica, Reflec, Beben, Steingasaugen. Ja, ich kann sie kaufen, aber ich habe gerade nicht so viel Geld. Und die sind recht teuer. Kosten alle 20k und ich habe gerade nur 70. Keine neuen Beschwörungen. Okay, die anderen kennen wir. Das ist hier der Neue. Also der hat die stärksten Zauber. Ich habe meine Goldschwerte schon verkauft, ja. Die war nicht so viel wert. Ich habe für alle Goldschwerte zusammen 27k oder so bekommen. Ich habe gerade herausgefunden, dass die Fernbedienung von meinem neuen Bildschirm eine Prime Netflix und eine Disney-Taste hat, aber keine für Einstellungen. Das muss man am Bildschirm machen. Was? Hast du für einen komischen Bildschirm? Die Dreiecksinsel? Die Schatzinsel? Da ist sie. Ja, der Unterwassersong ist echt schön. Aber das ist generell immer so. Das ist irgendwie so eine ungeschriebene Regel. In Videospielen müssen Unterwassersongs alle richtig schön träumerisch, entspannt, irgendwie auch ein bisschen melancholisch und schön klingen. So, Schatzinsel. Ich denke mal, das ist einer der Bonus-Dungeons. Weil es ist nicht einfach nur kurz reingehen und Items holen. Das ist wirklich ein Dungeon. Mal gucken, wie stark die hier sind. Killer-Krebs! Das sieht absolut nicht aus wie ein Krebs. Ach so, das ist gar kein Kleid. Oh, Leute, ich dachte, das ist ein Kleid und der streckt seinen Arsch aus. Aber das ist so eine Schneckenhaus. Ja, ich denke, wir sind auch zu früh hier. Ja, wir sind zu früh hier. Ja, wir sind zu früh hier. Okay, hat einen anderen Spell eingesetzt. Geister-Smarter oder so. Und jetzt zappelt der Typ so. Ich habe irgendwas Krasses gemacht. Er zittert, er hat Angst. Also, man kommt hier schon klar, aber die sind schon recht stark. Deshalb, wir müssen es ja nicht, wir haben es ja nicht eilig, mit den Bonus-Dungeons. Die können wir auch später machen, wenn wir stärker sind. So, Hypotion. Äh, Phönixfeder meine ich. So, okay, dann gehen wir die Laute holen, um Unend aufzuwecken. Äh, wir wechseln, glaube ich, denke ich mal gleich wieder vom Weißmagier weg. Wieder zurück auf Bade. Leveln Bade noch ein bisschen. Was ist das denn so, Digga? Tempel der Zeit. Da ist er. Der Tempel der Zeit. Den hatten wir vorhin noch gelesen, gab. Okay, was gibt es hier so für Gegner? Ein Tatzelwurm. Oh, der Tatzelwurm. Der Tatzelwurm ist ganz schön stark. Aber wir haben einen Dragoon dabei. Der stark gegen fliegende Gegner. Wie man vielleicht unschwer erkennt. Okay, wir brauchen wieder den Dieb hier gleich kurz. Junge, die Seeferdkönige. Die Augen von denen, Alter. Grüne Szene. Ja, ist doch okay jetzt. Okay, Daneben? Wieso tust du mir das an? Wenn der irgendwann mal Gruppenangriffe machen kann, ne? Boah. Boah. Starke Heilung. Ja, 400 Damage. Ich glaube, wir müssen auf Weißmagier wechseln, Leute. Die Gegner hauen hier echt fett rein. Diamant-Armenschutz. Die hauen hier echt fett rein. Ich brauche eine vernünftige Heilung. Ich komme nicht mehr durch, ohne zu, ohne zu, ohne halt nur mit Items zu heilen. Na? Ähm. Okay. Vielleicht schaffen wir diesen Dungeon noch weiterhin mit dem Baden, aber ich glaube, spätestens beim nächsten Dungeon brauchen wir wieder einen Weißmagier. Chimeren Magier! Oh. Scheiß, Mäßmäsieren. Mach doch Eis jetzt. Der schläft jetzt da oben in der Ecke. Wow. Blitzgewitter. Oh, das war der Gold, Goldor hat das gespannt, ne? Junge, Evo-Boy hält aber auch nichts aus, ne? Also die Gegner, ich mache schon guten Damage bei den Gegnern, aber die Gegner bei mir halt auch, ne? Oh, nicht der schon wieder. Schnell wegspringen. Du musst eigentlich gar nicht angreifen, unser, unser Jump-Boy wird den gleich one-hitten. Kein Mana verschwenden. Okay, Evo-Boy kann auch one-hitten. Reicht, reicht wohl auch. Defendor. Ja, wir kriegen hier die ganze Zeit, ähm, was ist die ganze Zeit, aber wir haben jetzt die letzte Zeit öfters irgendwelche coolen, klingenden Waffen bekommen, aber halt keine Waffen, die wir selbst benutzen können mit unseren Klassen. So, Recalcum, Defendor, äh, pff, 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 Defendor ist Schwerter, aber keiner kämpft hier mit Schwertern, wie du vielleicht siehst. Ich sterbe jetzt einfach hier. Boah, was ist dieser Damage Ja, ich brauch Weißmagier Ich komm hier nicht durch Ohne Weißmagier, es geht einfach nicht Trevon Trevon Ob die Charts bei 3-Mann-Welt auch explodieren Wir müssen uns rausporten Ich hatte irgendein Notausgang-Item, wo ist es da? So, Beruf, Cutie Pie Wieder zurück auf Weißmagier Ja, das ist schade, dass man Halt auf dem Weg zum letzten Kristall Wo es die letzten Klassen gibt Halt auf dem Weg dahin Keine andere Klasse außer Weißmagier hat Die halt heilen, vernünftig heilen kann Oder eine Schwarzmagier-Klasse Die, okay, wir haben, ich meine, wir haben sowas wie Beschwörer Und Geomancer, das ist auch ganz nett Der Ersatz zum Schwarzmagier Aber einen Ersatz für Weißmagier gibt's einfach gar nicht, ne? Gibt's einfach gar nicht Also nicht mal der Gelehrte Die hätten vielleicht dem Gelehrten wenigstens Irgendwie so ein bisschen Weißmagier-Spells geben sollen Aber nicht mal der kann das, ne? Ähm, ja, wir müssen zelten Hab ich Zelte? Gibt's hier sowas wie Zelte? Ich hab keine Zelte, ne? Wir müssen irgendwo schlafen In dem In Kann der Ritter nicht auch wenig Weißmagier lernen? Äh, kann sein Aber er wird wahrscheinlich auch keinen Vitra können Oder so Wahrscheinlich wird er auch nur irgendwie Vita haben Irgendwie so Stufe 2 Zauber oder so Und nicht irgendwie Stufe 4 oder sowas Keine Zelte, keine Äther, ja Gibt es nicht irgendwelche besseren Rüstungen? Dass wir nicht mehr so viel Schaden gedrückt bekommen? Äh, ich würde nicht sagen Dass es dann in Rüstungen liegt Ich hab schon gute Rüstungen Äh, ich würde sagen Das liegt eher daran Dass ich einfach Scheiße bin Äh Dass ich halt vielleicht Ein bisschen leveln muss Ja, der Weißmagier kann auch Äh, der Rotmagier kann auch Weißmagier Aber der Rotmagier Das ist ja auch Ne Anfang Ne Startklasse Wie auch der Weißmagier Mir geht's ja darum Dass du seit dem ersten Kristall Wo du die ersten Klassen bekommst Danach Keine Klasse mehr bekommst Bis zum letzten Kristall Die Heilen kann So, wir gehen nochmal schnell durch Da, wo ich aufgehört hab Hier Jetzt machen wir wieder Gegner an Ist das hier Ne Leiter Ähm Ja, wir können theoretisch immer Den Karateka zum Dieb machen Weil der verliert keinen Mana Oder halt den Dragoon Einen von beiden Diamantpanzer Diamantpanzer Dritter ist halt gut zum tanken Ja, der kann ja Schutz und so Das ist ganz nett Ja Aber Dragoon ist ja cooler Ja, jetzt spammt nicht Eis Er macht wieder Geistesmarter Keiner, was das macht Ah, Evo Boy ist tot Oh, sie kann mittlerweile auch Stufe 5 Zauber benutzen Einmal Behalten wir vom Bosskampf Als ob er noch angreifen kann Bevor ich dran bin Okay Warum bin ich immer tot Ja, weil du absolut Absolut Null Verteidigung hast Und ich muss sagen Chat Ich fühle den Beschwörer So gar nicht Mir fehlt der Geomancer Weil es fuckt mich halt ein bisschen ab Dass der halt nur Single Target macht Deshalb ich glaube Ich wechsle den gleich wieder Fuckt ein bisschen ab Dass er nur Single Target machen kann Ja, ist halt strong, aber Ich hab schon zwei Leute Also ich hab schon den Dragoon Der hauptsächlich ein Single Target angreift Der Evo Boy Macht halt Gruppenangriffe Aber dann fehlt mir halt noch Irgendwie ein zweiter Gruppenangriff Damit die Gegner gefinisht werden Und das ist dann ein bisschen lästig Wenn er nur Single Targets machen kann Also wir holen uns auf jeden Fall Auch die anderen Beschwörungen Um sie uns anzuschauen Ne Aber ich denke nicht Dass ich Außer der der nächste Beschwörer Dieser Evokateur Ist richtig geil Wenn der richtig geil ist Dann gehen wir rein Okay, da geht's runter Ne Geomancer macht ja auch ab und zu Das ist ja bei ihm ein Gamble Manchmal macht er auch Gruppenangriffe Manchmal nicht Er wechselt das ein bisschen Einmal hin und her Basiert auf Terrain Evokateur ist nice Da kriegen die Beschwörungen Die richtigen Angriffe Ja, genau das Dann geht's ab Dann ziehe ich mir noch kurz aus Damit ich nicht Diamant-Handschuhe Urikalkum Schon wieder Urikalkum Hier nochmal rein Dass die Türen auch wieder zugehen Wenn du einmal sie geknackt hast Das ist ein bisschen Lästig So, Kara-Taker Geil, Erdbeam Geil Und stark Ähm Ich wollte gerade Ach ja, genau Ich hab ja neue Rüstung bekommen Hier Ist hier schon Ende? Ne Schon wieder geschlossene Türen, oder? Boah, was ist das mit den geschlossenen Türen, ey? Ich hätte mir wirklich lieber Schlüssel kaufen sollen Dass ich nicht immer wechseln muss Scheiße, jetzt muss ich mit dem Ninja kämpfen Stehlen! Okay, Reißaus ist weglaufen Okay, dann beklauen wir mal Konntest nix stehlen Erdbeben, 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 Erdbeben Wir will stürmen Arschloch Nadaini! Nadainio! Dankeschön für den Raid, Nadine Was geht ab? Hi Was gab's für euch so schönes heute? Wir spielen heute den ganzen Tag Fallen, wenn sie drei Heute durchspielen Und Dankeschön, Nadine Für 18 Monate Vielen, vielen Dank God of War Äh, das Neue Diamantschild brauchen wir nicht Oh, da ist schon die Laute Wir suchen gerade eine Laute Mit der wir Mit der wir eine Magierin Aus ihrer Traumwelt Erwecken können Davor Also der ganz, ganz allererste Auf PS2 Der ganz erste Noah ist lauter Ein geheimnisvolles Instrument Das in der Zeit gefangen war Beginnt zu spielen Jetzt kann unser Team Nicht nur Klavier spielen Jetzt auch sogar noch Lauter Einfach musikalisches Team Unterwegs Ach, du meinst Der mit dem davor Meinst du den ersten Von den neun Ah, okay Ja, der war geil Der war nicey Nicey Okay, wir können hier abhauen Einfach auf Anhieb Ja Laut in die Hand genommen Direkt Let's go So Uh, ne Hat glaube ich Hier geschlafen Oder ist es die alte Ruine Habbeldabbel spielt auf der Laute Ihr lieblicher Klang Der selbst die Traumwelt erreichen soll Halb von Wänden wieder Und nochmal Hey Kid Wir haben sehr viel erreicht Wir sind gerade dabei Die Welt zu retten Auf einmal hat es den Hut Ist ja irre Ohne er ist aufgewacht Krä, krä Er war Adlips I love it Seitdem du FF1 gestreamt hast Freue ich mich auf jeden Sonntagabend Nice man Ich auch Ich auch Ist geil Junge Habe ich gut geschlafen Lora Auf meine Schulter Sofort Okay Une ist ganz anders drauf Als du Jawohl Meisterin So Dann will ich mal Meine müden Knochen Etwas in Schwung bringen Wie lange hat die geschlafen Wie lange hat die geschlafen Ich bin Unai Die Wechterin der Traumwelt Zu euren Diensten Haha Ich war so lange in der Traumwelt Achievement Bitte Dass ich fast vergessen hatte Wie schön es das hier ist Danke fürs Aufwecken Doga hat mir meinen Träumen übrigens schon von euch erzählt Eine Schande Was Xande getan hat Um ihn aufzuhalten Werdet ihr jedenfalls ein ganz besonderes Schiff benötigen Die Invincible Mit ihr könnt ihr über Berge fliegen Oh 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 Endlich Sie liegt in den Ruinen des Volkes der Alten Nördlich von hier vor Anker Und Mojos Allstars Dankeschön für dein Prime Sub Also dann brechen wir auf Los ihr Schnarchnasen Du willst mit uns mit? Was denn? Schämst du dich etwa In Begleitung einer alten Frau gesehen zu werden? Nein natürlich nicht Na dann steht unserem Ausflug ja nichts im Wege oder? Und wo wir gerade von Diensten sprechen Das hier ist für euch Den Zahn des Feuers Oha Was ist das? Ein Zahn Wie ihr schon zwei davon besitzt Passt gut darauf auf Denn nur mit den Zähnen Wird es euch möglich sein An den vier Statuen vorbeizukommen Die Xande herbeigerufen hat Einen Zahn gibt es noch Den Zahn der Erde Doch um den zu bekommen Werdet ihr ein neues Schiff benötigen Ein sehr sehr großes Schiff Also folgt mir Wer war Xande schon wieder? Der krasseste Magier aller Zeiten Der irgendwann mal gestorben ist Der gute Noah Der hatte drei Schüler gehabt Und die waren Doga, Une und Xande Und bevor er gestorben ist Hat er an die drei was zurückgelassen Doga hat die Magie bekommen Une hat die Traumwelt bekommen Und Xande hat die Sterblichkeit bekommen Opfer Irgendwo im Norden liegt die an Aber ich wollte kurz mal Die kleinen Teiche Mir kurz anschauen Hier sieht es auch Sass aus Sussi Geht auch nicht Ihr seid wirklich ein Loser Hier sieht es auch Sassi aus Geht auch nicht Der Noah-Namejob verwirrt mich immer so Du heißt ihn echt Noah? Nicht Draghi? Eww Einfach Eeyoh Jetzt finde ich keinen Ich habe da vorne irgendwie zwei Stück oder so gesehen Jetzt finde ich keinen mehr Da ist einer Kann er nicht rein? Wow Ich dachte das ist irgendwelche kleinen Secrets Hier guck mal Das ist doch so Sussi Eine Sie hat doch gesagt Der liegt im Norden Wo genau meint sie? Im Norden Meinem Norden ist nix Weder auf dem Kontinent noch auf dem anderen Diese kleinen Teiche ne Die sehen so Sussi aus Habe ich hier irgendwas übersehen? Okay Das ist wahrscheinlich Irgendwo muss ich tauchen Wahrscheinlich ne Ich meine ich kann ja einfach immer die Nordseite Komplett umschwimmen ne Wieso sehen meine Haare heute Sussi aus? Hä? Hier ist auch nichts Das ist schon nicht mehr Norden Ich könnte nochmal in die andere Richtung schwimmen Sieht auch nicht so aus, als wäre hier irgendwas. Oh, hier ist was. Aber ist das noch Norden? Oh, ich bin unter Saronia. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Schauen wir uns einfach mal an, ob ich hier aufs Maul bekomme oder nicht. Die Junge, die haben ein 8-Pack. Vom Damage her könnte ich hier vielleicht richtig sein. Auch wenn ich gerade mies aufs Maul bekommen habe. Ich hätte vielleicht kurz in ein Schlafhaus gehen sollen und schlafen. Oh, Erdrutsch ist neu. Bestimmt kann man die vergiften. Boop, 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 boop. War fehlt. Ja, die Keulen sind geil, Mann. Geile Keule. Geile Keule, Bruder. Vielleicht machen wir mal kurz den Boost an, weil ich habe das Gefühl, ich komme gerade immer mehr und mehr in Rückstand. So, dass wir vielleicht ein bisschen aufholen, sodass wir dann, weil wenn wir gleich wirklich da angekommen sind hinter diesen vier Türmen, ich glaube, da kommt der Punkt, wo das Spiel drastischen Anstieg an Schwierigkeitsgrad haben wird. So, dass wir dann nicht gleich irgendwie dumm im Kreis rumlaufen müssen und ein paar random Mobs ploppen müssen, sodass wir das hier nebenbei schon quasi machen. If you catch the drift! Das waren einfach zwei Voice Cracks, Alter. Nur für den Dungeon. Reflect Pawn, Sir! Yo! Der hat ja mal mächtige Tiddies, Alter. Die sind ja geil, ja, Mann. Die Tiddies sind richtig geil, oder, Kid? Wie die grinsen auch. Und so am Stirnrunzel. осpera- Was mache ich denn hier? Ähähähähähähähähähähähähähähähäh hahähähähäh! Die schon wieder. Schon neidisch. Sind schön rund, ja. Naja, Sprung bei vielen Gegnern ist immer ein bisschen schwierig. Sollte ich nicht machen, glaube ich. Weil wenn er wegspringt, dann greift natürlich ihn niemand an. Und wenn er noch da ist, dann verteilt sich der Damage auch vielleicht noch auf ihn. Ja, und der kommt nicht mal zum Zug, er ist einfach die ganze Zeit weg. Ding, 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 ding. Steinreich, was? Steinreich? Achso. Ich dachte, da steht Steinerchen. Gohle im Stab. Hier nach oben sind auch zwei Kisten. Hahaha, Junge. Was haben die denn eigentlich an der Seite? Ist das so wie so ein Dolch oder so? So ein Dolch irgendwie an der Seite, was so eine Feder dran hat oder so? Die haben so seitlich so ein Dolch noch reingesteckt. Wahrscheinlich, ne? Oder so ein Säbel, irgendwie sowas, ja. So ist dein Sprite gerade zu halb Stein gewesen. Okay. Ich habe ihn wohl irgendwie versteinert. Gaia-Weste. Aegis-Schild. Sie ist leer. Keine Gaia-Weste? Okay. Ich habe gerade 777 Damage gemacht. Oha. Jackpot. Oh ja, wir müssen uns den 3D anschauen. True. Kyklop. Boah, ne. Boah, ne. Junge, wie klein ist das Bild denn bitte? Ne, die haben ja nicht mal Nippel, Leute. Wieso sind die grün? Und dann haben die irgendwie hier zwischen ihren Tiddies so einen kleinen Haarfleck. Shrek einfach. Ach, das soll die Kette sein. Dass von der Kette noch ein Stück was runterhängt. Wie, der Kenschoss, den kennen wir. Den hatten wir vorher in den Lila irgendwo mal gehabt, letzte Woche. Da war der, glaube ich, sogar ein Boss, oder? Kein Warnet. 1000 Damage. Treibsand! Ui. Passt dich, by the way, dem Hintergrund an. Wir sind in einer fucking Kanalisation und er macht Treibsand. Gibt's so ein Secret, oder? In dem Raum. Ui. Hinterhalt von den großen Männern. Immer wenn, immer wenn das so, wenn wir Hinterhalt bekommen, dann sieht das immer so aus. Warte, ich mach mich hier. Dann sieht das aus, als wäre das Spiel so gespiegelt. Und dann hab ich irgendwie Probleme, das richtig zu erkennen, was ich da gerade sehe. Tales of Arise, japanisch oder englische Sprache? Gar nichts von beiden. Gönn dir Tales of Berseria. Ja, schade um Cutie Pie. Was? Nicht, nee. Doch. Tales of Abyss, Alter. Braucht man da nicht gegen so eine arschalte Retro-Konsole? Und dann muss man dann so in zwei Frames auf zwei Pixeln spielen. Ein 3D ist, ja, mein ich ja. Keine Secrets hier? Echt nicht? Sieht so einladend aus wie Secrets. Ich bin bei Odin angekommen! Ich wollte gar nicht zu Odin. Wer wagt es, meinen friedlichen Schlaf zu stören? Odin greift die Gruppe an. Dieses orangene Pferd, Alter. Junge, wer ist der denn? Junge, ja, Ponita am Start. Das sieht nicht mal irgendwie aus wie ein Pferd. Was ist das? Irgendwie sieht das nicht mal aus wie ein Pferd. Super weird sieht das Ding aus. Und der hat so ein kleines Grinsen drauf. Das ist ja gelb. Okay, Sprung. Analyse. Terrain. Kraftschub. Tot. Oh, lebt noch. Der hat einfach Pech gehabt. Der hat 10 Treffer bei ihr gehabt. 10. 10. Ist Tritt immer stärker als normaler Angriff? Tritt ist ja geht ja auf Gruppe, deshalb gehe ich davon aus, dass Tritt eigentlich immer schwächer ist, ne? Ja, ich glaube, ist schwächer. Der Geoman kriegt gar nichts geschissen. Die Idee vom Geoman finde ich keiner cool, aber an sich finde ich den Job bisschen trash. Nee, ich finde den ja nicht ganz solide. Ich finde den voll okay. Okay, Chat. Wir benutzen zum ersten Mal Engel. Nee, eigentlich nicht. Nee, ich sollte V gerade lieber aufbewahren. Oder Protis. Alle wiederbeleben und Protis benutzen. Yeah! Ich hätte das von Anfang an machen sollen. Zeh, 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 Zook, Zucken! Das ist eigentlich sein Signature-Movechat in den Final Fantasy-Teilen. Zeh, 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 Zook, Zucken. Das macht immer eigentlich One-Hit. Egal wie viel Leben hast, ob du maximal Leben hast, macht es immer One-Hit. neul doch nicht wieder auf epoboy warte wir machen mit ihr ich habe kein vitra machen okay wir machen mit ihr vita und ich hoffe dass er vorher dran ist der mit der phoenix feder er ist vorher dran zählst du zu gucken 680 damage mein main damage die leise der hätte ich hätte brot das von anfang an machen müssen okay alles oder nichts chat let's go ich habe ein bisschen glaube ich pech gehabt dass er das die ganze zeit gesperrt ja die scheiß spammer na mann okay noch mal sprung wir machen direkt hatte so kein sprung damit er noch brot ist abbekommt und ich mache brotes brotes sind sie in dem teil nun single tage ich kann kein beschwöre reinmachen wenn ich beschwöre ja er fängt direkt damit an wenn ich beschwöre mache hat er die kein mann er kann dann nichts mehr machen ich müsste einmal aus dem dann schon raus schlafen und dann wieder kommen das ist ja jetzt einfach ultra scheiße ja Der Kampf ist ja noch beschissener als der letzte. Hat dir jemand eigentlich bei FF2 gesagt, dass das mit den Statuseffekten ein Bug war? Also, dass die immer treffen? Wie meinst du? Also, Statuseffekt der Gegner bei mir, dass die immer treffen? Das soll ein Bug sein? Okay. Und wieso haben die das nicht in Pixel Remaster gefixt, die Schweine? Ja, wir können Protes vielleicht benutzen für ihn. Scheiß auf Kraftschub, die gehen drauf. Damage. Deswegen traf Tod immer. Jetzt ist er weg, jetzt kann er nicht gebracht werden. Danke, kein Zinsesuken. Aber ja, Beschwörer wäre hier auf jeden Fall einiges angenehmer. Ja, das stimmt wohl. Vom Damage her wäre es ganz geil. Juhu! Das war ein Zuzuken! Ah, Weißmagier! Ah, sie ist tot! Sobald einer stirbt, dann bricht alles zusammen. Ja, Sir, macht einfach nochmal! Okay, Chat, ich will kurz was probieren. Beruf wechseln. Kurz mit dem Gelehrten mal den analysieren. Studieren. Keine Schwächen vorhanden. Okay. Plachimie. Ja, bei dem kannst du wahrscheinlich Glück haben. Dann klappt das. Du kannst aber auch Pech haben. Gut, ähm, ich komme wieder. Eines Tages. Aber, wenn das auch nicht hier weitergeht. Ich muss ja nochmal die obere Insel abschwimmen im Norden. Oder es ist auf der unteren, auf der fliegenden Insel. Oben ist das Schiff. Ich hätte ja gesagt, liegt nur im Norden an. Liegt am Norden an. Was ist denn hier los? Äh, sag. Sag. Links von der großen Stadt. In die alte Ruine jetzt rein, oder was? Wo wir schon mal drin waren. Meinst du die alte Ruine? Wo wir schon mal waren. Okay, ja. Aber ich muss kurz einmal schlafen gehen. Das war es also mit dem Streamchat. Ich wünsche euch einen geilen Restsonntag. Ich gehe schlafen. Ihr solltet nicht einfach direkt alte Ruine gesagt. Diese alte Frau. Dann hätte ich direkt gewusst, wo ich hin muss. Hat sie. Sie hat gesagt, liegt Norden an. So, Norden liegt, liegt, liegt im Norden an. Ist nicht für mich, liegt versteckt in einer alten Ruine irgendwo in den Bergen. So, letztes Mal, als ich hier drin war, habe ich ziemlich aufs Maul bekommen. Und dann. Pyralis. Wer ist der denn, Alter? Sieben Treffer tot. Okay, lebt noch. Sie kann mit ihrem Stab versteinern. Deshalb kommt dieser komische Steineffekt. Entschuldigung, ich kann auch mit ihr reden. Das war ja auch eine Mechanik. Ja, gelöscht mit Stein. Ähm, hier. Die Invincible kann kleine Berge überwinden. Ohne sie werdet ihr den Zahn der Erde nicht erreichen. Also, unser nächstes Ziel sind die alten Ruinen. Okay. Überlass das mir. Mit einem, äh, mit meinen Traumsteinen müsste ich selbst Adamantit in den Dimensionsriss verbannen können. Die Sache ist nicht ganz ungefährlich. Bleibt schön hinter mir. Boah, ab in den Dimensionsriss mit den Steinen. Uff, ganz schön anstrengend. Naja, eine alte Frau ist halt kein Phantomzug. Foreshadowing für Final Fantasy VI? Na dann wollen wir mal. Die Invincible erwartet uns. Halt wirklich. Sie kann Steine in... Sie kann Dimensionsriss aufmachen. Und Xande ist menschlich. Beim großen Beben ist die Mauer des Adamantit dort vorne eingestürzt. Viele unserer Kollegen sind nun in den Ruinen verschüttet. Wir erforschen die Ruinen des Volkes der Alten. Der Zugang tiefer in die Ruinen wird durch Adamantitbrocken versperrt. Wir haben jeglichen Kontakt zu den Forschern, weitere darin verloren. Das geht auch weg. Der Fresser! Wie sieht der in 3D aus? Der ist ja richtig geil. Oh nein. Der sieht irgendwie gar nicht mehr so gefährlich aus. Irgendwie sieht der gar nicht mehr so gefährlich aus. Schon fast süß. Hier ist er irgendwie so extrem muskulös. Teilung. 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 Ich glaube, die können sich alle nur einmal teilen. Wenn sie halt nicht One-Hit sind, dann teilen die sich. Teilung. Und ich glaube, die teilen sich dann sogar die HP auf oder so. Als ob die Tür mal nicht abgesperrt ist. No way. Reflect Panzer. Der schon wieder. Der war gruselig, ne? Warum verfehlt treibst du halt immer? Der ist halt wahrscheinlich so ein One-Hit-Skill, ne? Und dann ist das irgendwie so eine 20-prozentige Chance, dass er one-hitted. Und die trifft nie. Und die trifft nie. Boah, sechs Schläge. Juhu. Ja, warte. Drei-Zehn Treffer. Hui, Junge, 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 Junge. Da wurde aber jemand einfach komplett deinstalliert. Einfach kurz Internetkabel gezogen. Ich laufe wieder zurück. Ich bin ein Opfer. Das ist ein Shop. Einige skrupellose Händler verhökern klammheimlich antike Waffen und Rüstungen. Oh, Juhu. Grüße, Jungs. Ich habe gehört, hier werden antike Waffen verhökert. Ich bin zufällig interessiert an antiken Waffen und antiken Rüstungen. Zeig mir dein Angebot. Blutschwert, lol. Altes Schwert, lol. Defender, lol. Medusafeil, lol. Tomac, lol. Blutlanze. Wenigstens etwas. Verhökern ist ein starkes Wort, ja. Äh, weiße Robe. Diamantschutz. Diamanthandschuhe, okay. Zwei Blutlanzen, jetzt geht's ab. So. Ich bin interessiert an antiken Milfs. Was ist mit dir los? Ich mag Milfs. Ich mag sie sehr. Zeitloser Bänger. Auf Einzeichnungen und Gemälde, die wir hier entdeckt haben, sprangte das Bild eines riesigen Schiffes. Diese Ruinen bergen etwas sehr Wertvolles, sehr spür ich. Ich spüre es auch. Ein riesiges, gigantisches Schiff. Azrael. Was ist mit dem Spiel? What the fuck? Ich muss wirklich am Ende Smash or Pass machen. Mit allen Monstern aus Five-Fanzeh-3. Junge, ist das Bild klein Der sieht so aus, als hätte er so eine Sci-Fi-Maske an wo da so ein Auge so leuchtet und der da oben hat so Antennen So, das ist Originalgröße Haben die sich geteilt? Die haben sich geteilt, oder? Wieso teilen sich alle? So, du teilst dich nicht Die Cap verdeckt mein Vermögen Ich habe Da ist mein Vermögen Lass mich raten Die Türen sind alle versperrt Ich muss jetzt die ganze Zeit auf Dieb wechseln Nein, okay Was Neues für unseren Mönchi Für den Kopf Oder hatte ich das schon gehabt? Nee Er hatte vorher, glaube ich, Stirnband gehabt Was mache ich denn? Na, nicht du schon wieder Aber die Heilung von den Blutlanzen ist ja super stark Er heilt sich einfach um 400 Hast du die neue Rüstung schon angelegt? Ja Ich bin in Isaac jetzt auch so weit Dass ich Jacob und Esau spielen muss Ich kann mich nicht mehr wehren Geteiltes Leid ist halbes Leid Schwarzer Gürtel Trägt er das nicht schon? Ja, trägt er schon Mama hat gesagt Teilen ist wichtig Deine Mama hat dich angelogen Die dicke Glocke Junge, der macht auch mit der Glocke guten Schaden So viel Leben hat er Zombie Drachter hat null Verteidigung Er lebt immer noch Ich habe ihn geheilt Habe ich ihn die ganze Zeit geheilt Und ich habe es nicht gecheckt Habe ich ihn die ganze Zeit geheilt Das ergibt Sinn, wieso er so viel Leben hat Runenglocke Eine Glocke mit magischen Kräften Feenkralle Ist er immer noch besser mit zwei Nahkampfwaffen? Hundertfünf Ne, hat er immer noch mehr Hey, Pokada, was geht ab? Schon wieder die, die sich teilen Hier wird nicht geteilt Der kann sich nochmal teilen? Das war doch schon einer, der sich geteilt hatte Die können sich doch noch mehrmals teilen Diese Echsen hinten Das sind Tide, die sehen ja super cool aus Der kann sich auch teilen Treibsort Ich habe das Gefühl in dem Dungeon sind einfach alle Gegner teilbar Das ist vielleicht der Gimmick dieses Dungeons oder so Aber die hinteren Echsen, die teilen sich nicht Vielleicht doch nicht Okay doch Jetzt kann sich jeder hier teilen Ich weiß nicht, vielleicht gibt das mehr Erfahrungspunkte Wenn die sich teilen Wenn nicht, dann ja, ist schon ziemlich lästig Heilung Die Blutlanzen sind echt op, Mann Jogence 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 Jooga Treten Alle töten, bevor sie sich teilen Treibsand, ey Die haben so einen scheiß Treibsand Jo Stufe 7 Absolut kein Damage gemacht Okay, für eine Heilerin, okay Natürlich nicht schlecht Äh Hab ich Glaub ich noch drin, oder? Ja, hab ich noch Glaub ich grad zurück? Ich lauf grad zurück, ne? Ich lauf jetzt zurück? Scheiße, jetzt lauf ich zurück, ne? Ich hab mich verlaufen Ne, hier komm ich her Wir müssen gleich dringend ne Pause machen Ich muss so mies strullern, ey Ja, einfach rausporten und mal neu durchlaufen, genau So Ähm Ach, das ist schon das Schiff Wir haben auf dem Schiff nen Shop Geiler Shop Ich brauche nichts davon. Oh, hier gibt es die Spells, die man auch in der Stadt kaufen konnte. Was? In der Dingensstadt kaufen konnte, in der Dogas Stadt. Boah, jetzt haben wir auch mal ein richtig mächtiges Schwert, ne? Das ist die allererste, Aschure ist die allererste Todesritterwaffe. Es riecht, ach so, hier können wir Schoko beholen. Vorher kann man keine, nirgends wo eine bekommen. Das ist die allererste, oder wie? Ein Schwert, das nach einem Kriegsgott benannt wurde. Den kennen wir, Chad. Na dann brechen wir auf. Ab ans Steuer und Schiff. Ahoi! So, Kinder, dann hört mal gut zu. Über die Leiter dort gelangt ihr an Land. Und zurück an Bord geht es mit Bestätigen. Dafür müsst ihr aber unterhalb des Schiffes stehen. Mit Bestätigen könnt ihr außerdem den Motor ankurbeln. Dann kommt die Invincible auch über kleinere Berge, wenn sie drauf zufliegt. Über Land wird das Schiff mit Abbrechen angehalten und gesteuert. Na, mit dem Steuerrad natürlich. Noch Fragen? Alter, ja, das ist geil. Ich mag das auch, wenn man in Spielen in sein eigenes Schiff reingehen kann. Gut, dann folgt mir. Hab ich schon alles gesehen. Dies Einkaufsecke, wo ihr eure hart ersparten Gel auf den Kopf hauen könnt. Das Sortiment kann sich ziemlich sehen lassen. Alles schon gesehen, Mann. Umi, ich hab den Job schon. Auf das Podest dort vorne hab ich mit meiner Magie den fetten Chocobo gerufen. Na, zeig dich schon, du molliges Huhn. Das Bett steht übrigens nicht nur einfach so darum. Ihr könnt auch nämlich drauf ausruhen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, Doga ruft nach mir. Wie, du verlässt uns schon? Ja, keine Angst. Den Rest schafft ihr sicher auch ohne mich. Holt euch den Zahn der Erde aus der Höhle der Schatten. Sie liegt nördlich von Amur. Kommt dann zu Doga's Anwesen. Wir wollen euch noch etwas mit auf den Weg geben, bevor ihr eure Reise fortsetzt. Also viel Glück. Wir sehen uns in Doga's Anwesen. Bis dann. Ciao. Ja, ich kann mir einfach vorstellen, das mit den Bergen ist einfach, weil die anderen Flugschiffe, die können nicht unendlich hochfliegen, sondern in bestimmten Höher können die höher fliegen und dann gehen sie kaputt oder sie können einfach nicht höher gehen und dieses Schiff ist halt unzerbrechlich und deshalb kann es sogar noch höher fliegen. Ja, ist das riesig! Wieso komme ich jetzt hier nicht über die Berge? Wieso komme ich jetzt nicht über die Berge? Ach, nur so kurze Berge? Wow! Ich dachte, ich kann über alles jetzt drüber fliegen. Also hier vielleicht, ne? Ey! Wow! Ja! Genau! Boah, das Ding ist recht langsam. Das ist wieder kontrollierbar. Die Nautilus konntest du halt null kontrollieren, so schnell wie die war. Ja, das sitzt irgendwo hier. Hallo, die ist nicht useless. Die ist voll cool. Das ist ein super cooles Schiff, okay? Das ist nicht scheiße. Hallo! Das ist einfach keine Ahnung von Fisch-Fisch-Technik. Äh. Flugschiff-Technik. Wieso geht da denn nicht rüber? Ja. 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 Ich sollte eigentlich nochmal vorher in die Stadt und schlafen gehen. Amur! Amur, Amur! Amur, Amur, wo bist du? Hast du denn Ahnung? Ja. Ich bin Schiffsbaumeister. Flugschiffsbaumeister, sorry. Von normalen Schiffen habe ich keine Ahnung. Denn jetzt kommt der große Reveal-Chat. Ich muss es jetzt, damit ihr meine Expertise anerkennt, muss ich jetzt jetzt revealen, Chat. Und zwar in unserer Zeit, in unserer Zeitlinie, in unserer Dimension, in unserem Universum bin ich der Sid. Ich bin Sid. Jetzt ist es raus. Sorry, dass ich das so lange vor euch geheim gehalten habe. Aber ich bin's. Ich bin's! Sid! Sid! Ja, du kannst mich auch weiterhin Keggy nennen. Ist alles gut. Du sperrst dich selbst aus der Garage aus. Glaub, du bist fake. Äh, mit einer Garage? Kannst du mit der Garage fliegen? Ist das ein Schiff? Poppy? Nein. Chat, ich muss doch hier drüber kommen. Wieso geht das nicht? Ich bin's. Junge ist das scheiße, das ist voll geil Das ist doch nice Ein bisschen Ein bisschen Variety im Gameplay Ihr müsst euch vorstellen, wir haben gerade 1990 Nimm mal diese verwöhnten Diese verwöhnten Leute Können noch nichts mehr wertschätzen So, wir sind angekommen Ich bin aus Fallgabat Hier angekommen, um zu trainieren Denn Monster in dieser Höhle kann man mit gewöhnlichen Waffen nichts anhaben Sie spalten sich nur Sie spalten sich Ich geh mies pinkeln Gib den Katzen was zu essen Hol mir vielleicht noch einen kleinen Snack Tut es auch Hol dich auch einen geilen Snack Habe ich Gegner noch raus? Okay Hat der Typ gerade Am Hals Einen Mund Er hat auch eine Schlange als Arm Wenn ich Boys kriegen will Keine Ahnung Ich bin nicht schwul Das ist weil er vor Und ich weil Faris Ich bin 100%ig safe Ähm Die teilen sich alle auf Dann versuchen wir mal mit einem Sprung zu runhitten Der kann dann auch eigentlich nichts machen an der Stelle Der kann vielleicht auch mit Kraft Schub Gegner runhitten Hey John Boah Welche Blocker Was für 200 Damage Digga ich blocke Halt halt sie trotzdem Ich dachte ich mach jetzt richtig smart Nice Ey willst du erklären wie das mit Heilung funktioniert? Ne hat der Typ von vorhin erzählt Der eine pinke Ritter hat das erzählt Bakus trank Was war das nochmal? Bakus Bakus Ist hast Okay Alles in Ordnung? Die Dunkelklinge Ich beherrsche sie wohl noch nicht gut genug Dass wir uns hier treffen Muss Schicksal sein Bitte nehm dies Ein Kotetsu Chat Wechseln wir von Drachenritter auf Dark Knight Oder Warte Lass uns Ding jetzt testen Warte ich holen hier noch das zweite Schwert Aschura So und dann machen wir Berufe Katzen Demon Zum Dunkelritter Katzen Demon schlägt den dunklen Weg ein Boah Ja weil Geomancer gerade eh nicht so stark ist In dem Dungeon halt Bringt der mir halt gar nichts Halt auch so ich muss hier absteigen Der Dark Knight Dark Knight Dark Knight Der Dunkelritter wird sie alle one hitten Wasago Klingenblitz Leute Let's fucking go Boah damn it Der macht aber Single Target Richtig viel Pass auf Das Pferd da hinten One Hit Wieso kriegt er so viel Damage Everyone ist hier Leute Bist du auf dem Emulator Nö PS5 Die Leiche des Dunkels Stimmt der hat gar keine Seele Da liegt einfach nur eine leere Rüstung Aber die müssen jetzt alle super wenig Leben haben Klingenblitz und treten Klingenblitz und treten Ja ich glaube wir müssen auf Black Mage wechseln Leute Äh Dunkelritter haben keine Körper Das ist einfach nur eine Rüstung voll mit Hass Nein ich wollte treten Egal eh tot Ich hab halt 100.000 verschiedene Rüstungsteile Die ich gesammelt habe Ich dachte der findet schon irgendwas da drunter Deshalb hab ich gar nicht drauf geachtet was er hat Eishelm ja okay gut das ist schon ein bisschen älter Aber wieso kann er nichts tragen Ich hab doch tausend Rüstungen gefunden Irgendwelche Panzer und Panzer und Panzer Ich hab die nie weggelegt nie verkauft Ich hab so viel Shit hier und der kann das alles nicht tragen Ja dann wechseln wir nochmal zurück Auf Schwarzmagier Kann ich ihm noch was beibringen? Kann er wahrscheinlich noch nicht benutzen Weil es zu hochstufig ist Für den brauche ich keine Rüstung kaufen oder? So Doch Die schwarze Robe Schlafi Ja ich brauch halt gerade keinen physischen Kämpfer Ich brauch halt irgendwie Magie Damage Deshalb muss der Drachenritter Äh der Drachenritter Der Ding ist wieder weg Der Dark Knight Aber den können wir noch zurück holen später Wenn wir hier fertig sind So jetzt muss doch funktionieren oder? Wir testen mal kurz Verteidigen Verteidigen So und jetzt hier Eisgang Verteidigen Jetzt dürfen sie sich nicht teilen Ja Aber einer alleine soll jetzt den ganzen Dungeon carrien Ja okay Ich hab mich verklickt Also ich wechsle halt bei den anderen auch noch irgendwie die Klassen Irgendwie auch auf ähm Wieder Geomancer Ich wechsle nicht ob das von einem Mana reicht Bis zum Ende durch ne Verteidigen Acht Mana Wobei wir können mit Dem Evo Boy Kraftschub tanken Also Kraftschub sammeln Er sammelt Kraftschub Irgendwie zwei Runden oder so Dass er dann mit dem Tritt Den Finisher macht oder so Dass er dann auch irgendwas zu tun hat Und Hubble Double können wir zu Geomancer wechseln Oder die Blitzklinge Vom 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 Dark Knight Vielleicht macht die auch Magie Damage Dann testen wir mal kurz aus Ähm Aber dann machen wir Also Heilerin bleibt Schwarzen Magier bleibt Ähm Wir können theoretisch ihm Den Geomanden geben Jetzt wird alles durcheinander gebracht Und er ist dann der Dunkelritter Aber jetzt muss ich ihm wieder Rüstung holen Bäh Oh jo Wo bin ich denn hier Lilifs Kuss erhalten Was ist das denn Saugen Ich wollte eigentlich nur raus aus dem Dungeon Okay Ich gehe gerade tiefer in den Dungeon rein Und nochmal mit Nochmal von vorne Ach scheiße Halt mich am Leben und ich grill die Ne du grillst hier gar nichts Das ist das Problem Ähm Das ist gerade unser Problem Ich habe die schwarze Robe noch gar nicht gegeben Hier Dämonenpanzer Keine Ahnung Wieso er kein Diamantpanzer tragen kann Aber Dämonenpanzer schon Aber kein Helm für ihn leider Jetzt sind wir wirklich bereit Und gleich kommt am Ende dieses Dungeons Kommt ein Bosskampf Der Immune ist gegen Magie Dann wird nur unser Dark Knight Damage Machen können Ich könnte theoretisch auch Ich mache es immer falsch Ich könnte theoretisch auch einfach Ganz viele Katanas holen Und nur Dunkelritter machen Aber das würde Sinn ergeben Wieso hier pinke Dunkelritter stehen Das ist der Dunkelritter Dungeon hier Und man hat ja auch hier Ein Dunkelritterschwert bekommen So jetzt testen wir Die Taktik Ein Hinterhalt Ach komm schon So Terror Glitzerer Und Klingenblitz Okay Das war jetzt kein krasser Damage Aber Was willst du machen Oh Treibzeiten funktioniert No way Dass wir das nochmal sehen Wieso hast du den Dragoon zum Müllgeomanden gemacht Wahrscheinlich hast du gerade nicht aufgepasst Aber ich bin in einem Dungeon Wo die Gegner sich splitten Wenn ich sie mit Physischen Angriffen angreife Und der Coole Dragoon hat leider keine Magischen Angriffe Deshalb bist du jetzt Geomant Für diesen Dungeon Weil wie im letzten Dungeon Einfach Die Teilung Ignorieren geht hier nicht Die teilen sich hier schon insane Die teilen sich hier schon insane Sodass das hier Eigentlich schon fast tot bedeutet Wenn man es ignoriert Treibsand Ui Die zeigen können Ich glaube die machen immer den hier Nicht Mittelfängern Die machen immer den hier Beim Carsten Wobei bei dem Schwarzmagier Ist das glaube ich eher so ein So ein Äh Was? Kann ein Dunkelretter normal angreifen Oder das sich teilen Wieso fragst du es Wenn du das Spiel auswendig kennst? Ist das hier so eine Äh Was hält Sid von der Sache Äh Chat Nachricht Der dritte Was hat sich nicht so gut Aber die kann nicht so gut Die müssen zuerst Was hat sich nicht so gut Und denn der dritte ist das hier so gut Und du schwarzschämst Und du schwarzschämst was hat sich nicht so gut Und du schwarzschämst Der dritte Tod? Diga, du bist laufendes, laufende Final Fantasy 3 Wikipedia, aber bei Dunkelritter hast du plötzlich keine Ahnung. Ich behalte dich im Auge. Was behalte ich im Auge? Was ist das hier eigentlich? Ach, hier ist eine Leitung. Was ist das für ein wilder Dungeon eigentlich hier? Das sind bestimmt Items, oder? Das sind keine Items. Das ist nur so ein Rundweg. Die kann halt auch ein bisschen Magie ballern. Du 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 du. Du 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 du. Der Damage von der Blitzklinge ist komplett random. Bei dem einen macht er 700 Damage, bei dem anderen macht er 200 Damage. Also geht ab, Moritz. Aber es ist halt nicht cool, dass die dich halt quasi mehr oder weniger dazu bringen, alle Klassen zu spielen. Dass immer wieder Situationen kommen, wo es besser wäre, andere Klassen zu spielen und so. Das ist immer ganz cool eigentlich. Ist natürlich vielleicht ein bisschen nervig, wenn man irgendwie seine einzige Strat durchdrücken will. Aber an sich ganz cute. Ja, Cremare, du kannst die ganze Zeit die Klassen wechseln. Du kriegst immer ab bestimmten Storypunkten kriegst du neue Klassen und dann kannst du die wechseln. Oh, also halt außerhalb des Kampfes. Und wann wechselst du, beziehungsweise wo denkst du dir, geil, ich tausch jetzt mal? Äh, ja, z.B. in diesem Dungeon hier. Wo es, äh, wo mit physischen, uh, Kiku Ichimonji. Äh, wo du mit physischen Damage nicht so weit kommst. Oder was heißt nicht weit kommst, aber ziemlich Probleme haben könntest mit physischen Damage. Äh, kannst du theoretisch deine Klassen wechseln, dass sie alle Magie Damage ballern? Und dann sterben. Ah, ich hab falschen Angriff benutzt, scheiße. Ich hab physisch angegriffen mit dem Stock. Scheiße. Naja, du kannst dich durchdrücken. Z.B. wie gesagt, in den letzten Dungeon, da wurden die auch alle geteilt, die Gegner. Und da hat's funktioniert. Bin ich zu gierig? Aber hier sind die Gegner halt um einiges stärker. Und weshalb ich lieber auf das Spiel hören sollte. Da oben ist der Ausgang. Äh, hier kann ich nochmal zurücklaufen? Ne, Moment. Ne, von, von oben komm ich ja. Ich bin dumm. Jo, die Todesklaue. Das ist ja aus Fallout. Das Ding ist halt, ich hab halt nicht mehr so viel Mana, ne? Ich hätte mir wahrscheinlich, ähm, äh, anstelle vom Geomancer noch einen Dark Knight nehmen sollen, ne? Und... Oh. Wie viele Katanas hab ich? Ich hab, glaub ich, nur... Die Katanas sind ja an sich egal. Ich glaub, die Blitzklinge ist ja generell ein Spell. Da ist, glaub ich, die Katanas egal. Deshalb, ich glaub, ich kann theoretisch jetzt noch immer wechseln. Und ich würd trotzdem guten Damage machen, wenn ich das richtig verstehe. Todeskralle heißt das bei Fallout. Was habt ihr überlebt? Ja, wie viele Katanas hab ich? Äh, eins hab ich das Aschura. Probier mal aus. Aber ich hab keine Rüstung dann für den zweiten Dunkelritter. Der wird halt super easy sterben. Wir stellen den einfach nach hinten. So. Aber ich glaub, der wird mehr Schaden machen, als der Geomancer. Geo macht sehr... Wie ausscheinend in 3D wär. Die Todeskralle. Klaue. So, mal gucken, wie viel der Damage macht. Naja, okay. Ziemlich wenig. Da ist Geomancer doch geiler. Wahrscheinlich, weil er hinten steht, macht er auch noch so wenig Damage. Ich hätte gehofft, dass vielleicht das als... ...Fernkampfangriff, als Zauberangriff zählt. Aber ich denke, ich muss mit ihm vorne stehen. Und brauch wahrscheinlich wirklich gute Waffen. Damit das funktioniert. Naja, das lässt sich gar nicht. Ich komm gleich beim Endboss an und hab keine Mana mehr, ne? Äh... Äh... Okay, zurück auf Geomond. Schon krass, dass die ersten Teile sich so... äh... ...schon krass ändern mit den Mechanics. Und der nächste Teil wird wieder komplett neue Mechanics haben, ja. Das ist ganz geil. Das ist ganz geil. Das ist ganz geil. Das ist ganz geil. Die... Im Pixel Remaster sehen natürlich alle sechs Teile recht ähnlich aus. Von der Optik her. Von dem Grafikstil. Aber ja, spielerisch sind das alles ganz, ganz anders Spiele. Ganz anders Spiele. Ganz, ganz anders Spiele. Ja, wenn der Boss sich teilt, wäre wild, ja. Ist ja... Wenn wir Glück haben, teilt er sich nicht. Und dann kann ich halt wieder wechseln auf... Ja, der Damage! Auf Krieger. Ja, auf Dragoon meine ich. Und Karateka. Sind wir durch? Das ist ein großer Dungeon, Mann. Nee, ich lauf zurück. Ich bin so scheiße, Mann. Also, Kampf startet und ich vergesse alles um mich herum. Der Dungeon Man. Ja, der Damage! Ja, der Damage! Von Galaxy Prime. Dankeschön für 37 Monate. Ich habe vorhin Psi Sub übersehen. Psi, wenn du noch da bist, Mann. Dankeschön für fünf Jahre Sub, Mann. Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob du noch da bist. Kuss. 48 Monate sind... Das sind nicht fünf Jahre, das sind vier Jahre. Oh, ich kann nicht rechnen. Huchi! Okay, warte, wir machen mal Gegner aus. Damit wir schneller hier raus sind aus dem Drecksloch. Ich bin jetzt schon hier seit 100 Jahren unterwegs. Genji Shield! Uh, ich bild' uns keine Schilder. Ja, scheiß auf Mathe, Digger! Genji-Helm! Genji-Helm, das ist wiederum interessant. Für ihn. Jetzt hat er einen vernünftigen Helm. Nicht mehr seinen komischen... Eishelm da. Was ein wilder Dungeon. Okay, wir sind beim letzten Zahn angekommen. Äh, ich wechsle wieder auf Dragoon. Kann sein, dass jetzt ein Boss kommt. Oder wir kriegen den Zahn einfach geschenkt. So... Ähm... Ja, ich weiß nicht, ob der Katzen... Katzen-Demon auch wechseln sollte. Weil... Ich glaub, der hat nicht mehr so viel Mana. Ähm... Wie viel Mana hat er denn noch? Er könnte zweimal Folge einsetzen. Und noch viermal Eiskar. Ja, das sollte reichen. Dass er damit trotzdem gut Damage drückt. Wenn überhaupt ein Boss kommt. Weil... Scheint hier leer zu sein. Der Zahn der Erde. Wer wagt, dass das Ohr der Siegel zu brechen? Okay, jetzt kommt ein Boss. Etwas greift die Gruppe an. Da ist... Da ist er! Hä? Der ist Hackathon Higher! Aber als ich vorhin nach FF3 Titan gegoogelt habe, Chat, kam der hier. Wenn ihr euch an das Bild noch von vorhin erinnern könnt. Da habe ich so einen Twink gefunden. Twink. Hackathon Hyrule! Okay, es kommt später wohl noch ein Bosskampf, der genauso aussieht, nur eine andere Farbe hat. Der heißt dann Titan. Okay, Sprung! Ähm... Hast auf... Geht Hast... Bitte sag Hast geht auf die Gruppe. Schade. Okay, dann hauen wir mal ein paar Eiskar raus, wa? Beben! Jooh, bitte! Das sah gruselig aus. Ich dachte, der wird jetzt mit seinem Säbel angreifen, der zaubert erstmal Beben. Boah, solider Damage! Heben! Boah, solider Damage! Ja, war bei 700 Damage! Ja, das gute alte Hast hat mir richtig viel gebracht. Spammt er jetzt echt nur Beben? Okay, jetzt kann er doch zuschleimeln. Das ist ein Arcana Schwertmeister, also... Mystic Knight! Ups! Oh, 900! Hätte ich nicht Gänge heilen können. Ja, jetzt mach doch noch High Potion auf den anderen. Wow! Ja, Hauptsache unser Dragoon hat Spaß! Hauptsache unser Dragoon hat Spaß! Oh, falsch. Der kommt immer alle paar Runden vorbeigeflogen. Buh, buh, buh! Hallo! Buh, buh, buh! Buh, buh! Lass mich raten, jetzt kommt Beben! Buh, buh! Buh, buh! Fick dich doch! Genau jetzt, wo ich sie wiederbelebe. So dummer Wichser! Er macht schon wieder Beben! Cutie Pie bleibt einfach den ganzen Kampf auf dem Boden liegen. Juhu! Ach, lösch dich doch! Du dummer, dummer Wichser, du! Reicht! Reicht! Ja, leider keine Erfahrungspunkte für die beiden, ne? Der Zahn der Erde, wir haben jetzt alle Zehner. Sehr gut, jetzt müssen wir nur noch zurück zu Dogas Anwesen, wo Doga und Una auf uns warten. Auf geht's! ... ... ... ... ... ... ich merke schon am ende was am ende aber früher oder später beim rumtesten der ganzen klassen komme ich halt wieder beim schwarz magier weiß magian ich komme dann dann nicht drumherum oh mein gott ich muss jetzt hier ja also die anderen sind die zwei flecks flecks chars aber schwarz magier und weiß magier schon echt das schwarz magier kann man vielleicht noch wechseln ja aber weiß magier ist halt schon nicht super wichtig schwarz magier können wir theoretisch halt auch ersetzen mit einem dark knight oder geomancer ist an sich auch ganz nett oder ein beschwörer ist an sich auch okay kann natürlich wenn es darum geht jetzt wirklich wenn wir die wirklich eins zu eins vergleichen dann wird wahrscheinlich schwarz magier in allem besser sein ja aber es muss ja nicht unbedingt immer die beste truppe sein es muss nicht immer direkt der das effektivste und das schnellste sein man kann ja auch einfach eine coole bunte truppe haben für ein bisschen spaß so wo waren doch mal dogas anwesend ich komme da nicht hin ich passe da nicht rein schiff ist zu groß oh ich brauche die invincible hier das ist von dem die gesprochen haben dass da irgendwie die haben die ganze zeit gesprochen von irgendeinem wind wo man nur durchkommt mit der invincible und ich habe mich schon die ganze zeit gefragt wo ist dieser wind da ist wohl der wind den sieht man gar nicht ja ja ff6 ist auch ein bunter mix ja da kannst du keine jobs auswählen aber ja fisch hat immer gezwungen alle alle zu spielen wieder dieser speed braville defaults mal besser ja wer traurig wenn nicht man wenn es beschissener wäre als ein das spiel aus 1990 ja die welt ist riesig man hier entlang holt euch was une und ich für euch vorbereitet haben dogas stimme heilt von den wänden wieder durchquert diese grotte um zu une und mir zu gelangen hat es ff6 schon durchgespielt ich habe alle main teile durchgespielt außer elf ok sonst habe ich alle durchgespielt 20.000 gillies 20.000 gillies ist das hier ein dungeon eigentlich ich glaube hier einfach durch vielleicht kommt hier gleich noch ein boss oder so leute ich müsste theoretisch jetzt einmal komplett raus um mich voll zu heilen aber sieht aus wie ein richtiger dungeon mit gegnern ja naja das ist ein dungeon vorhang wirkt reflekt ich muss ich muss eigentlich raus hier wird safe ein boss gleich kommen ich muss raus gut ihr habt es geschafft ich habe den eureka schlüssel besorgt doch wir müssen ihn noch voll vervollständigen das müsst ihr ohne und mich kam ok wir müssen raus was das meint ihr nicht ernst oder hört jetzt gut zu vor langer zeit gelangte die menschheit in den besitz von waffen die so mächtig waren dass niemand sie handhaben konnte die waffen werden wurden in eureka versiegelt doch nun ist die zeit gekommen von ihnen gebraucht zu machen ja in die final fantasy 14 leute da gab es ja auch eureka als ein großes optionales gebiet und da hat man ja auch dann optional waffen holen können die quasi auf raid tier niveau waren der schlüssel wird euch nach eureka führen um ihn zu vervollständigen bedarf es jedoch einer gewaltigen energie eine energie die nur im kampf gegen uni und mich freigesetzt wird ja die beiden kommen auch im crystal tower vor aber es geht ja gerade um eureka aber es muss einen anderen weg geben wir können doch nicht gegen euch kämpfen ihr seid unsere freunde unschuldige narren ihr habt keine wahl wenn ihr nicht kämpft werdet ihr sterben douga greift die gruppe an douga sieht ganz anders plötzlich aus das gibt schnell durch soll mich umbringen damit ich laden kann kann er mich jetzt endlich umbringen dg ds danke auch schon kurz j Uncle damit ich ihn jetzt so besiegen werde das ist sein In der Hotte-Form, aah. Vorhang, Vorhang. Was war jetzt nochmal Vorhang? Refleck, okay. Wahrscheinlich ist Refleck in dem Kampf ganz nett. Wenn das jetzt zwei Magier sind und die ganze Zeit zaubern werden. Die wollen, dass ich Vorhang benutze im Kampf gleich. Ja, der Refleck-Panzer kann aber niemand tragen. Von den Klassen, die ich spiele. Man kann glaube ich nur der Krieger tragen. Ich glaube nicht mal der Dragoon konnte es anziehen. Wir sind nämlich eigentlich die weit entfernteste Stadt von allen. Naja. Hey, Steffi. Ja, entweder für das Saugen muss man das machen oder das war jetzt nur Doga. Und Une ist dann irgendwie eine Zauberin. Wobei, der hat ja auch gerade Blitze angegriffen und so. Ich denke mal, dass das generell für beide Kämpfe war. Ich weiß halt nicht, ob die Kämpfe gesplittet sind. Dass dann halt eine Pause ist und dann kommt noch ein neuer Kampf oder so. Deshalb, wenn ich den Refleck im ersten Kampf benutze, dann habe ich keinen Refleck mehr im zweiten Kampf. Und im zweiten Kampf ist das vielleicht viel wichtiger. Ja, hier auf die Kämpfe, meine Drifties. Ein paar Notausgänge noch vielleicht. So dann, dann gehen wir nochmal rein. Die Gruppe ist noch tot, ja? Ja. Ja. Aber das ist okay. Ich habe Phoenix Federn dabei. Ich habe nicht geschlafen. Ich brauche ja Mana, ne? Scheiße. Ich habe nicht geschlafen, ich brauche ja Mana, ne? Ja, ich habe nicht geschlafen, dann habe ich da raus. aus dem Luftschiff aussteigst und dann in dieses Windtall gehst. Welches Windtall? Windtall. What do you mean, man? Ich komm hier nicht rein, wenn du das hier meinst. Ich komm da nicht rein. Es gibt keine Xbox-Showcase. Ich hab mich vertan. Ich weiß nicht, wieso. Ich seit Tagen im Stream gesagt habe, Sonntag ist eine Showcase. Wenn die erst am 9. Juni ist. Ich hab keine Ahnung, was mit mir los war. Du meinst, wenn ich schon drin bin? Ich denk mal, das ist halt nur am Anfang die Mauer. Das Stück da am Anfang. Das ist halt hier nur der Anfang. Ich kann hier aussteigen. Mach das dann. Dachtest du, die haben nicht daran gedacht? Und man kann sich hier softlocken? Und das Schiff verloren? Für immer? Wär schon echt dummlich, äh, dämlich, wenn sie daran nicht gedacht hätten. Das ist ja wirklich maximal dämlich. Jetzt spielst du das Spiel einfach so 10 Stunden und kannst aber nicht mehr weiterspielen. Okay, let's go. Nochmal. So, Doggy zuerst. Ähm. Boah, sieht der scheiße aus in 3D. Das soll... Ach so. Wer ist der denn? Wer ist der denn? Oh, man. Bruder, Bruder, mach nicht den. Dankeschön. Für den, äh, für deinen Prime. Dankeschön, Mann. Ne, Steffi hab ich noch nicht. Geht Mittwoch weiter. Und ciao, Cinemarie. Ne, zicken, äh, zicken, äh, 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 Mittelscheidler hat er. Hier sieht das ganz anders aus. Irgendwie nur ein Kopf oder so. Ich erkenne da nicht mal irgendwelche Arme oder so. Sprung. Warte, wir machen. Item. Vorhang. Item. Vorhang. Item. Vorhang. Item. Vorhang. Und jetzt... Harte ich mir fest. Item. Vorhang. He-he, hat selber auf sich Whisker gemacht. Mann, ist der dumm. Ich hab's durchgespielt, Steffi, ja. Passt. Funktioniert dann bei dem überhaupt großartig Magie, wenn er so ein geiler Magier-Boy ist? Test. Testen wir mal, ne? Wo ist der dumm? Der greift sich selber an. Oh, was ist der dumm? Ruhiger. Mein Schmerz-Magier ist einfach stärker als... Ich hab Hast grad auf den Gegner gemacht. Ist ich das richtig? Wieso ging Hast auf ihn? Ach, wir haben doch... Wir haben doch... Wir haben doch Refleck. Wir haben doch Refleck, Leute. Meine Zauber natürlich werden auch natürlich reflektiert. Das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Ja, das ist scheißegal. Oh, Flair geht durch? Oder hält Refleck nur für einen Angriff? Flair ist natürlich Flair-Magie. Ist halt elementarlos, aber ist trotzdem eine scheiß Magie. Was soll das sonst sein? Ein Steinwurf oder was? Ist wahrscheinlich in dem Teil so, dass nur Elementar-Angriffe reflektiert werden? Oder Vorhang ist halt schon weg. Und das hält eigentlich nur für einmal oder so. Für einen Angriff. Könnte ich mir auch vorstellen. Weil sonst wär's ja sehr, sehr stark, I guess. Aber das ist ja in den anderen Teilen auch so. Aber in den anderen Teilen haben die Gegner auch Anti-Z. So Magier-Bosse haben immer so Anti-Z, dass sie das dann... Die spellen können? Na, tot. Schade. Öh. Das reicht aber. Und Qt Pie wieder keine Erfahrungspunkte. Wuhu! Toga, du darfst nicht sterben! Jetzt bin ich an der Reihe, macht euch bereit! Nein, Une, wir wollen dich nicht mit dir kämpfen! Zum Plaudern fehlt uns die Zeit, keine Angst, selbst wenn unsere Körper vergehen, werden unsere Seelen fortleben. Los, kämpft gegen mich! Erstmal die zwei Süßen umbringen. Jooo! Wie sieht die denn aus, Alter? Junge, wieso hat die in der 3D-Version eine fucking Zunge, die sie rausstreckt? Wieso hat die eine fucking Zunge, die sie ausstreckt? Digger! Sprung! Äh... Äh... Schneesturm! Ja, direkt wieder tot, ne? Sanctus Lull! Holy Magie! Ja, geil! Ich bin Game Over Chat! Also wenn's die jetzt nochmal Schneesturm macht, dann bin ich das 100%ig Game Over! Na, Hauptsache der Drogun hat Spaß! Schneesturm! Schneesturm! Sanctus! Ja, wow! Digger! Äh, du kannst nicht in dem, äh, in dem Spiel die Leben der Gegner sehen! Ich kann eigentlich direkt wieder mich selbst heilen, es bringt gar nichts wieder zu beleben. Jaaa, okay! Es bringt halt wirklich nichts wiederzubeleben. Ich hätte die Vorhänge für den zweiten Kampf darauf bewahren sollen. Wobei, die halten eh nicht ewig, ne? Ich bin einfach zu schwach für den Kampf. Der wird ja eh sterben. Brauche ich nicht heilen, denn kein Angriff. Oh, Schneesturm. Jetzt ist es vorbei. Das wäre jetzt funny, wenn das jetzt der letzte Hit wäre. Oh, ja, ja, ja. jubi jubi nein nein ich lebe jubi 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 stirb doch ja dann grinden wir kurz ein bisschen ne jo nemesis einfach ok boah die sind echt tanky hätte klappen können ja ich weiß nicht ich glaube nicht vielleicht wenn sie noch nicht mehr so viel Leben hat vielleicht hätte also wenn er höher gelabelt wäre dann hätte es vielleicht geklappt dann hat er sich mehr geheilt aber die deren wie heißt es initiative ist wahrscheinlich also so auf jeden fall so getimt dass alle paar sprünge sie angriffe schafft durchzuziehen ich will kein kopfschub machen scheiße mehr die 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 Es ist halt so weird, dass man in dem Teil keinen Äther hat. Das ist so komisch, ne? Dass ich jedes Mal, wenn ich keinen Mana mehr habe, immer erstmal eine Stadt suchen muss. Dass es nicht mal Zelte hier gibt. Wieso gibt es nicht mal Zelte? Jo, wer bist du denn? Humbaba. Einfach Humbaba. Mi? Humbaba. In den ersten zwei Teilen gab es Äther, ja. Okay, sie ist tot. Wie wäre es, wenn wir einfach alle die ganze Zeit auf sie drauf gehen, ne? Cool. Oh. 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 Windwurm? Sprung? Irgendwie sieht das aus, als wäre da etwas in den Tentakeln von Nemesis geschrieben, wie bei diesen Moodle-Bildern, wo man die Augen zusammenkneifen muss. Okay, ich achte gleich noch. Ich bin der Einzige, der noch nie in Final Fantasy gezockt hat. Ich bin mir hundertprozentig sicher, hier gibt es sehr viele Leute, die ebenfalls noch nie in Final Fantasy gespielt haben. Da steht los. Los, steht da. L-O-O-S. Hey Skelly, ne? Starrer Blick, ach der Scheiße, ist schon wieder verwirrt. Boah, der auch noch. Weiß jemand, welches Level, welches Level die hatten, als ich den ersten Try gemacht habe? Hat jemand drauf geachtet? Das ist der dritte Teil. Oh nein, Pixel, pixeliger Dirk. Tja, Junge, sein Damage gegen fliegende Gegner, ne? Ist einfach lächerlich. Oh, doch kein Hinterhalt. Jetzt gehen die wieder alle auf den Weißmagier. Oh, lebt ja auch nicht. Diesmal alle auf den Schwarzmagier. Ich bin weg. Wieso hat der Tritt denn jetzt one-hitted? Hat Tritt irgendwie eine Hidden Mechanic und kann one-hitten? Oder hat er irgendwie, hat das eine seiner Katzenkrallen eine Fähigkeit? Dass er irgendwie tot drauf ist oder so. Die Bosse sind Stufe 44? Also das wollte ich gar nicht wissen, aber ich meinte meine Charaktere. Welches Level meine Charaktere waren. Äh, Konfus und Drachenkralle. Aero, aber die haben keinen One-Hit oder so. Kraftarm-Schutz. 33 waren wir. Als ob ich so krass unterlevelt bin. Dass es die Bosse 44 sind. Also ich habe doch eigentlich recht selten Kämpfe ausgemacht. Ich habe die meisten Dungeons ganz normal gemacht. Ich habe die meisten Dungeons ganz normal gemacht. wieder Fokus komplett auf Cutie Pie. Stark! Fuck! Puuuuiiu. Puuuiiuu. 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 Dieses scheiß Sprung. Das ist so fucking goofy, Alter, wie es schneller ist. Und dann immer dieses Puuuiiuu. 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 Puuuiiuuu. Puuuiiuuu. Puuuiiuiuu. nicht mehr mit K geschrieben, Kyklob. Jetzt haben die richtigen Namen. Da, wieder One-Hit. Nichts auf seiner Waffe hat irgendeinen besonderen Effekt drauf. Oder auf seiner Rüstung, nirgendwo. Jetzt sind die alle... Äh, nicht noch nicht alle. Bis auf Qtpie alle 38. Ich weiß nicht, wie hoch wir leveln werden. Vielleicht bis 40 oder so. Wenn die Bosse 44 sind. Neun Treffer, Aua. Aber immer nur einer. Der One-Hitted wird. Autsch, sieben Treffer. Autsch. Wuhu. 39. Da müssen wir gleich nochmal wieder raus. Zum Vollheilen. Entweder ist das ein Bug oder das Chakrabant macht irgendwas. In Chakrabant stand auch nichts dabei. Nicht Evo Boy. Die Bosse sind... Die Gegner sind hier level 50. The fuck. Wir sind die höher als die Bosse. Oh, der lebt noch. Oh, der lebt noch. Keine Bitte. Keine Bitte aus deiner scheiß Paralyse rauskommen. Die brauchen dich. Sieben Treffer. Die Märchen jetzt Eta haben, ne? Jetzt langsam, aber sicher, müsste ich eigentlich raus, aber ich würde jetzt nicht nochmal reingehen und dann nochmal irgendwie für zwei Level leveln und dann wieder rausgehen. Alter, Angriffsvorteil. Also, wenn wir noch ein paar Eisgas wieder ballern können, wäre schon ein geiles Geil, aber ne? Bisher finde ich den Marathon sehr geil. Bisher mein Lieblingsmarathon. In der DS-Version sind hier im Schnitt 40, okay. Das ist gerade viel Spaß auf der Wiki-Seite, oder? Besser als der Mario. Er alle drei von Hittet! Was ist denn ein Problem? Froschverwandeln wirken als Item im... Ist das wegen Frosch? Weil die nicht in die Frösche sich verwandeln können? Hieße nur Blitz? Der die Stärke erhöht? Der große Bewegungsfreiheit hat? Stirn, indem sein Träger verborgene Kräfte weckt? Vielleicht ist das wegen Frosch? Weil die Gegner kein Frosch sein können, oder so? Irgendwie so ein Bug, dass die Gegner, die keine Frösche werden können, dass die dann irgendwie One-Hit werden? I don't know, Alter. Ja, sel... äh, seltsa. Final Fantasy Marathon ist ein bisschen besser als der Mario Marathon, ne? Aber ansonsten Mario Marathon Peak. Okay, jetzt sollten alle 40 sein, oder? Nein? Cutie Pie immer noch nicht? Cutie Pie immer noch nicht, okay. Komm, alle vier. Komm, alle vier. Komm, alle vier. Boah! So, jetzt sollte es reichen. Nein! Boah, ich, Digga. Wie weit liegt ihr denn hinten mit den Erfahrungspunkten? Ich mein, ja, die ist schon zwei, dreimal bei Bossen gestorben. Ich hab Kraftschub gemacht, scheiße. Und jetzt stirbt sie wieder. Ach, komm schon! Lass sie doch endlich in Ruhe. Und jetzt landet er noch. Und dann haben wir genau perfekt den Kampf geteilt. Oh, er lebt noch! Boah, hätte er sie jetzt noch getötet, ne? Ich hätte mein Mikrofon einfach gefressen. Okay, jetzt ist sie 40. Oh ja, die anderen sind ja sogar schon 41, okay. Äh, gut. Dann lass abhauen. Kurz vollheilen. Und dann nochmal rein. Und dann mal gucken, wie viel jetzt diese sieben Level gebracht haben. Ich hoffe, ne Menge. Und ich habe das Gefühl, wenn wir in den Kristallturm gehen, werden wir vorher wahrscheinlich auch noch ein bisschen grinden wieder müssen. Weil, wenn wir so, also ich habe nicht auch, dass wir so weit hinten sind mit den Leveln. Das ist halt echt crazy. Schlafen! Ne, ich habe geschlafen. Oh mein Gott, ich bin so kacke. Ich bin gerade so irgendwie lost. Ja, nur jetzt, nicht immer, okay. Bevor gleich wieder Draghi sich sagt, jetzt? So, lacht Draghi. Ich habe ihm mal eine Memo geschickt, wie er lacht. Warum mache ich? Ja, weil du so lachst und weil du diesen Spruch sagen würdest. Hey Rico. Okay, jetzt aber. Sprung! Ich bin weg! Hier wird jetzt Vitra gespammt. Vitra? Vitra bringt nichts eigentlich. Eroga. Eroga. Volga. Angriff. Pua! 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 Der Damage, Leute! Jetzt geht es hier richtig ab. Pua! Knappi! Pua! Pua! Da ist er gelandet. Mein letzter Volga. Pua! Das war schnell, Leute! Stark! Ach, jetzt gehen wir in einen neuen Kampf rein und Unay macht direkt Schneesturm. Cutie Pie direkt tot. Let's go! Schwung! Ich habe noch ein Folger. Pua! Pua! Es ist wirklich passiert! Pua! 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 Das ist Dragoon only. Lass einfach 4 Dragoons machen. Ach, jetzt geht es wieder los! ich hasse sie es wenn sie angreift dann greift sie mir direkt zweimal hintereinander an komm schon komm schon bitte bitte lebe ja ja du bist du scheiß sagt das kacke ich mach direkt wie grau auf die gruppe na okay es ist wie grau verschwendet er stirbt genau dann in der letzten sekunde noch katzen dämon mitgenommen diese dumme pimmel ausgezeichnet der jürger schlüssel ist nun vervollständigt nehmt ihn den jürger schlüssel erhalten seid nicht traurig junge krieger unsere seelen werden weiterleben geht nun zum cyrus turm vorbei vorbei an den statuen die ihn bewachen haltet xander davon ab eine herrschaft der dunkelheit zu errichten nur ihr könnt das vollbringen der eingang zu eureka befindet sich im sanders turm dies werdet ihr ebenfalls brauchen den cyrus schlüssel nur mit ihm lässt sich die versiegelte tür innerhalb des turmes öffnen wir werden immer über euch wachen wachen bringt xander auf den rechten weg zurück ja für tote gibt es keine erfahrungspunkte ja okay dann können wir jetzt wohl da rein sollen wir noch vorher schnell odin töten so eine dumme mechanik dass tote kein xp kriegen ist das nicht heutzutage immer noch so bei jrpgs wenn du halt tot bist dann ja warst du ja hast nicht keine erfahrung diesen kampf gesammelt weil du wird tot bist wenn ich überhaupt stark genug für odin bin odin odin sollte ich aber ich habe ihn beim letzten mal eigentlich eigentlich fast geschafft vielleicht sollte ich erstmal mein team wiederbeleben naja was soll's let's go sprung das ist auch so so wird dass charaktere nicht wiederbelebt werden wenn sie wenn man schlafen geht das spiel speichert automatisch wenn du in räume reingehst also quasi vom boss wurde gespeichert ok das doof ist halt weil er tot war und ich geschlafen habe ohne dass er am leben war hat er keinen mana zurückbekommen jetzt kann also halt seinen stärksten angriff nicht raushauen ich glaube ob wir im nächsten teil gibt es keine kirchen mehr ob das der letzte auch ich ich auch ich 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 hoffe der droppt irgendwas geiles gegen so eine giganudel oder so dann können wir xander besiegen indem wir eine leckere pasta zubereiten dann ist es gut gehen Eigentlich kann ich vorspulen, ich mach immer dasselbe. Okay, hätte ich nicht vorspulen sollen. Ich brauch ein Single-Target-Heal. Wenn er nochmal Zahn-Zuh-Zuh-Zuh-Zuh-Zuh-Zuh machen, dann ist Evo-Boy tot. Noch geschafft, okay. Wir ziehen heute durch, ja. Krieger des Lichts, meine Kräfte gehören nun euch. Mors? Wer ist Mors? Ich dachte, oh lol, eine Falle, wow. Ich dachte, ich krieg jetzt Odin als Beschwörung. Wer ist fucking Mors? Schmors! Ist das alles eine Falle? Ist der kleine unwichtige Bruder von Odin? Ist alles eine Falle. Seine zweite Persönlichkeit. Ich dachte, seine zweite Persönlichkeit ist Schmodin. Ich jurgelt ja mit seinen Krallen. Ich jurgelt ja mit seinen Krallen. Es gab keine verbesserten, noch einen weiteren Mönch, ne? Karateka ist der letzte, ne? Okay. Ja, ein paar Elixiere mitgenommen, ist ganz nett. Also jetzt kommt auf jeden Fall noch ein Ninja, ein Weiser, Schwarz-Margus und Weiß-Margus oder so. Ich glaub, die sind, die noch kommen oder so. Bin ich jetzt für stark genug für die Schatzinsel? Das wäre vielleicht auch noch cool, bevor wir zum bösen Gesande gehen. Warte, ich sollte da schlafen gehen. Ich weiß ja nicht, ob es sich lohnt, die ganzen Beschwörungen sich zu holen, ne? Weil, wenn wir eh nicht auf Beschwörer spielen... Ach stimmt, der Evovoroteka kommt ja auch noch. Der bessere Beschwörer kommt ja auch noch, ne? Evokator, genau. Kommt ja auch noch. Ich weiß nicht, ob es sich damit... Also, ob das dann besser ist als... Ob es mit Evokator besser ist? Ob der besser ist und nützlicher ist als ein Schwarz-Magier? Weiß nicht. Also ein Schwarz-Margus. Margus! So, lass mal hier speichern und ein paar Kämpfe mitnehmen. Bisschen hochgrinden auch hier nebenbei. Maxus! Dieser Robbenwoll-Erlöwe, Alter. Boah! Treten! Boah! Diamantenschild. Okay, wir müssen den ganzen Loot mitnehmen. Hier ist... Hier ist guter Loot bestimmt. Das ist die Schatzhöhle. Defender schon wieder Kommt überhaupt noch eine Schwertklasse? In Hinterhalt Es kommt ja noch Ninja kommt ja auch noch Aber es gibt glaube ich keine Schwertklasse mehr, oder? Also Krieger ist die letzte Schwertklasse, die stärkste Ninja hört sich schon cool an, aber Ninja ist halt so der bessere Dieb, I guess Tomahawk, ich weiß nicht, ob wir vielleicht Ninja dann auf unseren Karateka machen Aber unser, also den Evo-Boy, aber Karateka ist schon echt strong mit seinem Tritt Weißt du, der Ninja kann halt wirklich irgendwas richtig Geiles Windmesser Diamantpanzer Loki-Harfe Dicker, ich dachte das ist eine geile Schatzhöhle, ich krieg hier nur alten Scheiß Alte Kamellen bekomme ich hier Ninja können in dem Spiel alle Waffentypen tragen Ach du Scheiße Kraftarmenschutz, Elixier, Diamanthandschuhe Bisschen Powerlevel nebenbei, ne? Altes Schwert Diamantschild, Diamanthelm Schwarzes Loch erhalten Mh, okay Hab jetzt Beamen Einfach kurz schwarzes Loch gefunden Okay, Damage Einfach ganze Gruppe tot Kiste aufgemacht, auf einmal kommt da so ein schwarzes Loch Ganze Gruppe tot Die Höhle wird hier eingesaugt Warte, gerade Die ganze Höhle wird eingesaugt Die ganze Welt wird eingesaugt Wir hätten die Kiste niemals öffnen dürfen Keine Falle Ach Scheiße, ich heile ihn wieder Ähm Igis-Schild Boah, Junge, hab ich auch schon Ist das hier keine Dingenshöhle? Keine optionale Höhle Wo am Ende auch irgendwie so Leviathan-Bahammut Irgendwie in den Bosskampf kommt Aber das ist ja hier schon Sackgasse Okay avez parler Ah 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 Triton hammer Die hat sich ja gar nicht gelohnt Die Höhle Hier war ja gar nichts drin Das war's Hier ist nicht Leviathan oder Bahamut drin Ne, Schwarzloch ist ein Blackmage Spell Den kannst du auch einfach lernen Ist jetzt nichts besonderes Also ja, so ein One-Hit-Spell Aber den kannst du auch selber lernen Die sind beide auf dem fliegenden Kontinent Brauch ich dafür die Nautilus Oder die Invincible Brauchst Invincible, okay Oder sind die jetzt noch zu early Für mein Level Soll ich die lieber später machen Und wir machen erstmal den Cycris Sicarius Sicura Soll es stark genug sein Okay, let's go Ist Leviathan einfach Da, wo wir auch in seinem Bauch waren? Ist er immer noch dort am Chillen? Boah, die auf der fliegenden Insel Müssen jetzt mega Angst vor uns haben Auf einmal kommt da so ein riesiges Schiff So groß wie eine Stadt angeflogen Okay, wie riesig Der Sternenzerstörer Boah, hier ist jetzt wirklich bestimmt was versteckt Wenn man mit der Invincible kommt Ich hatte ja noch gesagt Das sieht hier so aus Als wäre hier irgendwas Wichtiges Jetzt kann man da bestimmt Mit der Invincible tauchen Ach genau Wir hatten das hier Den Brudi hatten wir hier gehabt Das ist Leviathan Das ist sogar ein Dungeon Oh, mit vielen Kisten Himmelszorn Phoenix wieder Ah, okay, alles ist unnötig Alles Trash Trash, Trash Hallo, Leviathan ist kein Fisch Leviathan ist ein legendärer Edler Wunderschöner Mystischer Drache Okay Das ist kein Fisch Das ist ein Wasserdrache Weißmo-Schuss Alles nur Scheiße Wieso seid ihr Was ist dieser Disrespect Gegenüber Leviathan Leviathan ist doch wunderschön Nein, wir machen nicht Aus Leviathan Sushi Ja, ich bin auch gespannt Auf sein, sein, sein Design Und auf Bahamut auch Schwarzlauch Torsana Reflekt Oh, Reflektpanzer Schon wieder Schwarzmo-Schuss Was sind diese Mo-Schuss-Dinger Weißmo-Schuss Macht Sanktus Schwarzmo-Schuss Und macht Exitus Okay Ja, wir schauen uns die gleichen 3D an Er wird nicht aussehen wie ein langer Fisch Er wird aussehen wie eine Drachenschlange Rabenfeder Er ist lila in dem Teil Er ist lila in dem Teil Ich bin Leviathan Nur diejenigen die das Licht in sich tragen sind meines Beistands würdig Beweist mir eure Kraft Ich bin kein Fisch Ich bin kein Aal Ich bin Leviathan der legendäre Drache Seht ihr? Der sagt das sogar selber Jo Der sieht ja voll sick aus Die Farben sind ja megacool Was ist das denn? Wer ist der denn? Wer ist der denn? Der ist voll klein Ja, es ist halt Es ist halt ne altes Game Aber natürlich ist er riesig Er war ja Wir waren ja in seinem Mund quasi drin Ja, nicht quasi Sondern wir waren ja wirklich in seinem Mund drin Stimmt, das 3D-Modell sieht aus als hätte er ja keine Schuppen mehr Es wäre einfach nackt Passt Oh, lol Das Modell kommt aus 3D-Remake für den DS Ich verstehe die Story oder die Beweggründe der Gruppe von dem FF-Teil bisher nicht Äh, ist wie im ersten Teil halt Es gibt halt Die Charaktere haben keine großartige Charakter oder sowas Keine großartigen Namen oder Geschichten oder so Es sind einfach nur 4 Helden Die die Welt retten wollen 4 Auserwählte, die die Welt retten Wie im ersten Teil halt Ne, das Xbox-Ding ist nicht heute Ich hab mich vertan Der wehrt sich irgendwie auch gar nicht, oder? Hört sich gewährt Im ersten hatten sie aber als Grund Chaos und Gala Als Grund, was ist denn hier? Äh, dass Xande die Welt zerstören will Indem er die Balance dieser Welt stört Ihr seid wahrlich Krieger des Lichts Euch will ich dienen Die beschwögerst du aber Aquai erhalten Okay So, wo ist jetzt Bahamut, Schatz? Wo treibt Bahamut sein Unwesen? Dann nächste Woche Silk Song Nee, nee Das kommt auch nicht nächste Woche Das kommt am 9. Juni Ich hab mich da so Um einen Monat vertan Ähm Wo könnte man nur mit diesem Schiff hin Jetzt theoretisch Da unten ist ein Loch Ähm Ein Tunnel Nee Nee, das ist es nicht Das war die Höhle von den Zwergen Oder so Ansonsten gibt's ja hier gar nichts mehr Wo ich mit der Invincible hinkomme Oh, da übersehe ich gerade irgendwas Von rechts Ja, das sind doch beides Höhlen Wo ich schon drin war Oder? Wir sind doch hier irgendwie so In diesem Wald haben wir uns irgendwie geschrumpft Und dann sind wir doch Durch diese Höhlen durchgelaufen Bahamut's Höhle Okay, nee, doch nicht Okay, let's go Mal gucken, was Bahamutti kann Pteranodon, Alter Na, die sind schon ziemliche Granaten Die zwei gewesen Dann haben wir alle optionalen Dungeons fertig Wenn ich den jetzt schaffe Oder gab's noch einen Ein Countdown für seinen Mega-Flair In dem vierten war es zum ersten Mal Dass er das hatte Ja, passt eigentlich, ne? Da kam ja dann das Active-Time-Ding dazu Da passt es ganz gut mit dem Countdown Jo, Großboros Der große Bruder von Oroboros Großboros Backus Schmackus In mein Magus Der ganze Loot ist so traurig, ne? Säbelzahn-Liga Oh, die haben so So ein So ein Zäpfchen Oh, noch ein Katana Euer Schrei-Chat Barmutsdonnernde Stimme Wird von draußen in die Höhle getragen Ihr habt euch gut geschlagen Doch schlagt ihr auch Mühe Äh, darf ich vorher heilen? Okay, nicht Ja, dich schlag ich auch Jo, Katzen-Demon hat gerade einfach 2.222 Leben Okay, let's go Den haben wir doch auch schon in dem Teil gesehen Stimmt, ne? Wir waren doch auf einem Berg Ganz am Anfang des Spiels Und dann hat er uns doch mitgenommen Zu den Eiern Stimmt, er hat mich ganz verdrängt Wir haben ihn ja schon mal gesehen True True, true Ja, ja, mit Deschke Haben wir uns dann dort getroffen Ja, zum Glück haben wir einen Drogoon dabei, ne? Juuu, er ist weg Okay, 800 Das sieht schon mal gruselig aus Gruselig wenig 700 Ist schon sehr wenig 2000 ist sehr geil Aber ja, Luft Ich denke mal, Luft ist eine Schwäche, ne? Äh, Icegar vielleicht besser als Fallgar Genau, nicht gut Okay Nur Wind Wahrscheinlich nur Wind Und unser Hubble-Double-Dragoon J3000 2 Mega-Flair Junge, was geht'n da? Was für ne Lichtshow Der macht's nochmal Miese Ratte Wir können das gleich in 3D anschauen Sooo, ne kleine Heilung Rausballern Ach, fuck Ich hab Kraftschub gemacht Ja, das ist halt ein Stani-Drache Aber der andere ist halt so ein Unterwasser-Drache Das ist halt ein Stani-Drache Stark Ja, jetzt schild doch mal mit deinem scheiß Mega-Flair Ja Ja, die Attacke ist geil Die ist sick Sieht echt cool aus Nice Bahamuchi Bahamut Ja, ist Ist okay Ich guess Sieht ja aus, als hätte er so ne riesige Nase Die immer so ein bisschen läuft und tropft Ich mach' ein Schicker-Flair Äh, Mega-Flair Mega-Flair So Beschwörungszauber Rex erhalten Okay, Rex einfach So, dann sind wir fertig mit dem optionalen Kran Also wenn wir den Evokateur bekommen Den stärkeren Beschwörer Dann wechseln wir wieder auf Beschwörer Und schau' mal, ne Wie geil das wird Aber keine Schiefmanns für alle Summons bekommen, ne Ne, ich müsste doch noch welche kaufen können, oder? Auf der Wiki steht doch irgendwas von zwei verschiedenen Orten, wo man die kauft Oder das sind wahrscheinlich dieselben Wahrscheinlich waren es dieselben Die man kaufen konnte In zwei verschiedenen Dörfern Achso, ich muss sie noch lernen Stufe 8 Stufe 7 Stufe 6 Ja, Beschwörungsmeister Jetzt haben wir es Platin-Grind Ich denke nicht Also ich glaub' die Pixel-Remaster-Teile sind jetzt, glaub' ich, nicht so schwer Oder was heißt nicht so schwer Nicht so krass aufwendig, ne Um sie auf Platin zu spielen, aber Nicht im Stream Okay, let's go Wir gehen zum Securarius Kann ich da durchfliegen? Ich muss zu Fuß laufen 8 hat sehr, sehr viel Missible-Stuff Ich kann mich an die Platin nicht mehr erinnern, aber Die hab' ich eh schon Der Zahn des Drachen 1, oder so Der Zahn des Drachen 2, oder so Der Zahn des Drachen 3, oder so Und der letzte Zahn des Drachen, oder so Xande kann sich nicht mehr vor uns verstecken Er ist noch nicht der finale Dungeon So, mit diesem Ort hier verbinde ich Sehr viel Grind Als ich ja mit dem DS damals gespielt habe Musste ich hier sehr viel Grinden Weil ich dort drin extrem aufs Maul bekommen habe Aber ich hab' jetzt die letzten zwei Dungeons, die jetzt durchgerushed sind Hatte ich überall den Booster angehabt Das ist ja mal gucken Vielleicht hab' ich ein bisschen eingeholt Labyrinth der Alten Es ist der Erdkristall Doch etwas greift an Die Gruppe ist umzingelt In Xandes Namen Fallt der Dunkelheit anheim Da ist er Der Titan Der gleiche Boy nochmal Nur in anderen Farben jetzt Früge Ich merke diesen Marathon, was Pokémon so alles von FF hat Das ist ja wie bei den Orden und der Siegestraße in Gen 1 Du meinst jetzt mit den Türmen gerade, oder was? Hä, das ist doch Hekaton Hyres Ah, stimmt Wieso heißt der Titan, hä? Voll komisch, ne? Jeden verwegten Tag Dailies dort Könnt kotzen mittlerweile Aber Will man In den Dailies In FF 14 Unbedingt die anderen Machen? Ich mein, der geht wenigstens schnell Du gehst eher nicht rein, weil du Spaß hast Sondern weil du deine Dailies machen willst Und ich mein, der geht wenigstens recht fix Und dann kommst du dann irgendwie in so ein Level 80er Level 80er Allianz Dungeon Wo niemand die Mechaniken checkt Wo alle die ganze Zeit nur sterben Und du dann dreimal so lange drin bist Wie in dem Labyrinth In dem Labyrinth der Alten Und Virgie, danke schön für 15 Monate Habe ich, kommen sie ins Reset übersehen? Sorry Mann, danke schön Komm sie Ich mache auf der Arbeit auch jeden Tag das gleiche Das fühlt sich genauso an Ja, aber das ist ja was anderes Bei den Dailies willst du ja nur schnell durch Da willst du keine abwechseln Du willst einfach nur schnell durch Dann kommt ein anderer Allianz Dungeon Und man denkt sich Boah geil Abwechslung Endlich mal was Neues Ja, ich freue mich Und dann kommt der erste Bosskampf Es lieben direkt 5 Leute Weil ein Vibe kam Und dann steht man da Wartet bis wieder die Gruppen voll sind Und dann denkst du dir Boah Jetzt so einen schnellen Labyrinth der Alten Das wäre geil Ich nehme 20 Minuten Wenn es nur 20 Minuten plus wären Es sind ja keine 20 Minuten plus Das ist eine Stunde plus Das ist eine Stunde plus Der lebt gar nicht schon lange, oder? Ich meine, ich mache nicht so viel Damage bei ihm, aber ja Rikki, bist du ein Opfer eigentlich? Ich dachte, du liebst Nier und Drakengard Wieso willst du dir diesen Fanservice nicht gönnen? Okay, Chat Neue Klassen Krieger des Lichts Ein sterblicher namens Xandemis Braucht meine Kräfte zu bösen Zwecken Er will die ganze Welt in Dunkelheit hüllen Doch ich will sie euch vermachen Nutzt sie, um die Wolke der Dunkelheit zu vertreiben Oh, die Wolke der Dunkelheit Äh, wir machen heute noch fertig Ist nicht mehr so viel Hexer Schamane Evokateur Ach, wo ist der Ninja? Der Skyris-Syrikus-Syrikus-Syrikus-Turm Wurde aus purem Licht erschaffen Xande plant Unsere Kräfte mit diesem Licht zu verstärken Und die Wolke der Dunkelheit herbeizurufen Wolke der Dunkelheit, ja Eilt zum Sequarius-Turm Krieger des Lichts und setzt seinen Treiben ein Ende Oh, man kann hier gehalten werden Stark So, Berufe Da ist der Hexe Wie cool ist der denn? Der sieht ja mega cool aus Aber wir machen erstmal Evokateur Schamane ist auf jeden Fall auch da Endlich was besseres für Cutie Pie Die kann ihre Magie noch benutzen So, und Ja, wir haben zwar jetzt den Hexer, der cool aussieht Aber ich wollte den Evokateur testen Der hat einfach ein Einhorn Einfach fucking Horn Der Hexer hat eine Banane Dabei, was? Das ist ein Mond Fucking Banane Okay Speichern wir Und Let's go Mal gucken, was der Evokateur kann Wie stark es in den Beschwörungen sind Thanatos Das gibt's doch nicht auf dem DS, oder? Die wird doch nicht Die werden doch nicht eine kopflose Figur In ein Kinderspiel reingebracht haben, oder? Thanatos Tatsächlich Hattet ihr davon als Kinder damals Albträume gehabt? Moment Moment, Pferd hat auch keinen Kopf? Pferd hat auch keinen Kopf? Moment mal Chat Also hier hält sie einen Finger hoch Hier hält sie einen Finger hoch Aber hier Hoppla So kann man das Motorwort Bei sich selbst machen Da kann man so einiges Bei sich selbst machen Oh, ich muss die Stufe 7 und 8 Zauber noch holen, Chat Ich hab sie noch nicht gekauft Wir müssen kurz In das Schiff nochmal zurück So, beschwören Let's go, Rex Kommissar Rex Mega-Flair Bia 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 Wohoho 4.000 Geh man doch mal kurz raus Hat das bad Nachdem ich das Pixel Remaster durchgespielt habe, habe ich die Deaths-Version angefangen und habe sie durch die Erfahrung vom Remaster besser zugänglich. Fand sie durch die Erfahrung vom Pixel Remaster besser zugänglich, okay. Wieso ist der dritte auf dem Deaths-Version so unzugänglich? Endlich Reflag, Leute. Lernen, Beben, Steingas, Saugen. Also er braucht das theoretisch nicht, aber wir bringen es einfach mal bei. Reflag, Letharga, Medica. Einfach Medica. Medica ist einfach ein fucking Level-7-Stufe-Zauber. Okay, sie haben aber noch keinen Sanctus. Sanctus ist wahrscheinlich dann Level-8. Haben wir noch nicht bekommen. Finde ich vielleicht irgendwie im Dungeon oder so. Ja, vier war echt schwer auf dem DS. Vier war echt schwierig. Das war ein hartes Game. Unes Klon! Okay, Beschwörung. Let's go, Aqua. Wenn jetzt mal eine größere Gruppe kommt. Jetzt kommen halt jetzt nur einzelne Gegner. Was ist das hier? Ignis? Ne, Ignis kennen wir schon, ne? Aber jetzt hat er ja auch andere Spells, ne? Ich denke, er ist stärker oder so. Morse war neu. Sanctus Guggen! Verwitt! Verwitt! Okay, es ist also hier ein One-Hit-Angriff. Nicht so wie im Kampf gegen ihn. Kann ich bitte töten? Oh, big, 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 very big, very, 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 very big. Ja, wir werden die Encounter sowas von gleich hier ausmachen, Leute. Kristallschild. Erzdämon. Terra. Hier kommen nur einzelne Gegner einfach. Beschwör, okay. Doch nicht mehr. Gaias Wut, okay. Der hat Nix-Bos-Logo auf der Brust. Erst durch das Pixel-Master kam ich darauf, statt Magie direkt zu nutzen, eher Stäbe mit den Magiern zu benutzen. Meinst du, weil auf den Stäben auch Magie drauf ist und die kein Mana verbrauchen oder wie, was meinst du? Ich überlege, momentan den Dragoon wegzumachen, Chat. Vielleicht. Was hattet ihr davon? Jo, Inferno! Stark. Äh, Dragoon tauschen gegen, ähm, gegen Liebe. Äh, gegen Dark Knight. Schwarze Moschus. Ja, und der kann jetzt nichts machen. Ja, der Dragoon ist nice, aber halt ein bisschen Abwechslung. Blitz des Wurteils, Junge. Halt wirklich, die haben jetzt ihre richtigen Angriffe eigentlich, die man so kennt aus Final Fantasy. Haben die jetzt erst recht, äh, erst jetzt bekommen. Dragoon später zum Ninja tauschen? Ich dachte, wir machen aus dem Karate-Kal Ninja. Jetzt kommt Diamantstaub. Oder einfach zwei Ninjas haben. Oh, Wikinger? Ich weiß nicht, ob ich Wikinger fühle. Diamantstaub. Oh, okay, oh, okay, oh, okay, oh. Hey, die sind alle voll stark. Oh, okay, oh, okay, oh, okay, oh, okay, oh, okay, oh, okay. Hey, wie viel Quartier ist der mega strong? Wir müssen gleich nochmal Choco benutzen, ob der immer noch Flucht hat Oder jetzt vielleicht irgendwas nützliches macht Barbaren-Axt Jo, Behemoth-König Wo kommt der denn her? Da holen wir den Rex raus Der ist aber ultra tanky Der Dragoon macht halt mittlerweile echt wenig Damage Deshalb Hatte ich überlegt, vielleicht auf Dark Knight zu wechseln Die anderen hängen hier halt gerade mit dem Damage komplett ab Ja, das ist, wir kriegen halt keine Lanzen mehr Und ich kriege Katanas Ich kriege Katanas, ich kriege Hammer und Äxte und so Aber wir kriegen halt Wir kriegen halt keine Lanzen mehr Der tankt aber auch echt viel gerade Ich bin gleich schon fast tot Ich will nicht nochmal Mega-Flair benutzen Okay, ist tot Oh, der lebt noch Die Beschwerung kostet Mana, ja Ich streame auf YouTube und Twitch gleichzeitig Ich habe Phönix-Feder, Steinklinge Omni-Route Ist er immer noch ohne schlechter Oh, 62 Wie viel hat der Oh, er ist mittlerweile besser ohne Waffen In vier reagieren die mal auf Zauber Hier, der war ja echt zahm Ja, in vier generell haben sehr viele Bosse und sehr viele Gegner Kontermechaniken Das ist ja, glaube ich, generell nur so ein DS-Ding Nur so ein Final Fantasy 4 DS-Ding Das gibt es sonst in keinem anderen Final Fantasy Ach ja, stimmt, vergessen Warte, lass mal kurz gucken Er macht 213 Wenn er auf Dragoon ist Wenn er Dunkelritter ist 233 Wie sieht es mit Wikinger aus? 245 Probieren wir mal So, der kann anlocken Oh, der kann Agro ziehen Ui, der ist ja cool Das ist actually nice 5.000 Ich glaube, Leviathan ist ihre Schwäche Dann machen wir mal kurz hier aus Ein bisschen schneller durchlaufen Es kommen nur die selben drei Gegner Heilige Lanze Wir können wieder wechseln Ach, jetzt bin ich erst im Kristallturm Lilski Lilski Das heißt, wenn ich ja jedes Mal raus will Zu meinem Schiff und mich heilen will Dann muss ich immer durchlaufen Ragoon 243 Okay, heilige Lanze ist OP-Chat Fast wieder so stark wie der Wikinger Zwei Unterschiede Hey, da ist er Der Kristallturm Beim Erdkristall kannst du immer auch heilen Immerhin auch heilen Ja, der Erdkristall ist zwei Meter von meinem Luftschiff entfernt Das ist eigentlich egal Ich muss trotzdem halt super weit laufen Wenn ich halt, ja Mana wieder brauche Weil die Musik ist nice Aus dem Spiegel erklingt eine Stimme Ich bin die Tür zu Eureka Der verbotenen Land des Waffen birgt Die die Kräfte der Menschheit übersteigen Eine unsichtbare Mauer blockiert den Weg Ist das dann jetzt theoretisch Optional-Chat? Yes Dann holen wir uns die legendären Waffen-Chat Geile, legendäre Waffen gefunden Boah Boah Leweyer-Fan, Alter Legendäre Arktis-Winter Ah, okay Ich hoffe, ich finde gleich ein paar legendäre High-Potions Bombenarm Oh, ein bisschen Prelude von Final Fantasy rein Immer Angriffsvorteil Abaya Oh, ich dachte, die haben nur zwei Beine Aber die sitzen so komisch gehockt Bombenarm Boah, diese ganzen epischen, legendären Items, die ich hier finde Ich meine, die Items sind an sich wichtig, wenn du Gelehrter spielst, ne Ansonsten Ansonsten Sind die echt nicht so geil, ne Der Evokateur macht das hier einfach Okay, hier ist der Eingang Die ist jetzt versteckt Das ist jetzt richtig krass, oder? Eine Falle Ninja Ja Wie lange er wohl in der Kiste da gewartet hat. Sein Leben lang. Er wurde dort geboren. Okay. Kriegen wir jetzt den Job? Schleife erhalten. Uh. Geben wir unsere Heilerin die Schleife. Schleife ist, ähm. Sie ist jetzt die Mut gegen alle Statuseffekte. Der Song, Alter. Bänger. Schuriken. Hier sind schon Ninja-Fähigkeiten. Äh, Ninja-Items. Noch kein Ninja. Wie der Beschwerer da so steht. Muss denken. Oder er macht den hier. Den Apo-Red-Move. Willst du mich ficken? Mit uns. Vamos. Vamos. Okay, wo kam der Damage her? Oh ne, Ricarda. Was geht ab? Hi. Mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Ich denke, wir finden dann auch hier vermutlich die hohen weißen Zauber. So was irgendwie Sanktus oder sowas. Erzengel. Schuriken. Ich glaube, Schuriken waren so Verbrauchsgegenstände, ne? Vom Ninja. Die halt super viel Damage machen. Aber halt so einmal benutzbar ist oder so. Die waren irgendwie ziemlich stark, ne? Irgendwie einer der stärksten Angriffe im Spiel oder so. Lohnen sich die Spiele, aber natürlich. Das sind geil. Archeron, der drehte schon von denen. Ja, ich meine mich zu erinnern, dass ich damals den Endboss damit beworfen habe. Die Vollmondklinge macht der Dunkelheit. Lasst uns sehen, wie ihr euch schlagen werdet. Oh, den kennen wir doch. Der ist ja nochmal einfach am Start. Machen wir mal einen Rex hier rein. Joke, der macht gar kein Damage mehr, ne? Slypen hier so heißt ein BD-Alto. Was ist ein BD? Das Slypen hier ist eigentlich der, 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 das Pferd von Odin. Odin, Schmodin! Ja, entweder wir machen doppelt, doppelt Ninja oder, ja, Hubble-Dubble wird zum Ninja. Doppelklassen fühle ich halt nicht. Also, auch wenn es vielleicht stark ist und so. Aber, bunte Klassenmischung ist halt cooler. Schwächen gewechselt. Okay, herzlichen Glückwunsch. Und so. Und dann geht's, die, dietetitititbititi, muss ich schon langsam heilen? Oh, computer reinhauen hier. Ja, dann gute Besserung, Ricarda. Und Ekki, Dankeschön. Nicht nur Odins Pferd, sondern auch eins von Lokis Kindern. Ja, Lokis Kinder gibt es halt in Final Fantasy nicht, aber Odin gibt es halt. Und Dankeschön für sechs Monate, Mann. Aber so kannst du bitte sterben! Wie viel Leben hat er denn bitte? Danke. Ja diesmal habe ich seine komischen Wechsel von Elementarschwächen komplett ignoriert. Ninja? Vollmondklinge halten? Heißt das, ich kann jetzt Ninja machen? Nein. Lass es die Vollmondklinge. Muss ich die einmal einsetzen, damit ich Ninja lerne. Nee. Okay, wir wechseln wieder auf Dark Knight. Die Vollmondklinge ist bestimmt OP für ihn. Ist fast Ninja. Die Waffe vom Ninja. Was ist da gerade passiert? Das Ding ist einfach direkt losgeflogen. Achso, ich bin dann gerade auf automatisch. Das Ding fliegt einfach los. Phönixfeder? Oha, da ist der Ninja Chat. Ich habe ihn gefunden. Wer ist der denn? Okeanos. Der kann einfach Erdbeben machen. Einfach Mini-Leviathan. Masamune, die mystische Klinge. Besiegt mich. Okay, noch mehr Gegner. Wer kommt jetzt hier? Wer bist du denn? Kuno Ichi. Boah, ist die geil, Alter. Joki! Können wir kurz die Chillung einleiten? Mein letzter Mega-Flair. Ich muss glaube ich gleich zurücklaufen und mich heilen. Er wirft da einfach irgendwelche Playstation 1 CDs. Ähm, Terra vielleicht? Ich hatte so pinke Augen einfach. Das ist die Chat. Geil. Boah, ist die geil. Was? Die hat irgendwie hier eine viel dynamische Pose, habe ich das Gefühl. Wie viel Leben die alle mittlerweile haben, ey. die machen alle kein Damage. Die Beschwörungen. Jaaa, Oki-Gi! Jaaa, Oki-Gi! So, Masamune kann jetzt auch der Dark Knight benutzen. Da müsste er jetzt recht stark sein, oder? Jaaa, Oki-Gi! Jaaa, Oki-Gi! Jaaa, Oki-Gi! Jaaa, Oki-Gi! Jaaa, Oki-Gi! Jaaa, Oki-Gi! Oki-Gi! Ich, Elle, wünsche mir Alarmstufe Rot, Juris Rache. Starke Nachricht. Neelle funktioniert das. So funktioniert das nicht ganz, aber dennoch gut. Ja, ich meine, ich werde das schon irgendwie rauslesen beim rausfiltern. General einfach. Boah, der macht immer noch kein Damage. Exitus! Wichsgesicht. Boah, der macht gar kein Damage. Vielleicht mit. Moment! 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 Chat, Moment! Moment, Chat! Chat, Moment! Moment, Chat! Moment, Chat! Moment! Steht der? Steht der immer noch hinten? Ich bin mir grad nicht sicher. Hab ich den nie nach vorne gestellt? Macht der vielleicht deshalb so wenig Damage? Ne, der steht vorne, ne? Doch, der steht vorne. Das dauert halt so ewig, ne? Weil der einzige, der hier grade Damage macht, ist halt wirklich Evo Boy. Und der stirbt halt die ganze Zeit gerade. Ich muss halt raus Mana holen. Ich muss halt raus Mana holen. vor allem weil auch noch jeder Boss, die sind halt nicht mal wirklich stark, aber die haben einfach nur ultra viel Leben. Oder ich bin einfach nur ultra schwach, deshalb brauche ich so viel, so lange für die. Will ich jetzt schon Elixier verbrauchen jetzt, Chat? Wie viele Elixiere habe ich? 16 Stück. Ich mein, wir können theoretisch Elixier verbrauchen, dann hat der Katzendemon wieder Mana. Aber ich bin Fan von Elixieren für Endboss behalten. Sie kann auch keinen Vitra mehr einsetzen. Sie kann auch keinen Vitra mehr einsetzen. Hey. Hey. Da macht auch jemand Damage. Puh. Okay, alles. Ja, glaub ich, hat's nicht ganz gelohnt. Elixier zu benutzen. Aber der steht schon hinten? Nee. Der steht doch so weit vorne wie der Karateka. Excalibur kann keiner benutzen. Uh. Moment. Wie sieht's mit dem Ritter aus? Der Excalibur 285. Äh, nicht der Hexer. Wikinger? Ne, der kann gar nichts davon benutzen. 288, ja. Der steht hinten. Tatsächlich. Vielleicht deshalb so wenig Damage. Ich hoffe, jetzt macht er Damage. Sonst begehe ich gleich hier Exitus. Zauberstab und noch ein Schwert. Und noch mal zwei Bosse. Ahhhh. Wie steh denn? Skiller. Skiller. Skill, skill, skiller, skiller. Warte, ich mach mal hier. Georgie. Auf die Boys. Skiller. Skiller. 600. Er steht vorne in Chad. Ja. Der kann flair. Jo, grüße. Boah. Nein, das ist verboten. Der kann sich jetzt nicht einfach heilen. Aber was soll das? Du heilst doch auch. Ja, aber ich bin Spielercharakter. Ich bin Held. Ich bin Auserwählter. Ich darf das. Das ist quasi, als hätte ich jetzt einen wahrer modernen Griff weggeworfen. Sanktus. Zweimal Rex noch. Danke. So, jetzt haben wir einen coolen Zauberstab. Wow, der ältesten Stab. Das kann der. Nein, Ninja nicht. Ältesten Stab. Außerdem Beruf Ninja, der den Kampf mit sämtlichen Waffen beherrscht und den Beruf des Weisen, der sich dann... Ich krieg direkt beide. Das ist halt wirklich so random. So. Let's go. Das ist der Weise. Der Ninja ist einfach rot. Anlegbar alles. Excalibur und Mazamune. Let's go, Chad. Jetzt wird rasiert. Aber, Moment. Äh, ist der Weise... ...ein Hybrid? Ist der Magier... ...weiß Magier und Schwarz Magier? ...und Beschwören auch? Dann brauche ich ja gar keinen Evokateur mehr. Ich brauche keinen Schamanen. Ich brauche keinen Hexer. Ja, das ist ja mega doof. Weil dann habe ich jetzt zweimal dieselbe Klasse. Und das wollte ich eigentlich nicht. Der Trade-off ist dann nur, dass weniger Mana-Punkte hat. Oh. Zwei Ninjas und zwei Weiser einfach. Ist einfach aus wie ein Pirat. Ragnarök, Dämonenklinge. Jo, wer ist der denn? Einfach Kangana Shura. Er macht Damage, Chad. Der Ninja macht Damage. Gibt es auch den Samurai? Ne, hier nicht. Samurai kommt nämlich in fünf vor, ne? Hat gerade der Ninja mehr Damage gemacht, als der Karateka? No way. Also wenn ich jetzt noch ein weiteres cooles Schwert bekomme, dann kann ich ja wirklich einfach auf Doppel-Ninja wechseln. Aber dann habe ich keine Dritte mehr, ne? Aber wenn jetzt eh nur Boss-Kämpfe kommen, dann brauche ich auch gar keine Dritte mehr. Okay, das war stark. halt wirklich. Ich habe ja die zwei stärksten Waffen im Spiel und der fucking Evo-Boy ohne Waffen mit seinen Fäusten. Dann haben wir mehr Damage. Ragnarök. Okay, ich glaube wir sind durch. Aus welchem FF kommt eigentlich der White Mage, die auch in Mario Slam Basketball spielt? Aus jedem? Elixier? Shuriken? Shuriken? Elixier? Was kann ich für euch tun? Oh! Jappatapatu! Warum sieht die da so anders aus? Weil das hier gerade kein White Mage ist. Sondern ein Weiser. Ähm... Lernen. Erzengel. Sanctus. Tornado. Und hier Lernen. Ähm... Scheiß auf Exitus. Meteorit. Und Flair. Weiß nicht, ob das geiler ist als Rex, aber ja. Morse Aqua... Was? Dass ich die drei Dungeons gemacht habe, war eigentlich komplett unnötig. Hätte ich mir auch sparen können. Ja, okay, gut. Das ist, wenn du zwei Beschwörer spielen willst. Na, dann ist das vielleicht ganz nett. Das ist das, wenn ich die Schurikents ausgeben. Oh! All mein Geld für Schurikents ausgeben. Der Boss wird nur mit Schurikents beworfen, Chad. Ja, der verkauft die nur, wenn man die gemacht hat, okay. Bip, 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 bip. Der Boss wird einfach nur weggeschurikent. Ich habe jetzt kein Geld mehr. Ist mir egal. So, wir können raus. Oh, ich spawne hier. Okay. Ja, dann gehen wir mal kurz runter zum Hallen. Und dann bewegen wir uns langsam zum Finale-Chat. Ja, wir machen klar, heute noch fertig. Ich werde jetzt nicht so kurz vom Finale aufhören. Wir sind ja schon fast durch. Bup, 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 buuu. Hallo? Hallo? Also, in meinem 100-Prozent-Run hatte ich bis zum Erhalt des Ninjas 16 Schuriken im Inventar. Wo hast du die alle herbekommen? Also, jetzt in dem Dungeon selbst gab es irgendwie vier Stück. Also, dann musstest du... Also... Oder es gab es noch versteckte Wände, aber... Ich glaube, dein Run ist spliced. Du lügst. Ach, das ist so ein Ich-Frag-müch-Ding. Ah. Du willst mir sagen, es gibt noch ganz viele Schuriken in dem Dungeon? Ach, so, okay. Riki hat dich einfach durchschaut. So. Ja, wie sehr lohnt sich dann überhaupt jetzt noch der Loot hier in dem Dungeon? Wenn ich jetzt Yurika schon leergeräumt habe. Ich meine, wir können vielleicht noch Schurikens finden. Vorhang. Weißmoor Schuss. Und wenn ich jetzt eh schon die besten Waffen alle habe. Ja gut, Rüstungsteile halt noch, ne? Ich habe dort neue Waffen bekommen. Keine Rüstungen. Äh, Yurika? Ach, da hinten. Schmusus! Nein. Chokobos Zorn einfach. Boah, der Ninja. Der kommt hart. Wichtige Items? Eine Inschrift. Der Skyris-Schlüssel allein vermag, ist diese Tür zu öffnen. Äh, da ist er. Ja, machen wir mal ein paar Kämpfe, ne? Mal gucken, was hier so kommt. Ja, und Elixiere sind natürlich auch nicht schlecht, ne? Ein paar davon zu bekommen. Ich habe auch so gesehen, durchgespamt, scheiße. Cool. Puh. Ähm. Irgendwie so Genji-Rüstung, noch mehr ein paar Schleifen finden, oder so, wäre echt stark. Ich weiß... Oh, der Atze einfach. Ich weiß nicht mehr, was so der Endboss konnte, ne? Wie gruselig der war. Hallo, Madame Econcon. Starker Damage. Es kommen ja auch die ganze Zeit nur so einzelne Gegner wieder. Elixir. Di-di-di. Atze hieß doch der... Was? Auf der schwache Feuerelementar, den man in BG3 beschweren konnte, oder? Vielleicht, weil der war auch ein Typ gerade mit Feuer. Also... Gut möglich. Dass das auf irgendeiner... Fantasie-Fabelfigur basiert, oder so. Der Atzer. Der olle Schmatzer. Ich hab den ältesten... Äh, 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 nochmal den ältesten Stab bekommen. Ja, Eureka, Leute. Die Höhle mit den legendären, seltenen Waffen. Fünf Minuten im nächsten Dungeon drin. Ältesten Stab. Ja, diesmal ohne Ninja. Eureka, schmürriger, sag ich. Und Fatality. Dankeschön für elf Monate. Und hi. Äh, irgendwo kaputte Wände? Achso, hier, der war auf der Naseitweiche schon, ne? Junge, was ist das denn hier? Seltene Zwiebelritter-Ausrüstung. Und ist die stark, oder was? Der Dungeon ist auch so... So... Fucking... Diese typischen, äh, komischen Labyrinth-Wege. Ist auch so richtig wie der Final Fantasy I. Back to the Roots. Ich hab' schon 22 Uhr, Leute. Wo ist die Zeit nur hin? Das Kissen-Aufmach-Geräusch, das ist eigentlich auch so richtig. Ist auch das, was auch immer in den RPG-Makers-Spielen vorkommt, oder? Ich glaub, das ist genau derselbe Sound, oder? Oh mein Gott! Ich will speichern. Wobei, ist eigentlich egal, ne? Klingt wie mir genauso der Sound. Jumpscare. Was ist eigentlich mit FF4? Das wirst du doch safe nicht in zwei Streams schaffen. Danach ist ja KSRW... Ja, ich muss dich aber. Muss ich aber. Und werde ich auch. Ah, ich kann mit dir nicht interagieren, ne? Spiegel, wir müssen gegen uns selbst kämpfen, Chat. Einfällige, einfältige Narren, ihr seid mir in die Falle getappt. Dieser Spiegel lähmt jenen, der in ihn blickt. Jetzt seid ihr bloß noch Drachenfutter. Ach, du scheiße, Chat. Nein! Nein, der hat uns! Na, volle! Ihr letztes Mal ist sehr lange her. Ich bin mir sicher, dass sie jeden Bissen genießen werden. Verdammt, wir können uns nicht mehr bewegen! Verliert nicht den Mut! Droga. Droga, bist du es? Warum so verwundert? Ich sagte doch, dass unsere Seelen fortleben werden. Hört mir gut zu. Um den Fluch der fünf Drachen zu brechen, braucht es fünf Herzen reines Lichtes. Ich werde diese fünf Herzen suchen. Haltet ihr so lange Stand? Seid stark. Ich werde schon bald wieder bei euch sein. War okay, lasst dir Zeit, Diggi. Droga's Seele bricht auf, um die fünf reinen Herzen zu suchen. Prinzessin Sarah, Habeldabbel und seine Freunde brauchen Hilfe. Eure Hilfe. Denn nur von lichterfüllte Herzen vermögen den Fluch der Drachen zu brechen. Yeah. Habeldabbel und die anderen sind in Not. Bringt mich sofort zu ihnen. Yeah. All die Freunde, die wir getroffen haben, Chat. Sit. Ich brauche deine Hilfe, Sit. Für Habeldabbel und die anderen würde ich bis ans Ende der Welt gehen. Wo führt die Reise hin? Juhu. Oh weh, vermutlich haben ihn die Flammen verschlungen. Und Hepp. Der ist gelebt noch, Chat. Er ist gar nicht tot. Dash, du lebst? Na klar, was denkst du denn? So schnell gab ich den Löffel nicht ab. Wer bist du überhaupt? Der saß hier Wochen, Monate lang in diesem Ding drin. In dieser Flamme da drin. So schnell gibt er den Löffel nicht ab. Ach egal, ich bin gerade mit der Reparatur des Reaktors fertig geworden. War ganz schön knapp und mein Haar wäre der ganze schwebende Kontinent in die Luft geflogen. Habeldabbel und die anderen stecken Schwierigkeiten. Junge, Junge, kaum habe ich ein Feuer gelöscht, bricht schon das nächste aus, was? Also gut, worauf warten wir? Er ist so cool, Mann. Er ist so cool. Der Prinz, Alus. König Alus, ich erbitte eure Hilfe. Die Krieger des Lichts brauchen mich? Dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Und einfach nur Louis. Dankeschön für deinen Prime-Sub. Vielen Dank. Wen haben wir noch? Ach, die Vier. Wen nehmen wir denn mit von denen? Wäre jemand von euch so gütig, den Kriegern des Lichts zu Hilfe zu eilen? Endlich, unsere Stunde hat geschlagen. Das übernehme ich. Haltet hier Stellung. Und du die Ohren steif. Na klar, ist so gut wie erledigt. Okay, ich nehme einen mit. Haltet die Ohren steif. Haltet die Ohren steif. Da kommt man in den Stream und direkt Alkoholwerbung. Tja, einfach Sub reinhauen und du kriegst nie wieder Alkoholwerbung. Ganz easy. Aber was geht ab? Hubble, Double, Cutie Pie, Katzen Demon, Evil Boy. Schnell, wir kümmern uns um die Drachen. Rettet die Welt vor der Dunkelheit. Hab Dank, Freunde. Als ob der glatzköpfige Typ da unten gegen den Drachen klarkommt. Also gut, auf geht's. Der kam gegen ein paar Goblins nicht klar. Und jetzt soll er gegen einen Drachen kämpfen. Da ist er, Leute. Xande. Euer Beharrlichkeit ist wirklich beeindruckend. Doch leider seid ihr zu spät. Die Dunkelheit ist längst über uns und ihr werdet jetzt sterben. Die müssen gar nicht kämpfen. Die müssen einfach nur ein reines Herz haben. 3D. Xande 3D. Hier, oder? Der sieht actually gut aus. Also der sieht ein bisschen zu menschlich aus. Ne? Hier. Er hat irgendwie viel zu menschliches Gesicht. Der sieht halt schon eher so dämonisch aus irgendwie. Als der hier. Und dann gab's den noch in Final Fantasy XIV später. In einem Raid. So sah der da aus. Sieht auch recht menschlich aus, ne? Nur im Pixel Remaster sieht er halt so dämonisch irgendwie aus. So irgendwie halt so zwei komische Vampir-Szene. Irgendwie sein Kopf geht in die Haare über, oder so. Als wären es irgendwie Tentakeln, oder so. Okay, let's go! Boop, 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 boop. Boop, 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 boop. Alles klar. Easy. Mega Flare! 3600 stark so jetzt zum ninja mit hast angreifen jetzt kommt der richtige damage raus ala okay gar nicht mal so viel mehr sogar weniger glaube ich eben ich hoffe er überlebt das noch ist eine heilung raushauen ja vielleicht muss ich mit evo boy auch auf ninja wechseln weil die können ja alles tragen dementsprechend kann auch dann stärke rüstung tragen und nicht so hart aufs maul er war zu gierig mit dem damage hätte schon früher anfangen hätte schon früher anfangen müssen zu heilen wenn ich jetzt pech habe wird habel dabel sterben aber sieht gut aus er kriegt noch eine heilung durch kriegt noch eine heilung durch haben wir schon mal gesehen ne der kommt jetzt zum ersten mal im spiel die heilung nicht mehr durchbekommen er macht meteorit ich muss mir erst mal die gruppe heilen bevor ich wieder belebe boah zum glück nicht auf cutie pie so sechs mal erzengel könnte ich einsetzen erzengels full full heal belebung sehr stark sechs mal okay ist tot ja das war der feine boss chat sogar ohne shurikens mein tod erinnert nichts daran dass die wolke der dunkelheit bereits über uns ist alles wird der dunkelheit einheimfallen hä was ist das denn ich dachte wir sind durch chat wolke der dunkelheit wer ist das denn hä was wir sind die wolke der dunkelheit die bringer von lehre und nichts alles wird unter unseren schatten fallen weder licht noch dunkelheit werden uns entrinnen euer licht ist besonders stark darum werden wir mit euch beginnen jo die musik verfehlt oh chat wir müssen grinden verdammt wir müssen grinden nein nein scheiße oder doch nicht nicht schlapp machen kinder ihr könnt doch nicht vor uns den löffel abgeben haltet durch diese welt braucht euch ihr dürft noch nicht von uns gehen du bist so ein mieser schauspieler habbeldabel cutie pie katzendämon evo boy die seelen von doga und une erscheinen die kraft unserer seelen soll euer sein erhebt euch krieger des lichts erwacht zu neuem leben die seelen von doga und une erfüllen habbeldabel und die anderen mit neuem leben dogei unai hab dank ach was also dann ich glaube ihr habt noch etwas zu tun xandes übergriffe haben das licht geschwächt und die dunkelheit gestärkt er hat etwas schreckliches erschaffen die dunkelheit hat ihn vereinnahmt gesteuert nur wen wenige hätten ihr widerstanden unsere seelen werden sich schon bald mit der einen der großen seele vereinen so gerne wir auch bei euch bleiben der aufbruch ist uns bestimmt es liegt jetzt an euch stellt das gleichgewicht zwischen licht und dunkel wieder her betretet die welt der dunkelheit die seelen von dogei und une lösen sich auf jetzt sterben sie nochmal die welt der dunkelheit sie wartet auf uns soll sie nur wir schaffen das schon auf geht's unser schicksal liegt in euren händen wir zählen auf euch ich drücke euch die daumen haha wird schon schief gehen ich weiß wie es sich anfühlt eine schwere last zu schultern aber keine angst ihr schafft das schon möge euch erfolg bescheiden sein bescheiden 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 sein kommt heil wieder zurück jetzt kommt der letzte dunkelheit world of darkness aber okay wir sind jetzt voll geheilt gibt es hier eine heilung also wenn ich jetzt irgendwie langsam aber sicher eine heilung brauche gibt es hier eine heilung die gibt es oder die gibt es oder aber ja hier scheinen dieselben gegner drin zu sein kurz mal schauen in alle richtungen braa braa eine falle der kommt mir bekannt vor das schummeln ja wir haben ja nicht so viel zeit wir haben schon halb elf HER GROWET SANGTUS HER 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 Die Grabe sollte vielleicht reichen. Wee, booba, wee, boobi, boobi. Ja, so schnell ist der Boss von jedem gar nicht mehr so bossig, ne? Scheiße, sind die tot? Jetzt chill doch mal! Schleife, okay, nice. Äh, Phönixfeder. 23 Potions. Aber, wieso sind hier immer Treppen? Oh, die Kristalle, Chat. Die dunklen Kristalle. Schon bald wird die Dunkelheit alles überflutet haben. Niemand kann das mehr verhindern. Erst recht nicht ihr. Das ist der dunkle Erdkristall. Oh, a Re-Man. This is a Re-Man. Den kenne ich auch erst für 14, ja. Ah, den ganzen Dungeon-Kettel aus der FF 14. Eine Theorite. Das war Damage. Das war Damage. Junge, Hass bringt ja gar nichts. Hass zu casten ist einfach ein verschwendeter Zug. Ja, okay. Damage. Damage. Wenn wir, wieso ist dieser Karateka immer noch stärker als ein fucking Ninja? Juh, Juh! Juh. 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 jetzt komme ich mit logik an konnte hier mit logik meine zerex die pfeil sie ist auch tot jetzt ein problem jetzt ein problem wir ziehen durch erst gleich durch es wird nicht geheilt er ist gleich tot wir haben der lebt noch die miese rate ok jetzt der letzte angriff das muss er jetzt sein der letzte das ist das muss er sein ok mit etwas glück macht er jetzt irgendwas schwaches letzter angriff doch nicht junge wie stark ist der ariman wann hast du letztes mal gespeichert oh stimmt scheiße ich bin gleich wieder level 1 ich habe gar nicht gespeichert das ganze spiel übernicht scheiße ich bin noch am jetzt werden wir Leute wir müssen das ganze spiel von neu anfangen scheiße ich meine der erdkristall haben wir ja storywise als allerletztes bekommen vielleicht ist hier die dunkle version von ihm auch die schwierigste version deshalb machen wir es die anderen zuerst ohne vater dankeschön für den tier 1 junge was ist das für ein ekelhaftes dungeon design hier wenn du halt keine karte hast dann musst du einfach raten was ist dieser letzte dungeon ist ja wirklich die hölle einfach dieser letzte dungeon und gleich ist in der kiste nicht mal irgendwas drin was sich lohnt das ist die welt der dunkelheit das ist die hölle in der letzten war drin weiß ich gar nicht alles wieder vergessen wenn ich es vergessen habe dann war es bestimmt gar nicht so toll eine schleife war da drin doch schleife ist gut also die werden halt nicht so boss gegner in eine kiste reinpacken wo dann ein elixier drin ist oder so oder schleife ok eine schleife brauchen wir noch ja wir können erstmal die vier kisten looten und dann machen wir die kristalle nochmal der selbe gegner nochmal nochmal derselbe nochmal derselbe nochmal derselbe nochmal oh man ja xander wird hier richtig zelebriert in dem dungeon die waren auf xander richtig stolz vor allem in ff14 der xander den man ja in dem zweiten 50er dungeon trifft das ist ja glaube ich auch nicht der echte ist ja auch nur ein klon oder ich wollte dich fragen ob es für dich in ordnung geht wenn ich einen tik tok fanpage über dich mache bei der ich highlights von deinen streams und älteren videos poste macht doch highlights von den neuen videos aber ja darfst du ach im dritten allianz war ein klon ok alles sind klone so die letzte schleife aber was ist denn in der anderen kiste drin wir haben noch eine kiste ne ok die kiste ist interessant oder es ist auch eine schleife es ist wahrscheinlich auch eine schleife ne ich habe die schleife ja schon aus einem anderen dungeon bekommen wahrscheinlich ist das hier wenn du ähm wenn du die schleife nicht gefunden hast die erste dann kriegst du hier alle vier ne Feuerkristall ne Feuerkristall war der zweite kristall ok komm wir probieren einfach mal probieren wir probieren halt jetzt ohne megaflare aber speichern ist auch ich ziehe mal speichern das ist so unnötig aber ich habe es mir irgendwie so angewöhnt ne eine kiste vergessen ich habe doch gerade über die kiste gesprochen zweiköpfiger drache wer bist du denn in der kiste ist halt eine schleife drin und ich habe schon vier schleifen also brauche ich nicht noch eine schleife also öffne ich die kiste nicht weil in der kiste ist wieder derselbe gegner nochmal den wir jetzt schon drei viermal besiegt haben also ja ok wie viel damage hat der gemacht ich habe weggeschaut auf jeden fall ist er one hit hier kriege ich ja echt mies aufs maul von den kristallen ey ich habe so schiss vor dem endboss ne Junge was ist dieser damage habe ich irgendwas was damage macht was nicht shurikens sind also ich benutze jetzt schon shurikens das ist das ist irgendwie mal eine schwäche oder so der knirch was ist ja ja auch wenn er viel damage macht ich glaube wir müssen noch irgendwie auf eine andere klasse wechseln die halt verteidigung hat zwei erzengel noch jetzt macht er auch kein damage mehr ich glaube heute wird nichts mehr mit endpost ja ich glaube auch nicht spiel deinstallieren maraton vorbei sie macht immer so wenig damage die du musst doch langsam aber sicher sterben gibt doch endlich auf ich hole gleich die schule kens raus leute boah er kretet die miese fixer ich hole die schule kens raus leute let's go ich hole die schule kens raus was mache ich heute phoenix feder 5000 damage wo 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 Ich bin immer noch. 7000. 8000. Ja! Jo, endlich! Wie viele Schuhekens habe ich gebraucht? Drei habe ich geworfen. Ich bin einer der vier Krieger der Dunkelheit. Die Welt ist aus dem Nichts entstanden, und in das Nichts kehrt sie einst wieder ein. Doch es gibt eine Kraft, die das unterbinden kann. Es ist das, was ihr Hoffnung nennt. Solange es Hoffnung und Liebe in der Welt des Lichts und auch hier in der Welt der Dunkelheit gibt, wird das Nichts nicht triumphieren. Darum lasst uns unsere Hoffnung einen und jene vertreiben, die alles beenden wollen. Jett, das sind die. Jett, das sind die. Die Krieger der Dunkelheit, das sind die, die zuletzt quasi unsere Rolle übernommen haben. Als die Welt eher von der Licht geflutet war. Und dann kamen die Krieger der Dunkelheit und haben der Welt die Dunkelheit wieder zurückgebracht. Und die sind in den Kristallen drin und wir holen die jetzt da raus. Ein Final Fantasy als Krieger der Dunkelheit wäre mal cool. Gibt es tatsächlich, Final Fantasy 14. Da gibt es ein DLC, ein Addon, was du komplett als Krieger der Dunkelheit spielst. Zerberus. FF 15 doch auch mehr oder weniger. Ne, FF 15 ist scheiße. Da verwechselst du was. Schuriken. Sanktus. Rex. Töten. Ich ziehe gleich Abo zurück. Ne. Ähm. Also, solange wir kein FF 15 spielen, darf ich es haten, okay? Wenn wir FF 15 spielen, dann werde ich es nicht haten. Aber bis dahin darf ich es haten, okay? Das ist die einzige Regel. Zerberus. Zerberusiii. 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 Oh man. Das werden harte Wochen für mich. Ich werde es nicht beleidigen. Ich werde das ganze Spiel über positiv bleiben. Zerberusiii. Oh, ich mach Erzengel gerade. Ich werde nicht die ganze Zeit hier sitzen und das Spiel shitforfen. Weil das macht mir schlechte Laune, das wird euch schlechte Laune machen. Wir werden schöne Final Fantasy 15 Streams haben. Wenn wir so weit kommen. Wie viele Schuhe kannst du denn die Misten-Sau eigentlich noch fressen? Hab mehr Angst vor FF4 bei dir. Ne, ne, wir spielen ja die Pixel-Remaster-Version. Die ist nicht scheiße. Die sieht schon mal super hübsch aus. Nicht so hässlich wie die DS-Version. Und die hat nicht diese komische Counter-Mechanik, die in FF4 so komisch war. Also es wird schon ein 100% geileres Spiel. Ich bin einer der vier Krieger der Dunkelheit. Vor 1000 Jahren gelang es uns, die Lichtflut aufzuhalten. Die zwei Welten des Lichts und der Dunkelheit bedingen einander. Doch wenn sie sich vereinen, entsteht eine große Leere, wird alles zu nichts. Das Licht ist schwach geworden und hat der Dunkelheit Bahn bereitet. Eine Flut der Dunkelheit bricht über uns herein. Nur ihr, die vier Krieger des Lichts, könnt diesen Vorgang stoppen. Und ich will euch dabei helfen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Welt im Nichts versinkt. Also will quasi die Wolke der Dunkelheit, die Welten miteinander kombinieren, sodass dadurch dann das ewige Nichts entsteht. Voll gruselig, oder? Das ewige Nichts. Also ich fände für 15 nicht schlimm. Das Einzige, was schlimm war, war, wie kurz dieses Game ist. Wenn du nur die Story machst und so viele Story ausgelassen hast und die DLC gepackt wurde. Ja, zum Glück ist das Spiel so kurz. Länger kann man sich die Scheiße nicht geben, Alter. Okay, wen haben wir hier? Wer ist der denn? Er Hiebner. Okay, wie sieht der aus? Im 3D? Alter, die wurde einfach eingehottet. Die wurde einfach verhottet. Das ist jetzt einfach eine hängende Frau. Das hier ist das Artwork von Anuma von mir. Und gleich eine kleine Fledermäuse noch. So, ja, let's go, ne? Wie schmeckt dir mein Sanktus? Ich hab Angst, dass ich zu viele Shurikens verbrauche. Aber ich hab eigentlich schon recht viele, ne? Das sollte klappen. Ist das der letzte Boss hier? Ne. Wir müssen gerade vier Bosse besiegen. Um die dunklen Kristalle zu befreien. Und dann geht's zum Endbus. Das ist der dritte von vier. Oh, ich mach da mal Erzengel. Oh nein, Hubble-Double ist tot. Ich glaub, es wäre wirklich besser, einfach einen zweiten Ninja zu nehmen. Und die zwei Ninjas spammen die ganze Zeit nur Shurikens. Also beim Endbus. Hier vielleicht noch nicht so viele Shurikens verbrauchen? Ich weiß nicht. Also für Endbus vielleicht so 15 Shurikens behalten? Dann müsste ich eigentlich langsam aufhören, die zu werfen, wenn ich noch welche behalten will. Für... Äh... Für... Ariman! Wir müssen gleich noch Ariman bekämpfen. Der ist auch noch sehr stark gewesen. Ne, beim Lämmel krieg ich auch keine Shurikens. 19 Stück noch. Ja, wir behalten noch vier Stück oder so. Oder sechs Stück. Vier, äh... So... So vier, fünf Stück behalten wir noch. Für... Ariman. Und den Rest für Endbus. Magst du Terraria? Hab ich nie gespielt. Woher bekommst du die Shurikens? Äh... Die sind im Spiel verteilt. In Kisten oder... Im Verstecken oder so. Soforte Ach holen. Ne, kein Bedarf. Kein Bedarf. Ich bin nicht alleine. In der Reihe spielt man doch nicht alleine. Ja, klar kannst du, aber als ob man das tut. Das ist wie wenn du Minecraft alleine spielst. Das macht man nicht. Doch, nee, das ist doch mega langweilig. Solche Survival-Multiplayer-Games alleine. Das sind ja schon Multiplayer-Games. Die wollen ja multi... Multiple gespielt werden. Multiple einfach. Der will ich doch nicht alleine spielen. Kann der endlich sterben? Ich will nicht noch mehr Shurikens für ihn verbrauchen. Endlich. Das stimmt ja, als wenn du Terraria startest. Ich bin einer der vier Krieger der Dunkelheit. Wenn Licht oder Dunkelheit zu stark werden und das Gleichgewicht zwischen ihnen aus den Fugen gerät, entsteht, entsteht die Wolke der Dunkelheit, um alles ins Nichts zurückzuführen. Besiegen kann sie einzig die Hoffnung, die Licht und Dunkelheit inne wohnt. So will ich euch Hoffnung nun geben. Empfangt meine Kraft der Dunkelheit und stellt euch dem Schicksal entgegen. Also, kommt die Wolke im Automatisch quasi? Also sprich, es klang so, als hätte Xander die Wolke halt irgendwie beschworen oder so. Ich meine, indirekt hat er es gemacht, indem er halt die Dunkelheit in diese Welt gebracht hatte, I guess. Und dadurch wurde sie beschworen. Aber ja. Die kommt wohl immer. Sobald zu viel Dunkelheit oder zu viel Licht entsteht. So, Ariman! Oh, das ist nicht Ariman. Hier war ich schon. Hier war Feuer. Ariman, Ariman. Das Spiel speichert jedes Mal, wenn ich... Gespeichert. Und... Gespeichert. Man muss dem Spiel gar nicht manuell speichern, so wie ich es die ganze Zeit mache. Ich mache es einfach nur aus Reflex. Aber an sich muss man das nicht machen. So, Brudi! Ein paar Schuh-Ikens für dich, wie wär's? Sanktus, Fidibus, Exitus, In Dein Maulus. Wie geht's mit dem Marathon? Sehr gut. Wir sind gerade im Finale des dritten Teils. Au-Chi. 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 Wie die beim Heilen immer so ihren Mund aufmacht. Au-Chi. So, kurzer Test. Lohnt sich das überhaupt, mit dem Karateka normal anzugreifen? Irgendwie nicht, ne? Also, was ich sagen will ist, ähm, theoretisch kann ich ja zweimal Kraftschub machen und dann angreifen. Sprich, ein Angriff pro drei Runden. Was wäre halt besser? Zweimal buffen und dann angreifen? Oder einfach dreimal angreifen, ohne zu buffen? Weil normalerweise, wenn ich angreife, mach ich irgendwie 1.800, 2.000 Damage. Aber gerade war ich gebufft mit nur einem Buff, nicht mit zwei. Und hab schon bereits über 5.000 Damage gemacht. Jetzt ohne Buff. Okay, gut, das wäre jetzt ein Crit. So, jetzt ohne Crit. Er ist wieder ein Crit. Ich kann ihn bitte aufhören zu Critten. Ja, mach ich mal zu Sicherheit ein Ligra. Der hat aber gut Leben. Ja, die haben alle recht viel Leben hier. Alle vier Bosse hatten echt viel Leben gehabt. Okay, 2.400, wenn er nicht Crittet. Ja. Der Kraftschub lohnt sich irgendwie dann gar nicht wirklich, oder? So, letzter Shuriken. Ab jetzt keine Shurikens mehr. Rest Shurikens geht alles für den Boss drauf. Endboss drauf. 2.200 ohne Crit. Okay. So stirbt doch aber endlich. Gebt doch endlich auf. Ich hab keinen Rex mehr. Dieser Kraftschub. Okay, nice. Tot. Der Moment, wo man will, dass nicht Critten, aber darauf Crittet. Aber wenn man die Crits braucht, müssen die ihre Tags, ja? Ich beschwere mich nicht. War ein guter Crits. Ich bedanke mich für die Crits. So, Chad, Endboss. Ich bin einer der vier Krieger der Dunkelheit. Die Flut der Dunkelheit würde nicht bloß eure Welt verschlingen. Nein, am Ende wären beide Welten verloren. Das Nichts bedroht uns alle. Doch wenn ihr und wir unsere Kräfte einen, dann gibt es noch eine Chance. Lasst uns die Wolke der Dunkelheit niederstrecken. Jedes Mal, wenn du sagst, er soll sterben, stirbt er kurz danach. Ja, weil... Weil, ne? Ich mir denke, dass jeder Angriff jetzt im Moment schon ihn killen sollte. Habe ich mich nicht geheilt. Oh, scheiße. Ich sage das nicht tausendmal. Ich sage das pro Boss zweimal oder so. Nicht die Schleifen mitnehmen. So, haben alle die Schleife auch rausgerüstet? Ja, okay. Mal kurz durchgehen. Optimieren, 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 optimieren. Und für den Endboss wollte ich jetzt wechseln, ne? Doppel Ninja. Junge, ist dieser Dungeon, what the fuck, ist das hier? Im Mensch, du kannst keinen Encounter ausmachen. Uuuh, Kotzung! Oh, warte, 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 chat. So. Wir gehen langsam. Ja, wir können gerne eine Gamba machen, ja? Haben wir bei den anderen Bossen auch gemacht, ne? Und Gerdnick, Dankeschön für deinen Sub. First try? Ja. Nein. Let's go. Letzter Kampf. Wir sind die Wolke der Dunkelheit. Wir mehren das Dunkel, bis es alles überflutet und diese und eure Welt dem Nichts anheimfallen werden. Das lasst wir nicht zu. Ach ja? Dies ist die Welt der Dunkelheit. Glaubt ihr wirklich, euer Licht reicht aus, um mich in meiner Domäne zu schlagen? Buh, 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 wir sind nicht alleine. Die Krieger des Lichts sind nicht allein. Wir werden deine dunklen Kräfte unterdrücken. Narren, wenn ihr das tut, vergeht ihr. Ein kleiner Preis dafür, dass die Welt vor dem Nichts zu retten. Euer klägliches Opfer wird uns nicht aufhalten. Ricky, du kannst doch jetzt nicht schlafen gehen, wir sind im finalen Bosskampf. Er geht einfach schlafen. Die Kraft der dunklen Kristalle mag uns entronnen sein, doch das ist nicht von Belagen. Wir werden einfach euch niederstrecken, Krieger des Lichts, und dem Nichts mit eurem Licht den Weg bereiten. Eure Stunde des Abschieds ist gekommen. Mu-A-Ha-Ha-Ha-Ha. Okay, let's go, Shurikens! Ich nehme dir noch Vigar, Gasset. Ich nehme dir noch einen Schwer, Gasset. wird uns letztes mal von hittet diesmal nicht weil sie geschwächt ist ich hoffe die schuhe ganz reichen der partikelschrei sieht aber auch geil aus die schule kennst doch acht stück ich liebe dieses ich habe angst dass die zweimal schafft hintereinander anzugreifen ohne sich dazwischen heilen kann dann wird super gefährlich ich bin ich danke für 19 monate das wird knapp mit dem schule kennst ja wird knapp 4 stück noch Und die Sturikets sind so OP, Mann. Oh, nein, ich hab noch nicht geheilt. Okay, Chad, die letzten zwei Shurikens. Einer noch. Letzter. Sie leben doch. Mega-Flirr. Komm schon. Ich hätte nicht so viele Shurikens vorher verbrochen sollen. Was jetzt, jetzt nur mal angreifen. Es wird super gefährlich. Oh. Es wird nicht super gefährlich. Ich wollte gerade sagen, ich habe nur noch irgendwie vier oder drei Vitagas. Wenn die weg sind, dann habe ich ein Problem. Weil dann kann ich keine gute große Heilung machen. Oh, shit. Nice. Evoboy, du bist sogar im Team. Wieso votest du gegen dich selbst? Vertraust du nicht auf deine Kraft? Was verdient, dass du die Punkte jetzt verloren hast? Am Anfang stand das nichts. Dann kam das Licht und die Dunkelheit. Aus ihnen ward alles geboren. Der Himmel, das Land, das Wasser, das Feuer und schließlich das Leben. Mit der Zeit kehrt dies alles zurück zum Ursprung. Doch aus dem Leben entsprang etwas Neues. Es teilte Licht und Dunkel und schuf eine Kraft, die die Welt erhält, die Hoffnung. Wenn das Gleichgewicht von Licht und Dunkelheit aus den Fugen gerät und das Vergessen in Vergessenheit droht, werden die Auserwählten erscheinen. Doch es ist unsere Hoffnung, die ihnen Kraft verleiht. Das dürfen wir nie vergessen, chat. Träume, Verzweiflung, Liebe. Die Zeit spült alles hinfort. Doch wir sind hier nicht hilflos ausgeliefert. Wir können uns ihr entgegenstellen. Denn uns ward ein Funke Licht gegeben, der alles zu erhellen vermag. Eine Funke namens Hoffnung. Wenn die Shurikens haben, haben wir wirklich richtig, eigentlich richtig gut gepasst, oder? Ich musste danach nur zweimal mit den Ninjas angreifen. Jeweils einmal. Und dann war es das eigentlich, ne? Ich habe eigentlich die Shurikens wirklich schon sehr gut verteilt. Das war sehr gut. Das war sehr gut. Das ist die Gang. Freunde! Hubble, Hubble, Cutie Pie, Katzendämon, Verräter Eberboy. Ihr habt das all geschafft. Gute Arbeit. Ihr seid wirklich wahre Helden. Echt nicht übel. Kommt, lasst uns heimkehren. Es war uns eine Ehre. Ihr macht mich ja ganz verlegen. Los, ab nach Amur. Hey Leute, da bin ich wieder, Mann. Und das in einem Stück. Na klar, war ein Kinderspiel. Ohne euch wäre die Welt verloren gewesen. Wenn ihr wieder mal Hilfe braucht, ruft einfach nach uns. Die vier Krieger der Gicht. Okay. Ihr könnt jederzeit mit uns trainieren. Also da, ein bisschen Bälde. Haut rein, Jungs. Wir haben Sorania erreicht. Dann heißt es nun wohl Abschied nehmen. Ich wünschte, ich wäre ein Krieger der Gicht. Gibt's schon ein Gicht, ein Spin-off? Das sind einfach die Tingles von Final Fantasy. Das sind einfach die Tingles von Final Fantasy. Wieso sind wir jetzt eigentlich auf der Nautilus unterwegs? Wir haben das riesige Schiff zurückgelassen. Für König Alus. Wir haben Kanaan fast erreicht. Oh, das ging ja fix. Meine Frau hat mich sicher schon vermisst. Ich werde auch von Bord gehen. Du? Was fühlst du denn Kanaan? Äh, naja, was schon. Also... Salina-Treffen. Oh. Da hat's wohl jemand erwischt, was? Kann sein, weiß auch nicht. Müssen wir das unbedingt an die große Glocke hängen, Mann? Deschke ist verliebt, ja. Deschke ist verliebt, ja. Herzlein. Benimm dich. Wir sind doch hier nicht alleine. Salina. Desch, bitte geh nie wieder fort. Niemals versprochen. Jetzt kommt schon Schatzi. Die Küken führen uns ja richtig vor. Also gut, aber nur ein Küsschen. Hast du... Oh, die machen grad rum. Ähm... Oh, Entschuldigung. Ihr wart ja auch noch da. Beim nächsten Abenteuer bin ich wieder dabei. Desch? Sieht so aus, als würdest du erstmal hierbleiben. Ähm... Kommt uns auf jeden Fall besuchen. Der Kuchen meiner Frau ist vorzüglich. Gerne. Sit und Desch, man sieht sich. Halt rein, Jungs. Wollen wir als nächstes Schloss Sasuna ansteuern, Prinzessin Sarah? Nein, wollen wir nicht. Ich will noch nicht heim. Wie? Aber eure Rohheit. Herrje, muss man dir alles auf die Nase binden? Ich will noch etwas Zeit mit dir verbringen. Was? Kein Grund gleich rot zu werden. Los, auf nach Uhr. Hubble-Double kriegt auch eine ab? Aber er ist rot. Oh, wir sind wieder daheim. Endlich sehe ich, wo du aufgewachsen bist. Da ist der Pimmelkopf, Opa. Willkommen zurück. Ihr habt uns gefehlt, Hubble-Bubble. Äh, Hubble-Bubble, einfach Hubble-Daddel. Cutie Pie, Katzen-Dämon Evo-Boy? Verräter Evo-Boy? Wir haben es geschafft, du Papa und Nina. Daran habe ich nie gezweifelt. Wir sind jetzt stolz auf euch. Der Opa muss jetzt unfall noch sterben. Also, wenn das Final Fantasy 2 wäre, wird der Opa jetzt noch sterben. Schön, euch wiederzusehen. Ohne euch wären wir verloren gewesen. Ihr seid echt Helden. Ihr wart also wirklich die Krieger des Lichts. Zur Belohnung gibt's einen Kuss von mir. Von wegen. Eifersüchtig. Die Welt ist aus dem Griff der Dunkelheit befreit. Und das ist einzig eurem Licht zu verdanken. Danke, Krieger des Lichts. Danke, Chat. Ihr seid alle meine Krieger des Lichts. Oh, dieses Licht. Die Kristalle sind zurückgekehrt. Es ist wunderschön. Die Dunkelheit geht und Licht legt sich auf die Welt. Ein neuer Morgen ist angebrochen. Tobis Auto bei der Punk. Das war ein schönes Spiel, Leute. Das war ein schönes Spiel. Das war ein schönes Spiel. Also, der letzte Dungeon war ein bisschen Absturz. Der letzte war ein bisschen Absturz. Aber ansonsten war echt ein sehr schönes Spiel. Ich glaube, ich würde es sogar schon jetzt auf Platz 1 packen. Fort 1 und 2. Ich hätte mir gewünscht, es hätte irgendwie mehr Charakter-Story gehabt. Wie in dem zweiten Teil. Wie in dem zweiten Teil. Dann wäre es wirklich echt geil gewesen. Es gibt kein schlechtestes. Die waren alle drei bisher sehr, sehr geil. Ich würde am liebsten alle drei auf Platz 1 packen. Alle drei waren auf ihre Art und Weise sehr nice. Kann man in vier Namen? Du kannst überall Namen vergeben. Ich glaube, erst ab 13 kannst du keine Namen vergeben, oder? Oder könnte man in 13 auch noch Namen geben? Ich glaube nicht, ne? Ach, 10 ging nur für Tidus. Okay. Okay, dann war 10 der letzte. Und auch nur für einen Charakter. Ah, nee, aber in 10 kannst du die ganzen Bestien umbenennen. In 10 kann ich euch die ganzen Bestien-Namen geben. Man konnte Cloud anders- Ja, du konntest die alle. Du konntest Barrett, Tifa, alle anders benennen. Immer wenn sie in deinem Team Neugierig zugekommen sind, konntest du die umbenennen. Die, 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 die. Ja, mit den Klassen. Also das Klassensystem ist schon sehr cool. Ähm. Aber es ist halt so schade mit den Highlauern, mit dem Schwarzen Magier, ne? Dass es keinen Ersatz dafür richtig gibt. Das war echt schade. Aber ansonsten das Klassensystem hat schon Spaß gemacht. Das war schon cool. Vor allem, dass auch die, auf die Klassen dann teilweise Mechaniken angepasst waren. Dass man die dann auch benutzen musste und so. Das war schon ganz cool. Im fünften Teil wird es halt richtig nice mit den Klassen. Weil dann bringt es dir auch was Klassen generell zu leveln. Weil du dann Fähigkeiten übernehmen kannst. Und dann kannst du so Klassen kombinieren. Das ist sehr cool. Aber ja, erstmal der vierte Teil. Der vierte Teil-Chat wird wieder mehr Story sein. Viel mehr Story. Viel mehr Charakter-Story. Und keine Jobs mehr. Also da gibt es noch Jobs, aber die sind halt auf die Charaktere festgesetzt. Ab vier fing das an mit mehr Story. Ja, im zweiten war auch schon ein gut Story. Da war auch schon viel Story. Und stimmt, im vierten Teil kommen dann die ATB-Balken. Wo du dann siehst, welcher Charakter dran ist und so. Das kommt ja auch noch dazu. Das erste Mal. Ab da wird das ja dann bis ... Fast komplett durchgezogen, ne? Ich meine, 13 hast du auch noch so was wie ATB. Erst ab 15 hast du es nicht mehr. Nee, 10. Nee, stimmt. 10 hat auch kein ATB. Stimmt. 10 hat dieses Reihenfolgen-Ding. Jaja, stimmt. 10 hat keins. Aber 12 hat wieder. 13 hat wieder. Ja, ja, ja. Auch wenn 12 und 13 ein bisschen weird, aber die haben es halt trotzdem immer noch irgendwie. Dienstag geben wir uns wieder Frauentausch. Mal schauen. ATB mit Twist. X-Bestes Kampfsystem. Nee, würde ich so nicht unterschreiben. Vor allem, weil ich X vor kurzem zu 100% durchgespielt habe. Vor allem, weil ich X vor kurzem zu 100% durchgespielt habe. Es ist nicht so. Untertitelung des ZDF, 2020